Heute seht ihr die besten Momente aller Zeiten. Wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, dann schaut auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Warum hast du hier Blumenbekan? Damit du mich heute gewinnen lassen willst. Das wird auf jeden Fall nicht passieren, denn wir haben heute einfach Auto vs. Wasserrutschen, Leute. Hier ist Level 1 und wir haben auf jeden Fall die verrücktesten Wasserrutschen, die wir mit unseren Autos einfach absolvieren müssen. Das wird auf jeden Fall heute echt mega, mega verrückt. Ein richtig, richtig verrückter Parcours, der krasseste, den wir jemals haben werden. Und wer es hier schafft, bis ganz zum Ende zum Ziel zu kommen, bekommt einfach fette 500 Euro heute. Zeig mir mal dein René-Vehicle, okay? Der sieht auf jeden Fall schon mal echt gar nicht mal so schlecht aus. Sieht gut aus. Mal gucken, was ich bekomme. Ui, wie cool. Tja, also das sieht auf jeden Fall echt nicht schlecht aus. Ich hab den ersten Checkpoint geholt von uns. Ah, das ist ja einfach. Oh, Leute, einfach der erste Checkpoint und... Ähm, äh. Oh, oh. Ähm. Oh, oh. Ich wusste nicht, dass es direkt losgeht. Nein, verdammt, ich bin auch untergefallen von Dingen. Egal, wen hast du den Checkpoint geholt? Wir können echt korrekt von dir. Deswegen können wir jetzt hier oben mit unseren neuen Fahrzeugen dann spawnen. Und, äh. Hallo? Hallo? Ähm, was machst du da? Ja! Hä, wo bist du? Au! Ey. Oh, nein. Das war, das war, das war, das war, das war so ein Jetpack oder so. Okay, ich brauche ein anderes Ding. Mal gucken. Äh. Ja, jetzt kriegen wir die fettesten Fahrzeuge oder was? Okay, jetzt. Ich fahre mal Vorsicht. Es ist nicht dein. Guck mal. Ich nehme meine Blumen zurück. Hui. Ich fahre die Wasserrutsche runter mit meinem Auto. Oh, oh. Oh mein Gott. Als ob du es trotzdem schaffst. Nein. Das darf doch nicht wahr sein, Leute. Oh Gott, ich bin rausgeflogen. Au. Okay, komm. Jetzt habe ich aber hier ein gutes Fahrzeug hoffentlich. Was ist jetzt hier? Ja, ein Kuruma, Leute. Easy peasy. Und du, hä? Kommst du da gut reingedroppt oder was? Oh, perfekt sogar. Oh mein Gott. Alter. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, du bist im Weg. Das tut mir leid. Ich danke dir. Alter, das ist ja unglaublich. Ich habe es auch noch geschafft gerade, ne? Du hast es auch geschafft. Und jetzt? Und jetzt? Ich muss jetzt lang. Hä? Hallo? Warte mal. Warte mal. Wenn ich mein Auto tune. Was dann? Dann. Oh mein Gott. Was? Kann es nicht nach oben springen. Du bist Nitro oder so. Okay, ich glaube aber. Ich glaube aber, wir können mit unserem Auto ein nach oben gehen, weil ich glaube, das war ja nicht geplant, dass es so gebaut wurde. Hey. So, kommen wir ein nach oben. Wir dürfen hier ein nach oben rückern. Und dann bin ich gespannt, was uns hier jetzt erwartet. Ich interessiere das Auto sehr. Oh. Das ist so unkorrekt von dir. Das tut mir leid, ich habe den Checkpoint geholt. Ich habe ihn. Ey, du hast mir voll den Platten gemacht, glaube ich, mit deinem Ding. Okay, warte, ich komme mal raus. Ey, das Auto ist so krass. Hast du einen Checkpoint gemacht, oder was? Ja. Ich sehe es gerade, Alter. Au. Okay. Dann. Ey, ja gut. Kriegst du so ein Schrottauto. Richtiges Müllauto habe ich hier, Leute. Öh. Ein gepanzerten. Du hast hier so richtig so ein Fußball-Mama-Auto gerade bekommen. Oh Gott. Wie? Ey, das ist wirklich. Alter, sind die Rutschen irgendwie größer? Kann das angehen? Die sind viel dicker und so. Da kannst du das Auto voll easy hochfahren. Alter. Vorsicht. Wo bist du? Ich komme easy hochgefahren gerade, die Wasserrutschen mit meinem Auto. War so ganz entspannt. Es ist voll zett, das verhängt ja auch mal anders rumzufahren. Ja, ja, ich weiß. Das ist richtig krass gemacht gerade hier, ne? So, ihr schön Gas geben, Leute. Ohne Probleme. Alter. Oh, oh. Schaffe ich das? Schaffe ich das? Vorsicht, ich bin mit dem Mutti Fußball-Auto. Oh mein Gott, da war noch... Alter, du hast es geschafft. Okay, wo bist du? Alter, du schaffst es auch. Ich auch. Ey. Okay, tschüss. Erster Wiener... Ey, ich habe alle drei Checkmars bis jetzt als erstes gekocht. Ja, gut, den hätt ich zuerst bekommen, ne? Den hätt ich zuerst bekommen. Hast du gar nicht. So. Ey. Ich wusste, dass du mich runterrauben möchtest. Und deswegen fällst du selber runter. Egal, jetzt kann ich den Checkmars bekommen. Ich kann nicht aussteigen. Ich kann nicht aussteigen. Wie? Oh. Keine Ahnung. Er lässt mich nicht aus meinem Fahrzeug aussteigen. Jetzt aber. Okay. Dann komm. Beim nächsten Checkmars, Freunde. Alter, hast du denn da bekommen? Bekommen ich... Ich gehe Beton mischen. Bisschen schwierig mit dem Ding, ne? Oh, jetzt haben wir sogar zwei Wasserrutschen. Ich gehe rechts. Aua. Wenn ich überhaupt reinpasse. Okay, ich sehe dich da rechts fahren. Ich passe irgendwie rein. Ich sehe dich rechts fahren. Ich fahre links jetzt hier gerade. Oh Gott, meine hat ein Looping. Meine hat ein Looping. Au. Nein. Au. Ich bin rausgefallen. Ja, meine kommt man gar nicht vorbei, Alter, weil man da nicht schnell genug ist. Ist links falsch? Ey, links ist falsch. Haha. Mann, okay, ich muss oben wieder neu kommen mit einem neuen Fahrzeug. Ach, du auch, oder was? Oh, ja. Ich habe so einen Rechtssitzer. Äh. Wo bist du? Das hat, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Mit dem Ding. Ey. Ich hätte gerade so ein komisches Flugzeug oder so bekommen. Okay, vielleicht wird es das jetzt hier mit so einem neuen Fahrzeug aus werden. Ja. Guck mal hier. Aus dem Weg. Drift-Auto. So. Ich gehe rechts lang. Links ist falsch, ne? Links ist falsch. Ja, ja, links ist falsch. Oh mein Gott. Das ist hier aber richtig crazy, ne? Auto, Wasserrutschen, Alter. Warum hat darüber noch keiner nachgedacht? Oh, oh. Oh, oh. Alter, ich bin fast rausgeflogen. Oh mein Gott. Ich auch. Ich bin auf dem Kopf. Ich kann nicht abbremsen. Oh mein Gott. Auf wem Kopf? Alter, wie cool war das gerade? Das war gerade richtig cool. Ich war gerade auf dem Kopf und dann wieder nicht. Das war übertrieben krass. Ich habe es gerade... Nein. Oh nein. Au, au. Eigentlich, weil es so cool war, hast du trotzdem bekommen, oder? Nee, nee. Ich muss ein neues Fahrzeug bekommen. Okay, komm. Wir machen das nochmal. Jetzt schaffen wir. Nein, mit dem Panzer wird es niemand schaffen. Nein, wirst du auch nicht. Wir brauchen ein anderes Fahrzeug. So, ich habe diesmal ein Motorrad. Interessanter Ansatz. Oh, ich glaube, das ist... Ähm... Das ist auch ein bisschen kleiner. Was hast du bekommen oben gerade? Was habe ich bekommen? Oh mein Gott. Vorsichtig. Hat das so ein Jet oder so? Irgendwie sowas, ja. Oh, ich fahre mein Motorrad jetzt hier. Oh, bloß nicht... Ich darf nicht zu schnell sein, ne? Ich muss ja auf jeden Fall die Kurven gut fahren. Oha. Oha. Ich bin hier kurz zum Rausfallen jetzt mal. Kurz zum Rausfallen. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Aber doch, ich habe ein Checkpoint bekommen gerade. Es hat auf jeden Fall gerade grün aufgeleuchtet, Leute. Und ja. Ich habe wohl den Checkpoint bekommen. Ich bin hier respawned. Bei Level 4, Leute. Und jetzt darf ich auch respawnen. Ich komme. Wo bist du denn? Hier. Oh, Spider-Man. Ich habe dich gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Alter. Okay, ja toll. Da muss ich wohl jetzt hier nochmal neu mit dem neuen Wagen kommen. Und zwar... Alter, ich kriege genau dasselbe Ding. Läuft ja. Ich kriege auch dasselbe Ding. Wieso? Wieder so schnell? Nee, ich habe aber wieder so einen Riesenreifen. Alter, die rutschen so fett. Oh, oh. Und nun? Ah. Alter. Ey. Ah. Oh Gott. Durchs Wasser durch. Und die Autos. Au. Okay. Wir brauchen andere Autos mal. Andere, die ein bisschen schneller sind. Und uns ein bisschen mehr nach oben katapultieren. Wie zum Beispiel der Lamborghini. Alter. Wie zum Beispiel der Rolls Royce. Okay, ich fahre zuerst. Ich gebe voll jetzt mit meinem Lamborghini. Ich komme dazu. Ja. Als ob. Fahr mit deinem Ding. Schnell. Ja. Wo bist du? Ja. Okay, warte. Ich probiere es nochmal mit meinem Lamborghini. Ich will es mal auch nochmal probieren. Das ist cool. So, warte. Jetzt hier Vollspeed. Und zack. Oh, oh. Ja, ja, ja. Als ob. Aussteigen. Aussteigen. Oh, verdammt. Nein. Oh, nee. Okay, wo bist du? Ich fahre jetzt gerade hoch. Aussteigen. Aber das wird glaube ich nicht, ne? Nein. Okay, komm. Was kriege ich jetzt mit dem Fahrzeug? Hoffentlich was richtig. Ey, ich kriege so ein Pokémon-Mobil. Ist das schnell? Ich probiere es mal aus. Ja, ja. Der sieht schnell aus. Kannst du Donnerblitz? Donnerblitz. Ah. 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 Fallschirm. Ich habe keinen Fallschirm. Einfach gar keinen mehr. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, da jetzt hier da oben hinzukommen. Ähm. Ich gucke mal, was ich jetzt im Fahrzeug bekomme. Ich kriege einen normalen. Mann. Und du schaffst es auch nicht, oder was? Ne, ich hätte so einen Rolls-Royce Cullinan. Ich glaube, das hier ist normal. Das schaffst du glaube ich nicht. Ah. Ah. Ne, okay. Also ich durfte das Ding hier. Oder hast du ein gutes? Ich habe einen Zukunfts-I-8. Ein Zukunfts-I-8. Okay, warte. Was habe ich hier? Oh. Ein bisschen Glück jetzt hier. Okay. So ein Guardian. Der ist leider sehr, sehr schwer. Ich wollte gerade sagen. Der ist. Aber knapp. Ich habe es probiert nochmal. Oh Gott. Oh, ich bin fast noch in die Wasserwische reingekommen. Also Level 4 muss ich sagen, Leute. Das ist echt auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Ich habe auch nur Fahrzeuge, die leider... Oh, oh. Oh, oh. Das ist ein bisschen schneller. Komm schon. Ey, das darf nicht wahr sein. Ey, Mann. Okay, Leute. Hast du ein Glück, oder was? Was ist das denn für ein Ding? Ich habe, glaube ich, Glück. Alter, dein Ding ist ja voll schnell. Ich meine, das ist ein Drift-Auto. Okay, jetzt aber, wenn er einmal Speed hat. Wenn er einmal Speed hat. Driften. Drifte ich hoch. Ja, ich habe es geschafft. Ich bin oben. Mit einem Trickshot einfach. Und wo bist du? Runtergefallen. Okay, dann habe ich vorne meinen neuen Checkpoint. Du kannst auch hinkommen zu Level 5. Ich habe mein neues Fahrzeug. Und? Komm auch mal eins. Was ist ein Weg hier? Und? Was ist ein Weg? Oh, ein Neon Fister. Oh. Diese zwei Boote, müssen wir die Boote nehmen? Oh. Alter. Hä? Ich habe direkt ein Checkpoint geschafft. Als ob. Direkt. Ja, ja. Und Level 6 schon freigeschaltet. Alter, was? Jetzt ist hier einfach Looping, oder was? Ich habe es auch geschafft. Ähm. Äh. Okay. Das ist ein bisschen schwieriger hier am Ende. Ich glaube, das ist nur für die ganz krassen Profis. Ja, Mann. Ähm. Ich probiere es mit dem krassen Polizei-Lamborghini. So. Ey, was? Nein. Also, ich bin ja eigentlich ein Profi. Aber? Alter. Aber das ist für Profi-Profis. Jetzt kriege ich hier einen Monster-Truck aus dem Weg hier. Ja. So. Ey, was? Der hat zu viel Grip, Leute. Das hast du gut geschafft. In Level 6, ich sage es euch, das ist schon ein bisschen schwieriger als hier gerade. Ich probiere das Ganze mal in First Person zu machen. Oh. Oh. Hä? Hä? Nein! Okay, First Person hat nicht... Drift-Auto. Ich kriege auch nur langsame Autos gerade. Jetzt brauche ich eigentlich die Autos, die nicht zu schnell, nicht zu langsam sind. Und ich glaube, ich habe hier gerade mein Ding bekommen, Leute. So. Oh mein Gott. Ey, was? Das ist voll schwer. Sogar ein First Person-Möckern. Wo bist du denn? Ich hätte ein Polizeimotorrad. Und bin direkt runtergefallen. Komm, Lego Bugatti. Oder Lego McLaren, besser gesagt. So. Oh mein Gott. Ja. Ja. Sieht gut aus. Ja. Du bist es. Du bist es. Alter. Alter, ich bin ein absoluter Profi gerade. Wow. Oh mein Gott. Und hier ist das Ziel. Oh mein Gott. Was? Bam, Alter. Ich bin ein absoluter... Oh, oh. Warte. Warte. Profi. Hippi, Leute. Oh Gott. Oh Gott. Nicht mit mir. Haha. Das ist geil nicht. Ist da jemand sauer, dass die 500 Euro an mich gehen? Viel. Sag mal, machst du etwa Yoga, Mirkan? Ja, na klar. Bist du meine Nerven runterbringt. Guck dir mal die Map an. Leute, wir haben heute einfach die richtig krasse Auto-Visces-Looping-Map, Leute. Guckt mal, wir haben hier einfach verschiedene Loopings, die immer und immer heftiger werden. Und wer die ganzen Loopings nachher am Ende schafft und bis ganz darin dir zum Ziel kommt, bekommt einfach 100 Euro. Ich würde mal sagen, Mirkan, spawn dir mal dein erstes Random Vehicle rein. Oh, stark. Das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ich kriege, ähm, was ist denn das? Wo bist du? Okay, ich glaube... Oh. Okay, also ich habe auf jeden Fall gerade so ein Riesenflugzeug bekommen. Ich probiere es nochmal mit einem anderen. Ich hoffe, ich habe jetzt mal hier ein besseres. Guck dir das mal an. Hä? Ist das nicht von Batman? Ich habe einfach so ein Batmobil. Okay, dann, äh, let's go aus dem Weg. Ey. Oh mein Gott. Ey, was ist denn Looping? Wow. Hä? Hä? Ich habe es direkt geschafft. Du bist direkt oben oder wo bist du? Nee, ich bin bei, bei, bei zwei. Wie, du bist bei zwei? Wie hast du das geschafft? Ich habe es direkt geschafft. Der BMW ist richtig gut. Hä, wie, wo ist denn da die Lücke? Wo müssen wir denn da hin? Naja, oben ist eine Lücke. Du musst oben rüber. Ah. Oh mein Gott. Ach, verdammt. Ey, nein. Ich habe es gesehen. Au. Okay, warte mal. Ich glaube, ich muss noch ein anderes Ding haben, Leute. Ich brauche ein anderes Fahrzeug vielleicht dafür. Wie wäre es mit diesem Random Vehicle? Das könnte das ja eigentlich schaffen. Bist du so links lang gefahren oder was? Ich bin genau wie du, ja. Lol. Okay, also. Wir haben heute schon mal den allerersten Looping überlebt. Oh, oh, oh. Ey. Das war mir so klar. Das war knapp. So. Okay, dann. Komm. Ins nächste Random Vehicle. Und wir haben... Alter. Was ist denn das hier, Mirkan? Oh. Irgendwann. Was hast du denn? Oh nein. Was hast du denn? Tja, ich habe hier gerade so ein richtig cooles Auto. Oh, wie schnell meiner ist. Warte, der ist echt voll schnell. Oh Gott, hier geht es runter. Und dann? Oh, oh. Oh mein Gott. Ich weiß, was wir machen müssen. Und dann? Wo ist man dann hin? Oh. Dann auf die Decke, dich umdrehen und dann hinter die... Bro. Nein, okay. Das geht gar nicht. Au. Okay, ich bin falsch gefahren. Äh. Ey, was mache ich denn jetzt? Ich weiß nicht, was du machst. So, ich geh jetzt hier. LKW. Ey. Oh mein Gott, es tut mir leid. Mal gucken, wo ich hinfliege jetzt. Oh, 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 oh. Höh? Äh. Oh, okay, ich bin runtergefallen. Ich glaube, ich habe es geschafft oder so. Kann das angehen? Alles ob. Was ist denn hier alles? Oh, ich bin... Oh, du bist draufgegangen. Aber kein Problem. Der Checkpoint bei der dritten... Beim dritten Checkpoint ist auf jeden Fall hier freigeschaltet für dich. Zack. Ja, richtig gut. Perfekt. Sehr gut, da bist du auch schon. Okay. Dann. Das war schon mal gerade 10% Stufe. Jetzt sind wir sogar schon beim 30% Looping. Der ist richtig krass. Was ist das denn? Mhm. Komm. Drück mal random vehicle. Okay. Ähm. Zack. Ey. Oh. Ey, mein Auto. Oh mein Gott, es tut mir leid. Warte. Es tut mir leid. Mein schöner Ferrari. Oh mein Gott, das andere Auto. Oh mein Gott, mein anderes Auto. Okay, dann zeig mal, was du mit dem Kipplaster so drauf hast. Ja. Ich glaube, es wird nämlich ein bisschen schwierig werden. Nichts. Äh. So. Ähm. Ja. Das habe ich mir gedacht. Vorsicht. Drückwärts. Nein. Ey. Okay. Ey, das war so klar. Okay, Kohle. Alter. Äh. Ist das voll rutschig. Ist das voll rutschig. Ja, das ist Eis oder Schnee. Das ist Eis oder Schnee. Wie soll man denn? Oh mein Gott. Man kann es aber anders schaffen. Man muss da nur. Au. Man muss es halt nur anders machen. Okay, vielleicht haben wir jetzt ein bisschen mehr Glück, Möckern. Dann rein ins. Oh nein. Ich hoffe. Oh mein Gott. Ähm. Okay. Was bin ich? Meist wird auf jeden Fall nichts werden hier. Ja. Äh. Oh mein Gott. Nein. Oh Gott. Ich brauche ein Auto mit Boost oder so, ne? Das geht dann nicht anders. Oder ein Motorrad. Oh Gott. Okay, vielleicht schaffe ich das. Ich habe hier so einen langen SUV. Ja. Das glaubst du doch voll selber nicht. Alter. Und. Alter. Du bist aber weit gekommen mit dem Ding, ne? Oh, aber man kann auch. Darf man schummeln? Also. Ja, man darf eigentlich schon schummeln. Man kann eigentlich schon so rüberspringen, wenn man es kann. Vielleicht habe ich ja Glück. Also ich habe so eine alte Schrottkiste. Die stelle ich auch direkt wieder ab hier, das Ding. Das wird ja gar nichts machen können. Sag mal dein Run-in-Vehiker. Was hast du da jetzt hier? So, ich kriege jetzt, ich sage, ich kriege jetzt ein super Sport-Motor, äh, Boot. Ey. Aua. Mann. So. Ich habe es. Ey, Bro. Oh, das war aus Versehen. So. Na, was hast du, hä? Ich hole mir jetzt mein Wohnmobil. Okay. Also ich werde mit dem Ding, glaube ich, weil es relativ schnell ist. Oh, das ist so gute Schwanz. Alter. Oh mein Gott. Alter. Ey, nein. Warte, das zählt nicht. Ey. Ich muss mit dem Ding first person fahren. Zweiter Versuch. So, jetzt, Leute. Alter. Aus dem Weg hier. Oh mein Gott. Was? Ich habe es geschafft, Röckern. Das ist das krasseste Ding. Und Checkpoint Nummer 4 ist für dich freigeschaltet. Alter. Ich dachte, ich hätte auch was. Was ist das für ein Auto? Das ist ein Toyota. Aber hier, rückwärts. Yo, wie schnell ruckst du. Als ob du es gerade, als ob. Bro. Nein. Ey, mein schönes Toyota-Auto. Oh, nein. Oh. Okay, ich komme wieder nach oben. Kein Problem hier. Okay, ich habe ein Motorrad. Alter. Es sieht aus, so wird das fliegen können. Ich glaube nicht. Nee. Aber verbust. Es hat doch, es kann fliegen. Nein. Aber wie? Okay, ist es weg. Okay, ist es. Tja. Dann komm mal wieder und hol dir ein neues Fahrzeug. Ich probiere es jetzt mal hier ganz kurz mit diesem verrückten Auto jetzt hier gerade mit dem Automobil. Hä, was hast du denn? Oh, oh. Oh. Oh, nein. Nee. Das Ding war zu langsam, Leute. Au. Ich werde nur getrollt. Nein, 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 nein. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das ist wirklich. Ja, dann probiere mal mit dem Truck. Das will ich dann gerne mal sehen. Alter. Und ich kriege gefühlt das schnellste Auto aller Zeiten. Ja. Okay. Gut. Funktioniert ja super mit dem Truck, Leute. Hat ja super funktioniert. Guck dir mal mein Ding an. Was bist du? Ich habe so ein krasses Auto gesehen, Alter. Wo, was ist das denn? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Nee. Let's go. Nee. Easy. Was? Das sind zwei Loopings. Fährst du First Person? Nein, gerade nicht. Aber ich glaube, ich sollte. Alter, das sind drei Loopings. Als ob du schaffst. Oh mein Gott. Nein. Alter, die haben es geschafft. Drei Loopings. Was? Oh mein Gott. Mit diesem richtig krassen Ding. Ohne First Person einfach. Und damit ist Checkpoint Nummer 5 für dich freigeschaltet. Willst du auch mal ein paar Punkte sammeln? Oder willst du dich nur so runterfallen? Ich habe den ersten geholt. Also das. Ja, den ersten habe ich auch bekommen. Hallo, du musst das Auto hier lassen. Ansonsten wäre es schummeln. Ja, gut. Okay. Alter, das ist zwar ein richtig krasses Auto, Leute. Was ist das denn für... Was ist das denn? So, mal gucken, was ich... Oh, für ein neues Fahrzeug bekomme. Was ist das hier? Gut, ich fall runter. Das ist doch kein... Was sind das für crazy Loopings? Weeeeee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jawohl. Jawohl, jawohl. Was? Weeeeee. Alter. Nein, ich liege zu weit. Ich habe es gesehen. Beim letzten einfach. Oh. Oh. Oh mein Gott, mein Auto. Verdammt. Alter, er kriegt einfach ein Ding. Das ist extra klasse. Mit Zentorno. Mit Zentorno. Okay, mal gucken, was kriege ich. Ich kriege ein Smart. Ich kriege ein Smart. Ey, Mann, was... Wie soll ich das denn machen? Ich bin so schlecht in Loopings. Oh, oh. Ey, ja, toll. Ich habe mich mal einer Dings berührt. Okay. Das gibt es nicht. Ich hole ein neues Fahrzeug. Renoviekel. Was kriegen wir? Ich auch. Ey, ich kriege so einen Eiswagen. Und was kriegst du? Ich glaube, der ist schnell. Ich weiß nicht. Ich kriege ein Motorrad. Motorrad könnte aber echt gut sein, muss ich sagen. Das könnte schon echt gut sein. Was sagst du? Gar nicht. Also, ich bin noch weiter. Ey. Ey, das darf doch nicht wahr sein, Alter. Ich war mit meinem Auto eben so gut. Au. Jetzt habe ich aber ein gutes Gefühl. Okay. Was kriegst du? Ey, das gibt es nicht. Ich sage doch, ich kriege ein Meriwether auch so. Das ist gut, das ist gut. Jetzt hier Looping, Leute. Looping. Jedes Mal, wenn du sagst, es ist gut, ich komme nicht mal über das Erste rüber. Oh mein Gott. Ich komme schon wieder nicht rüber, ne? Ey, das darf nicht wahr sein. Okay, warte. Ich boot es nochmal hier beim Zweiten. So. Komm schon. Jetzt nochmal. Geht das jetzt hier mit dem Ding oder fliege ich hier wieder zu weit? Ich weiß gar nicht, wie man das fahren soll von der Logik her. Alter, das ist richtig blöd, Leute. Komm schon, ich brauche ein anderes Fahrzeug jetzt. Ey, ich habe schon wieder so einen Transporter. Oh mein Gott. Als ob. Ich sehe es. Oh mein Gott. Sonic Auto. Ähm. Pass auf nicht, dass du... Kannst du an Decken fahren? Was hast du da gerade gemacht? Oh. Was hast du da gemacht? Oh mein Gott. Alles gut, alles gut. Ich habe mich gefangen wie eine Katze. Oh mein Gott. Ich schaffe es rüber. Kein Problem. Ich schaffe es rüber. Alles gut. Alles gut. Alter, das Ding ist richtig schnell. Nein. Warte. Oh. Checkpoint. Ich habe den Checkpoint bekommen. Wie? Wurde angezeigt. Weiß ich nicht. Stimmt. Ich respawne hier. Ja, ja. Ich weiß. Okay. Ich darf das Auto aber leider nicht nochmal benutzen. Dann kommen wir zum nächsten Rennen. Wehikel. Was ist denn das hier für ein... Zack. Oh, es lebt bei mir. ... für ein Puller-Auto. Was ist du denn? Alter. Whaleside. Okay, dann komm. Mann, ich habe nicht eine Rampe geschafft, richtig? Oh Gott. Ich glaube, es ist ein krasser Looping. Hä? Ey. Ich bin bei den Bäumen wieder hinten. Ich bin in den Baum gelandet. Ich sehe nichts. Ich auch. Warte mal, ich muss aussteigen. Was ist das denn für ein Trick? Mein Auto ist im Baum. Wie? Dein Auto ist im Baum. Mein Auto ist oben im Baum. Okay, warte, ich brauche noch ein neues Fahrzeug. Ey, einfach ein Baum gewesen. Ja, und jetzt würde ich spawnen ein U-Boot. Ja, richtig gut. U-Boot würde mir auch nichts bringen. Okay, warte, jetzt aber. Nochmal neu hier. Neuer Versuch, Leute. Und diesmal habe ich... Uh. Lol. Ich habe das Gefühl, dasselbe auch wie du. Alter, warum kann das was brechen? Das ist mir zu schwer. Zu schwer? Ja, mal gucken. Ich gucke dir zu. Und... Als... Hast du früher viele Loopings gespielt? Ah! Oh mein Gott. Hast du nicht gesehen? Ich habe es gesehen. Oh mein Gott, Alter. Mein Auto ist gerade vorne erwischt. Ist komplett kaputt vorne gegangen gerade. Was? Okay, ich muss noch mal aussteigen. So. Ich bekomme Aggressionen. Ich glaube, wir machen einfach hier ein Fahrzeug mökern. War es so richtig krass... Ich parke meins direkt hier, ne? Ich fahre das nicht. Ich fahre das nicht. Ja, dann. Neues. Oh. Oh mein Gott. Gut, das war es auch mit dem Auto. Ich glaube, dein Auto kannst du nicht mehr nutzen. Warte, ich stuze mich hier runter. Oh, oder so. Ja, das war... Ich hole ein neues Auto jetzt hier. Ich bin gespannt. Ähm. Was ist denn das? Was ist das? Ist das ein Auto? Das sieht aus wie ein Wohnwagen. Das ist ein Wohnmobil. Ich glaube, ich nehme hier einen Joker. Ich nehme das Sonic-Mobil wieder. Eine Sonic-Lamborghini. Ich habe ein Fake-Roots-Royce. Ey. Oh, Alter. Das ist ein Weg. Hallo. Ey. Bitte. Bitte. Es ist schwer. Es ist schwer, dann zu fahren. Ja, ja. Ich habe runtergefallen. Okay. Jetzt aber. Wo bist du? Ich bin hier unten. Oh mein Gott. Warte. Komm, du schaffst es. Das ist Schummeln. Yeah. Das ist Schummeln. Nein. Okay. Zweiter Versuch mit dem Ding. Wieso Schummeln? Das ist Skill. Darf man das? Anders ist... Oh, ich brauche die Power von Sonic. Ich brauche die Power von Sonic. Okay. Das ist wieder nicht so gut. Okay. Ich probiere es nochmal legit. Man muss hier... Muss man hier einfach nur so ein bisschen... Alter, der Übergang ist jetzt schwierig, Leute. Ich schummle auch. Oh, und ich bin daneben geflogen. Oh mein Gott. Man kann doch einfach hier rüberfahren. Idioten. Wie? Digga. Man kann einfach rüberfahren. Als ob. Man braucht keine Lupe zu machen. Als ob. Oh mein Gott. Das ist ja richtig blöd. Okay, warte. Ich fahre zum Checkpoint. So. Und... Alter, das ist ja so eine krasse Blende. Zack. Aua. So. Aua. Dann. Ups. Warte. Das Level sollte ich gut können, weil das ein Hamburger. Ey. Mann. Ein Hamburger? Das sind Hamburger hier. Ey. Ich fall runter. Ich habe es gesehen. Dann. Ich gucke mal. Ey. Warte. So. Random Vehicle. Alter. Alter. Fahr vor. Fahr vor. Leon. Los. Fahr lieber. Ey. Ich glaube, es ist alles kaputt, was kaputt gehen kann. Ist es... Ist es... Was ist das? Ähm. Sag mir bitte, es kann fliegen. Ich glaube, du musst doch mal ein anderes Fahrzeug nehmen. Ja. So. Hier. Gott muss hin. Oh. So. Ey. Mann. Das gibt es nicht. Was willst du denn für ein altes Fahrzeug hier? Ich habe eins mit Gitarren hinten. Was willst du? Ich fahre. Ich mache das jetzt. Du triffst mich nicht. So schlecht bist du. Okay. Ich fahre das auch. Ich fahre das auch. Kein Problem. Alles gut. Über die Burger rüber. Ja. Mach mal. Über die Burger. Über die Burger. Über die Burger. Über die Burger. Du machst es schlau. Ähm. Warte. Hat das vielleicht... Hä? Warte. Warte. Wieso? Was kann dein Auto? Ähm. Hat eine ganz besondere Fähigkeit mein Wagen. Ich weiß auch nicht, ob es gerade weggegangen ist. Wieso hoffe ich gerade, dass du fliegen kannst? Ich hoffe, du kannst fliegen. Bitte. Warte. Ja, natürlich. Ja. Ja. Bitte. Was denkst du denn? Aber warte. Warte. Du kannst mich nicht töten. Wieso nicht? Du kriegst mich nicht tot. Ich kletter jetzt aus dein Auto rum. Oh. Huh. Ey. Oh mein Gott. Nein. Ich bin... Ja. Okay. Ich werde mal ganzes hier die Looping machen. Wui. Wui. Also das ist Schummeln. Das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Ah ja. Ja, ist das so? Hallo, es geht um 100 Euro. Du hast jetzt einen Schummeln. Dass ich ein fliegendes Auto bekomme, kann ich denn jetzt für? Ja, okay. Ich hole dir mal wieder ein Auto. Ey, Mann. Ist halt wieder ein Plan... Was willst du gerade von mir? Komm her. Ja, okay. Ich mache es richtig. Ja, dann zeig mal. Okay, ich bin runtergefallen. Richtig schlecht, meinst du vielleicht? Oh mein Gott. Was? Was? Oh mein Gott. Bro. Okay, Leute. Und damit fahre ich hier oder beziehungsweise fliege ich hier mit meinem richtig coolen DeLorean. Zack. Und warte. Ich war vor dir hier. Und einparken und damit gehen die 100 Euro an mich. Murkan, ich habe eine krasse Aufgabe für dich. Okay, welche? Und zwar haben wir jetzt hier gerade sechs verschiedene Autos bei uns am Start und wir müssen heute mit einem Random Vehicle probieren, die Rampe runterzukommen. Und wer das Ganze häufiger überlebt, bekommt einfach 100 Euro. Was? Okay, dann bin ich ready. Ich bin ready. Okay, dann spawn mal dein Random Vehicle rein. Ich bin sehr gespannt. Oh. Oh, was ist denn das? So ein BMW. Okay, komm. Ich komme jetzt auch mit meinem Random Vehicle. Und ich kriege... Oh, ein Ferrari. Guck dir das an. Oh, aber ist schnell gut? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie die Rampe aussieht. Ich bin jetzt mal gespannt, deswegen komm mal losgedüst jetzt hier. Ich bin hinter dir. Und wir fahren... Wow. Hast du abgebremst? Oh nein. Nein, nein, nein. Das könnte... Oh, ich komme bis jetzt ganz gut auf. Alles entspannt. Und ich komme nicht gut auf. Oh mein Gott, ich wurde zum Glück abgebremst. Oh. Ich sehe deine... Verdammt. Ich sehe deine Räder, die da vorne warst. Ich sehe dich. Oh, nein. Also habe ich runterfallen. Bitte. Komm schon. Oh. Nein. Ich bin runtergefallen. Nein, 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 nein. Oh, ich bin auch was runtergefallen. Alter, das... Nein. Ich bin auch runtergefallen. Tja, jetzt bin ich auf jeden Fall ein bisschen weitergekommen als du. Da das aber erst die Testrunde war, gebe ich dir noch kein Fahrzeug. Deswegen komm mal mit deinem random Vehicle jetzt hier am Start. Stark. Oh, das sieht echt nicht schlecht aus. Ey. Oha, was ist das denn? Und ich habe auch so ein GTA-Auto, glaube ich. Tschüss. Wie ist das denn so schnell? Du bist echt voll schnell mit dem Ding. Ich kriege dich gar nicht eingeholt. Oh, ich habe mir einen Shutten bekommen. Bro, ich bin direkt raus. Ja? Oder? Ich komme noch, Alter. Ich fliege echt gut über die Rampe gerade rüber. Ja, ich auch. Kontrollieren. Kontrollieren. Oh Gott, ich mache 360. Dürfen wir cheaten und langsam fahren? Alter, ich komme gut durch gerade. Nein, nein, nein. Du wirst schon Vollgas geben. Ja, okay. Oh. Oh mein Gott, ich wurde voll abgebremst. Okay, das ist ganz gut. Ich habe es jetzt schon fast geschafft. So. Und. Yippie. Ich habe mein erstes Fahrzeug. Aber ich bin noch drin. Und der erste Punkt. Äh, wieso? Ja, es kann unentschieden werden. Wo bist du denn? Oh. Nein. Bro, warte, warte. Das kann ja was werden. Ja? 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 Hast du gesch... Bro, ich werde abgeknallt. Hast du geschossen? Nein, habe ich nicht. So etwas würde ich nicht machen. Also bist du runtergefallen oder was? Ich bin runtergefallen. Ja, dann geht damit mal der allererste Punkt. an mich. Hm. Welches Fahrzeug könnte ich dir denn jetzt hier geben? Wir haben ja auf jeden Fall ein paar am Start. Oh nein, ich habe einen Ferrari, der echt schlecht ist, ne? Ah. Ich würde sagen, dann nehmen wir doch mal hier... Ey, aua. Dann nehmen wir hier so ein altes Fahrzeug. Du solltest das alte Fahrzeug da jetzt nehmen. Das sieht auf jeden Fall echt gut aus. Das hier? Ja, genau. Das ist ein Porsche. Ach, das ist eine alte Röhre ist das. Mehr nicht. So, ich komme jetzt hier mit meinem... Oh. Oh. Also ich glaube, Lego ist noch älter als mein Auto, ne? Mein Lego Bugatti Rocket Voltic. Ey, was? Kau rein! Was? Das ist ein Volt-Helb! Ey, Bro! Uh! 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 Das ist unfair! Ich bin mega weit... Oh! Oh, warte. Ich kriege direkt nochmal einen Boost. Das heißt, warte. Tschüss! Ich bin wieder runter! Haha! Ey, das gibt es nicht. Nein! Bitte! Bitte! Nein! Nein! Bist du? Nein! Nein! Boosten! Boosten! Ja! Nein! Wie? Ey, Mann! Ich dachte, ich schaffe es vielleicht mit dem Ding, aber nein. Ich bin kritisch komisch aufgekommen damit. Da ging der Punkt auf jeden Fall schon wieder an mich, aber ich habe jetzt mal keine leichte Gnade. Das heißt, spawn mal dein Random Vehicle, ne? Hä? Ich bin außerdem sowieso gerade mit einer Bestrafung gefahren. Ach ja, du hast recht. Dann spawn rein dir dein Random Vehicle. Ich bin gespannt. Oh, Motorrad ist echt eigentlich sehr gut. Mein Motorrad? Vielleicht kann ich den Trick machen. Oh, du könntest echt vielleicht den Trick machen. Alter, mein Fahrzeug fährt voll komisch. Hat voll die komische Lenkung. Ich habe voll große Räder und du fährst dann mit dem Motorrad. Aber, Alter, wie du fliegst. Alter! Nein! Ich sehe dich links! Vielleicht kriege ich mich doch. Du kriegst dich niemals. Das geht mit dem Motorrad gar nicht. Oh nein. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Nein! Ich bin auch runtergefallen. Ich glaube, wir sind ungefähr gleich weit gekommen. Kann das angehen? Ja, ich glaube schon ungefähr. Okay, dann lassen wir jetzt mal hier ein Random Vehicle rein. Uh, was ist denn das für ein Ding? Bitte sag nichts. Du hast einfach so ein richtig... Okay, also wenn du das da und schaffst, ne? Ja, hallo. Lass mich mal nur... Ruhe jetzt hier mit... Ey, ich kann mir kaum lenken. Oh, pass auf! Ey! Mach es gut! Oh nein. Oh nein. Alles gut. Noch lachst du. Ich falle ganz entspannt. Hey, du musst Vollgas geben. Ich mache ja auch Vollgas, aber ich bin hier ganz entspannt mit meinen Lenkungen. Alter, ich jobbe hier gerade jedes Mal perfekt rein jetzt hier bei dem Ding. Oh oh. Oh oh, nein. Jetzt gehe ich gerade nach links. Was soll das? Ja? Alter. Ich glaube, ich komme meinen ersten Punkt, Bruder. Ich kriege auch meinen ersten Punkt. Ich bin doch vor dir da. Nein! Mein erster? Du hast schon einen. Nein, du hast recht. Oh! No! Alter, erzähl dich! Wir müssen den Milchbeton nach unten bringen! Ja! Was? Bitte! Nein! Oh nein! Ich glaube, wir waren schon wieder jetzt gerade beide gleich. Ich glaube, ich war ein bisschen weiter, sage ich dir ehrlich. Ah, das ist okay. Na klar. Guck mal, ich gebe dir... Du hast nur gute Wagen, ne? Ich habe eigentlich ganz stabiler Auto. Das sagst du, ja? Du nimmst den Oldtimer Lamborghini hier. Den Oldtimer Lamborghini Diablo. Ich hoffe, der ist nicht schnell, bitte. Ich glaube, der ist richtig cool. Der ist, glaube ich, richtig cool. Guck dir den mal an, Alter. Ich bin richtig cool. Guck! Counter. Oh! Wieso hast du mit deinem random... Was kriegst du, hä? Abfahrt mit deinem random... Oh! Oh! Ein Bentley? Oh! Was ist das? Ist das ein... Oh, ein Rolls-Royce? Hä? Es ist ein GTA-Auto. Ein Enos. Es ist ein GTA-Auto. Ein Cullinan. Ah! Ha! Ha! Alter! Stimmt. Ja, Cullinan. Rolls-Royce. Oh! Oh! Okay, ich bin hinter dir. Ich weiß nicht, wieso. Wuhu! Oh! Alter, bist du schnell. Yo! Mein Lamborghini ist richtig cool, Alter. Danke fürs Aussuchen. Oh! Ey, weh, du gehst auf die Bremse, ne? Nein, nein. Ich gebe Vollgas die ganze Zeit. Ich gebe die ganze Zeit Vollgas. Okay, ich komme ins Drehen. Ich droppe gerade jedes Mal gut rein. Oh nein, jetzt ist es nicht gut. Oh, das war schon kritisch. Ich bin schon wieder runter. Ich habe noch keinen Punkt, ne? Jewe! Es ist die Härte, Alter. Das war der einfachste auf der ganzen Welt. Was? Ich sage dir. Und ich habe dir den gegeben. Und du hast ihn mir gegeben. Ich habe schon zwei Stück. Das heißt, zwei Punkte für mich. Ha! Ha! Danke auf jeden Fall fürs Aussuchen, Möker. Mal gucken, was du... Oh! Hallo, haben Sie Taxi bestellt? Ne, was ist das? Ja, ich habe leider nur ein Motorrad. Abbestellt. Hahaha. Wie? Das heißt, der nächste Punkt geht safe an mich, Kollege. Du hast auch noch so ein Rennbike. Ja, ja, hau rein. Mach's gut. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Oha. Oh, oh. Gar kein Problem. Oh nein. Oh nein. Oh. Jetzt aber. Jetzt aber. Ja. Ich kann fliegen. Noch nicht ganz. Nein. Nein. Ja. Rette mich. Rette mich. Nein. Wie? Ich fall vorbei. Au. Ja. Warst du schon unten? Ich war fast unten. Ja, ich mach mal entspannen hier. Wie langsam fährst du denn? Ja, der fährt so. Sacre bleu heißt der. Was heißt das? Ha. Das ist, glaube ich, so ein französisches Auto. Oh Gott. Oh. Du warst ja für die Sixties, bis du gehst nicht mehr. Aber gute. Wie viel Glück kannst du denn haben? Bitte. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Bin ich drauf? Oh mein Gott. Was? Wie viel Glück kann man wohl schon haben? Easy. Das war so easy. Okay, dann geht auf jeden Fall der Punkt an dich. Nicht schlecht. Du darfst mir jetzt natürlich ein Fahrzeug aussuchen oder ich soll ein random Vehikel nehmen. Ist dir überlassen. Du nimmst ein random Vehikel, würde ich sagen. Ich bin nicht so. Wir sind ja Freunde. Immer noch. Ey, du wusstest sagen, dass ich so eine Schrottkarre bekomme. Wir beide haben so GTA Karin bekommen, ne? Ja, aber guck dir mal das hier an, was ich für ein Ding hab. Wie? Ey. Let's go, du schaffst es. So eine Rostlaube hab ich hier. Alter. Oh, ich dropp gut rein. Danke. Ui. Oh nein, ich dropp wieder sowas von runter. Oh. Oh. Ich bin schon unten. Oh. Ich bin schon unten. Oh, ich will mal noch den Punkt aber safe nachholen. Alter, ich seh's. Oh. Was? Okay, du fahrst. Nein. Nein. Ja. Tja, aber jetzt bin ich auf jeden Fall ein bisschen weitergekommen als du, Worker, ne? Das bedeutet, dass ich dir jetzt hier dieses Polizeiauto gebe. Damit musst du jetzt fahren. Wart, aber dann musst du vorsichtig fahren, ne? Ja, ja. Ich fahr schon vorsichtig. Keine Sorge. Ich mach jetzt hier ein random Vehicle. Und? Oh. Ey. Was ist denn das? Einmal bitte rechts ranfahren. Einmal bitte rechts ranfahren. Badmobil. Hau rein. Der Herr, sie fahrt so schnell. Hau rein. Ey. Yo. Okay, ich schwebe. Hoffentlich. Okay. Oh nein. Ey, ohne schweben. Oh mein Gott. Okay, 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 ohne schweben. Uh. Du fliegst, oder? Uh. Wow. Wow. Und damit der dritte Punkt schon an mich, ne? Nein. Mir fehlen nur zwei Punkte, Mökan. Dann krieg ich 100 Euro, ne? Ich will jetzt sagen, bist du runtergefallen. Kein Problem. Gleich war noch ein Comeback, sag ich. Ja, ja, das würde ich sehen. Mir fehlen nur zwei Fahrzeuge. Okay, dann Spawner. Uh. Das ist natürlich belastend eigentlich, ne? Alter, und ich habe so ein Subaru oder so. Mitsubishi, ne? Mitsubishi, oder irgendwie so ein Fast and Furious Auto. Ey. Mann, ich habe schon ein schlechtes. Hihihihi. Bitte, lass mich. Alter, warum ist dein Fahrzeug so zerbrechlich? Ja. Ja. Da, da, ich, ne? Tschüss. Oh Gott, nein. Ey. Oh, verdammt. Ich bin fast runtergefallen, deswegen. Ich auch. Bitte. 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 Mann, Leon. Du darfst doch mal oben fahren. Komm doch mal nach oben. Nett, danke schön. Mit dem Auto komme ich bestimmt weiter. Okay, dann fahr mal los jetzt hier mit dem. Ja, nachdem du es auch komplett kaputt gemacht hast. Mit dem Schrottding. Ja, das war es ja du. Du bist da ja gebremst. Das ist, du machst es ja. Bro, du hast mich gerade, hast du mich gerade zweimal, das, okay. Alter, ich weiß nicht mehr, was mit meinem Auto los ist, ne? Aber das hat auf jeden Fall richtig Power gehabt. Okay, jetzt hier aus dem Weg. Ich stapel jetzt hier entspannt den, den vierten Punkt. Ja. Boah, ich komme echt richtig schwierig auf. Ich komme so schwierig. Nein. Und das war es, das war es. Ja. Das war es mit mir. Ey, du hast aber auch echt richtig Pech gehabt mit deinem Fahrzeug, muss ich sagen. Ich bin weitergekommen, ne? Hm, würde ich jetzt mal nicht so behaupten. Deswegen nimmst du jetzt hier für diese schlechte Behauptung erstmal dieses Schrottauto jetzt hier. Wieso habe ich nur Oldtimer? Das ist echt... Und ich komme jetzt hier mit einem richtig coolen Monster Truck gefahren. Du willst doch direkt, wenn du... Vollspeed, ne? Vollspeed, ne? Oh mein Gott. Okay. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Hey. 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 Ja. Yo, wie du dich trotzdem gefangen hast. Mit dich. Mit dich. Hey. Mann, Leon. Bro, das fährst du mit Absicht. Das gibt's doch nicht. Bitte. Ich will mich mal wieder direkt raus. Das gibt's doch nicht. Ja, jetzt komm du erstmal runter. Ja, das ist nicht so einfach, bitte. Ich geh schon Vollgas. Das sieht so lustig aus. Das ist nicht so einfach. Hilfe. Ey, du fährst einfach mit einem Hunde Monster Truck runter. Nein. 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 Nein, Mann, oh, der Hunde Monster Truck war ich blöd. Alter, das Ding dreht sich voll schnell. Das ist auf jeden Fall echt ein sehr stabiles Random Vehicle, was du gerade bekommen hast. Ja, das... Möchtest du Tagos kaufen? Das sieht ja sehr, sehr cool aus. Mal gucken, was ich... Oh, was ist denn? Au, mein Hinterscheibers ist gerade kaputt gemacht. So vorsichtig, ich muss noch Bikini Bottom. Bisschen Tagos verkaufen. Alter, wirst du so schnell mit dem Ding. Wann bremst du da eigentlich? Wie? Du bremst da jedes Mal, das habe ich gesehen. Nein, der Wagen ist so langsam. Ja, ja, ja. Bro, ey, ich fahr gerade wirklich mit einem Würfel runter, ne? Glaub mir, du musst einfach nur Gas geben. Oh nein. Oh nein. Ja. Oh nein. Oh nein, ich fahr runter mit dem Ding. Nein. Also bei mir. Ich sag das gar nichts. Oh, du fällst auch runter. Ich sag das gar nichts. Ungefähr gleich weit runtergefallen. Das heißt, ich darf dir leider kein Fahrzeug geben. Du hast nämlich auch nur noch drei Stück, Kollege, ne? Ja, nur noch drei Fahrzeuge. Okay. Ah, ja, kein Scheiß. Random Eagle. Alter. Was? Rottweiler jetzt. Ein Rottweiler-Monster-Truck. Eben war es doch ein kleiner Welpe jetzt. Oh. Nein, das Motorrad schnell. Schnell dich wegraben. Was machst du da mit mir? Was hast du da für ein Ding? Was ist das? Das ist ein unsichtbar. Alter, das sieht richtig krass aus. Das kann nicht fliegen. Das ist nicht unsichtbar. Äh, okay. Ich gebe mal lieber Vollgas mit meinem Monster Truck jetzt hier. Hau rein, mach's gut. Willi ziehen. Hui. Alter. Du holst mich ja sogar ein. Oh. Aha. Oh nein, Leute. Äh. Äh. Oh, ich fall runter. Nein. Und du? Ich sag wieder nix. Ich sag nichts. Aber ich bin weitergekommen. Wirklich. Ach, verdammt. Ey, okay. Ich glaub, ihr habt es gesehen. Na, welches Fahrzeug soll ich nehmen? Du nimmst den gelben. Also, wenn du schon so fies zu mir bist, sind alle meine schlechten Fahrzeuge mir gegeben. Obwohl, ich weiß nicht, ob das schlecht ist, ne? Äh, 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 äh. Der sieht ein bisschen aus wie Transformers, dieser Bumblebee. Der sieht echt richtig cool aus. Und du kriegst hier so einen Partybus oder so. Der Maya High Club. Alter. Mein hat krasses Handling. Wirklich? Ey. Kann ich dich auch handeln? Ey, das zählt nicht. Als ob ich direkt wieder bestraft werde. Ich werde... Oh mein Gott. Das ist nicht um den runtergeschoben. Das zählt nicht. Das zählt nicht. So, jetzt gib hier voll... Alter, meiner hat richtig krass so Drift... Sag mal, du fährst auch echt jedes Mal richtig lange runter. Nein. Nein, 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 nein. Dann kann das doch nur schwer sein. Guck, jetzt gebe ich richtig Vollgas. Oh nein, Alter. Meiner ist richtig schwierig. Das ist richtig doofes Handling. Oh, ich fall jetzt schon runter. Mann, das... Ich fall jetzt schon runter. Wo bist du? Ich bin runtergefallen. Aber viel weiter vorne wie du. Ah, Glück gehabt. Okay, komm. Dann müssen wir jetzt random vehicle machen. Und... Oh, guck dir den an. Ich dreh durch. Was denn das? Aber weißt du... Meiner... Lass... Warte, wieso ist das mal so... Ich danke dir. Mann, bitte. Gern geschehen. Gern geschehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. 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 Mein BMW war so cool. Ich wollte ein bisschen mehr ausprobieren. Verdammte Axt. Nein. Aber ich bin weitergekommen als du, ne? Du bist viel weitergekommen. Alter, der BMW war cool. Das ist echt richtig cool. Dann, darfst du dir jetzt hier wieder ein Fahrzeug nehmen. Und ich würde sagen, du nimmst jetzt hier dieses komische Zukunftsding. Du bist so ein guter Freund. Das wird jetzt ein Dreieck felgen. Und ich schnapp mir ja deinen Nachbarn. Ey, Mann. Auch nicht gerade besser. Oh Gott. Hau rein. Lass mich in Ruhe. Juhu. Okay. Oh, ich bin gut reingejobbt. Alles bis jetzt noch richtig... Nein. Du bist gefangen wie ein Fischfänger. Nein. Oh Gott. Ich bin draußen. Ich brauche jetzt auch gerade einen Fischfänger. Wie bist du runtergefallen? Ich bin draußen. Ich auch. Ich auch. Nein. Das gibt es nicht. Na, dann wird es auf jeden Fall Zeit fürs Random Vehicle. Und... Uh. Ich habe so ein richtig krasses Gripfahrzeug. Yo. Er kriegt einfach LKW. Du hast ein Gripfahrzeug? Du hast ein Schneemobil. Ja, damit habe ich richtig viel Grip. So, egal wo. Das, was du brauchst, ist Grips. Haha. Das, was du brauchst, sind ein paar Punkte. Ja, das stimmt auch leider. Och, Mann. Und ich schnappe mir jetzt hier nämlich die neun Punkte. Bitte nicht, bitte nicht. Oh mein Gott, ich komme richtig gut durch. Ich komme richtig gut durch, Gott. Ich bin runtergefallen. Nein. Also, ich habe so drei Kurven überlebt. Nein. 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 Au, au, au. Verdammt, ey. Komm, ich gebe dir die Möglichkeit auf eine allerentscheidende Runde. Du darfst entscheiden, ob du die annehmen möchtest oder nicht. Natürlich nehme ich die an. Dann komm, spawn mal dein Rennen-Vehikel rein. Oh Mann. Ey, was? Aber warte, haben wir nicht gesagt, wir machen drei Stück und dann dürfen wir uns davon einen aussuchen? Na gut, dann komm. Das ist besser. Oh mein Gott, Quatt. Und, yo. Und, yo. Was habe ich bekommen? Oh mein Gott, das ist wieder ein Lambo. Das gibt es nicht. Also, es ist so. Okay, fahr los, fahr los. Ich nehme den Quatt. Ich nehme das Quatt. Na gut, dann viel Erfolg damit, ne? Ja, danke schön. Ja, ja. Okay, dann let's go. Ohne Anstupsen, ne? Ja. Oh mein Gott, das kann man sein. Warte, wenn ich jetzt gewinne? Dann hast du gewonnen. Ich weiß, es war sehr nett von mir, sowas anzubieten. Aber da ich mir so sicher bin, dass ich gewinnen werde. Okay. Was ist das, wenn wir beide gewinnen? Ja, dann haben wir beide gewonnen. Oh nein. Alter, okay. Oh nein. Oh mein Gott, das war so knapp gerade. Oh. Alles gut. Ich habe mich gerade noch gefangen. Wo bist denn du? Alter. Okay, ich bin es. Alter. Man hat mich nicht so am Squad BK. Was? Ja. 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 Nein. Was? Ich bin on. Ich auch. Haben wir... Hä? Oh, Bro. Oh mein Gott. Hä? Hä? Ich steige ab. Das gibt es nicht. Hey, Müllkamm, was liest du denn da? Ziel 100 Euro. Alter. Okay, Müllkamm, dann spawn mal dein random Beagle. Das sieht echt ganz schön komisch aus. Mal gucken, wie meins aussieht. Ich kann den Beton mischen. Ja. Dann misch mal Beton für mein Audi. Er ist 5, ich sag's dir bis jetzt. Der ist richtig krass. So, Level 1. Also hier wird auf jeden Fall wieder... Das ist ja echt leicht, ne? Alter. What's off? Oh, Bro. Oh, du hast mich mitgenommen. Und du hast mein Auto komplett zerdrückt. Oh, mir ist alles kaputt gegangen. Mein Audi sieht aus wie eine Schlaufe. Ich wollte ein Cabrio machen. Okay, warte. Oh nein. Oh Gott. Oh mein Auto... Ey. Und ich fahre ins Wasser. Ja, toll. Oh Gott. Oh Mann. Mein kompletter Audi wurde komplett zerdrückt von dir. Ich konnte gar nichts mehr sehen. Du bist unter mich gefahren. Okay, Leute. Dann machen wir wohl nochmal hier ein neues Random Vehicle. Heute wird nämlich jedes Fahrzeug hier, beziehungsweise jedes Level wird auf jeden Fall abgespeichert. Das heißt, man kriegt ein paar Checkpoints und dann wird man wieder bei den Dingern spawnen. Und ich bin echt sehr gespannt, Möckern, was uns hier jetzt erwartet. Achtung. Oh mein Gott. Irgendwie komme ich nicht nach oben. Wie, du kommst nicht nach oben? Ja, obwohl ich so ein starkes Auto habe. Oh, doch. Ey. Ey. Okay. Jetzt ist das für eine Schrottkarre. Ich habe eine richtige Schrottkarre, Alter. Du hast so ein richtiges GTA-Auto. Oh, oh. Bitte lass mich nach oben kommen. Komm schon mit Vollspeed. Oh, oh. Oh Gott. Okay, kein Problem. Pass auf. Hey. Leon, ey. Okay, ich wollte dich trollen eigentlich. Tja. Das sah wohl aus nach Karma. Okay, wir sind da vorne. Es steht schon Level 2. Mal gucken, ob ich das schaffe, Leute. Das ist ja jetzt einfach. Ja, also das ist noch nicht mal im Wasser drin. Also das ist auf jeden Fall relativ einfach. Mal gucken, ob ich dir den Checkpoint holen kann. Und. 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 Checkpoint. Oh mein Gott. Da bist du direkt gekommen. Ja, ich bin da runtergefallen. Okay, komm, dann lass mal hier das Random Vehicle spawnen. Mal gucken. Okay. Alter, was ist denn das für ein Schrottding hier? Ähm. Alter. Alter, ich hab so ein Smacks-Auto. Alter, bei dir. Alter, das ist voll schnell und alles mögliche bei dir. Oh, oh. Was ist da unten? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Oh mein Gott. Hä? Das ist total tief. Das sind irgendwelche komischen Menschen, die da stehen. Oh Gott. War das der Weihnachtsmann? Was sah aus wie der Weihnachtsmann oder so, ne? Ich glaube, da liefernst du irgendwelche Pakete. Okay, also das wird ein bisschen schwieriger werden. Ich glaube, wir brauchen irgendwie Fahrzeuge, die unter Wasser... Oh! Ha, ha, ha. Tja. Ey. Wer hat gesagt, dass Flugzeuge nicht erlaubt sind, ne? Mhm. Ja, okay. Ich mach auch trotzdem mit dem Auto. Oh Gott, oh Gott. Aber nur ein Checkpoint, ne? Wegfliegen. Oh! Nein, ey, ich wollte... Oh! 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 Alter, das ist wie voll weggecrashed, Mann, ey. Mann, ich bin auch ertrunken. Ich hab voll die Kontrolle verloren über mein Flugzeug, weil du meinen Reifen berührt hast. Weil du schummeln wolltest. Komm, jetzt lass ich mir ein bisschen Glück haben jetzt mit meinem Fahrzeug. Und ich krieg... Alter, was ist denn das? Und du kriegst ein Porsche Panamera. Oh! Alter! Das hat ja super funktioniert, Möckern. Guter Panamera. Ein paar Mal mehr. Und? Ey. Oh! Und? Und? Ich glaub, man braucht echt ein Auto, was gefühlt wasserdicht ist. Das würde sonst hier gar nicht funktionieren. Oder ein Boot. Oder ein Boot. Alter, oder so richtig schnell... Alter! Nein! Nein! Warum? Ja, ja, hallo. Hey, das ist so ein Fähr! Aus dem Weg geht's hier, Kollege. Was ist das? Ja, ja, gehen Sie lieber weg hier. Es ist mir leid. Ich geh wieder rückwärts. Tschüss. So, warte. Ja. Okay. Achtung. Jetzt musst du nur schaffen, das zu fliegen. Oh mein Gott. Ähm. Alter, was? Ey, ich darf nochmal, oder? Du hättest... Ja, okay. Du darfst nochmal. Deine Rakete hab ich in Wallung gebracht. Du hast es einfach fast geschafft, ey. So, warte. Äh. Äh. Zack. Auto. Okay. Du darfst Raketen schießen, während ich fliege. Okay, let's go. Und... Rüber. Oh mein Gott. Alter, das war richtig knapp. Du hast es geschafft. Nein. Was? Hab ich nicht. Du darfst nicht rüber? Hä? Als ob, dass du... Bitte. Ich hole im Fühl. Ich gucke mal hier. Ich fliege jetzt gerade... Den einen GTA-Trick. Den nächsten schenken wir weiter. Du musst jetzt richtig Gas geben. Hier ist gleich ein Boot oder so, ne? Das muss ich mal ganz kurz kaputt machen hier. Äh. Fliegst du? Was? Nein, mein Ding fährt. Alles... Also ich fahre hier hoch, Mökhan. Alles gut. Ja, okay. Dann benutze ich meinen Bugatti auch noch. Ja, ja. Das ist dann doch gar kein anderer Checkpoint gekommen. So, guck. Ich fahre hier zu Level 3. So, Leute. Und einparken. Okay. Level 3 Checkpoint wurde geklärt. Mal gucken, wo bist du denn? Mit deinem Bugatti. Ich seh dich gar nicht. Ja, du würdest mich sehen. Wurdest du gucken. Bei Level 3 anfangen. Ah, nein. Tja. Das Boot. Also ich spawne jetzt. Du kannst gerne zu mir kommen. Ja, ich hab verloren. Du kannst jetzt hier Level 3, Leute. Ich bin sehr gespannt. Also das Level 2, muss ich sagen, hab ich mir sehr krasser Schubel. Wieso ist das Flugzeug hier, wenn du es normal geschafft hast? Ich bin gefahren. Das hatte... Hey, meine... Es tut mir leid, ich... Mein Armesfahrzeug. Hey, es geht immer weg. Lass es da stehen. Das ist cool. Toll, jetzt habe ich so ein Ding. Das finde ich sogar besser. Nein. Ähm, was bin ich? Oh nein, das ist ein Panzer. Hau rein. Hau ab, hau, hau. Ich hab ein Wasserpanzer. Hau ab. Oh mein Gott. Hier ist kein Wasser mehr. Wui. Oh Gott. Oh Gott. Ey, was? Au. Mein Auto brennt. Ey. Mein Auto brennt einfach gerade. Das ist ja unglaublich. Wie schwer ist das? Oh oh. Wui. Äh. Oh nein. Bist du weitergekommen? Ich wurde komplett ins Wasser befördert. Mein Auto hat angefangen zu brennen. Also nein. Und was hast du jetzt hier für ein krasses Fahrzeug bekommen? Das sieht klasse aus. Ich hatte Joker-Auto. Ich seh's gerade schon. Ich hab hier einen Komet. Ein GTA-Auto. Hui. Äh, ich kann dir was zeigen, was cool ist. Oh. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Ähm. Ich brauch ein neues. Ich brauch ein neues Fahrzeug. Wenn du willst, steig mal bitte bei mir ein. Nee, 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 nee. Ich hol mir schon mein eigenes. Wieso? Was hast du denn da? Ja, dann alles gut. Wieso? Was ist mit deinem Fahrzeug? Hui. Mein Fahrzeug? Möchtest du das wissen? Was ist damit? Dann gucken wir einfach nur nach oben. Oh oh. Verdammt. Oh. Äh. Aua, ich werd komplett zerstört. Ey, ich bin schon wieder zur Seite geflogen. Ich brenne schon wieder. Das darf nicht wahr sein. Wo bist du denn mit deinem Fahrzeug jetzt gerade gelandet? Ich muss gerade einen Trick machen. Nein, ich muss jetzt einen Trick machen. Okay, ich guck dir zu. Was warst du? Okay. Dann gucken wir zu. Was? Was? Als ob ich perfekt lande. Nein. Was? Ich bin perfekt gelandet. Oh, oh. Bitte. Nein. Was? Alter, Mann. Was ist das hier? Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott, Leute. Okay, komm. Jetzt brauche ich hier auch jetzt. Hier habe ich den nächsten GTR. Mit dem habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl, Leute. Der ist gut, ne? Und, ähm. Alter, das habe ich nicht genau gehört. Was war das? Okay, ich droppe jetzt immer sehr gut rein. Ich droppe jetzt. Alter, ich droppe perfekt rein. Warte, Timing-mäßig. Oh, oh. Nein. Ha, ha, ha. Ah. Ah. Ähm. Franklin? Mein, mein Dings guckt raus, Leute. Mein Kopf guckt raus. Oh, oh. Oh, 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 oh. Alter, das ist jetzt hier eine ganz, ganz knappe Sache jetzt hier gerade, Leute. Das ist eine ganz, ganz knappe Sache. So. Oh, von Samenbücker. Nein. Ja, ich habe auch schon neue. Ey, ich wurde komplett weggepfeffert, Leute. Das darf doch nicht wahr sein. Wo bist du denn jetzt hier mit deinem Fahrzeug? Das ist ein Motorrad oder was? Ich hatte den LKW. Ich bin mit dem nicht weit gekommen. Ich sehe es gerade. Der steht auch voll im Weg jetzt hier. So. Du musst hier nur mal zum perfekten Timing ankommen. Dann ist alles gut, wenn du hier vielleicht jedes Mal sogar wartest, bis das Ding weg ist. So. Oh, ich habe ja direkt eh ein Motorrad. Oh Gott. Oh Gott. Das war es mit dir. Tschüss. Oh. Alles gut. Wie? Ich bin nicht gerettet. Ich bin nicht gerettet. Alles gut. Nein. So. Aus dem Weg. Ah. Aus dem Weg. Oh, ja. Ich komme hier noch gut vorbei. Ich komme hier echt, ich komme hier echt perfekt durch. Okay, ich bin jetzt direkt hier bei den, bei den Windrädern. So. Das ist gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ne? Also. Nein. Nein. Ey, ich wurde auch weggepfeffert. Das darf doch nicht wahr sein, Leute. So, random vehicle und, Alter. Ich habe so ein, viel Spaß mit deinem Bus, ne? Das wird bestimmt besparsig werden. Ja, danke. So. Hui. Hui. Alter, ich komme hier echt. Hui. Ey, mega gut durch. Das gibt es nicht. Ich kann nicht mit so einem Fahrzeug, ich kann mit so einem Fahrzeug nicht arbeiten. Nein, nein, nein. Alter, jedes Mal wird es immer komplett zerquetscht, Leute. Aber kein Problem. Mein Ding hält Stand. Oh, 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 oh. Okay. Alles gut. Ey, Leute, ich habe echt ein richtig komisches Fahrzeug jetzt hier gerade. Das wurde richtig platt gedrückt. So, ich muss hier jetzt nur einmal das Schlau machen. Wenn das Ding kommt, jetzt fahren. Alter, ist ja voll einfach, Leute. Mann. Wo bist du? Ich habe Scha... Ich habe so ein... Ja, gut. Ich hole mein eigenes Fahrzeug hier nochmal. Ich habe hier nochmal ein bisschen... Ui. So ein Zombie-Abklipsen-Ding habe ich jetzt hier gerade am Start. Ich glaube, damit sollte ich hier ganz gut rumkommen. Zack. Alter. Perfektes Timing. Hier auch wieder, Leute. Perfektes Timing. Und perfektes... Ja, okay. Hätte ein bisschen besser sein können. Hier kurz mal zurückfahren. Meine Auto brennt. Zack. Oh nein, das Timing ist nicht gut. Nein, nein. Oh, wie wurde sie nicht zerquetscht. Dein Auto brennt ist nicht gut, ne? Ist ganz und gar nicht gut. So, ich gucke dir jetzt zu. Wo bist du? Wui. Oh Gott. Mit so einem Schrott-Auto. Ja, ja, das schaffe ich jetzt auch. Guck genau hin. Ich sage, mit so einem Schrott-Auto schafft man hier die schwersten Checkpoints. Was ist denn da ein Skelett? Ja, guck doch hier. Guck mal. Oh nein. Ja. Oh. Ja. Als... Oh. Ja. So was sind Profisachen nur, ne? Ja, an sowas kannst du dich mal hier gewöhnen. Und, zack. Äh. Das ist unglaublich, Leute. Das ist echt unglaublich. Mann, ey. Komm schon, Ren and Vehicle kriege ich. Oh, ich habe so einen richtig fetten Monster-Truck, Alter. Guck dir das mal an. So ein richtig krasses Ding. Was ist du? Hä? Motorrad. Normales Motorrad. Äh. Du siehst ein bisschen aus, als wärst du in der Luft. Äh. Er kann einfach fliegen, Leute. Das ist doch nicht wahr sein. Ich heiße das so aus wie ein normales Motorrad. Oh mein Gott. Mein Monster-Truck ist komplett verrückt. Mein Monster-Truck ist komplett verrückt. Ich seh's. Alter, du kannst einfach fliegen, ne? Ist doch unglaublich. Vorsicht. Ey, hau ab, Harry Potter. Was ist denn? Harry. Und? Yo. Okay, das war's mit dir. Oh, 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 oh. Ähm. Wo bin ich? Nein. Was? So, ich bin mal. Tschüss. Au. Wo bist du jetzt mit deinem Ding? Alter. Ja, ich, ähm, Checkpoint. Okay, perfekt. Ja, gut. Dann spawne ich wohl beim Checkpoint. Sehr gut. Mit meinem Random Vehicle. Okay. Monster-Truck ist einfach voll im. Ich wollte gerade sagen, das ist echt selten. Ja? Äh. Von Motorrad zu Motorrad. Ähm. Wie sollen wir das jetzt überleben? Das wird schwierig. Okay, let's go. Wow. Ich bin perfektes Teil. Oh nein. Nein. Warte, ich mach Trick. Oh mein Gott. Als ob. Als ob. Ich hab Trick gemacht. Ey. Nein. Du darfst aber wieder hierherkommen. Du bist an die Brutter gefallen. Ja toll, ich bin wieder bei Level 4 gespawnt. Oh nein. LKW oder so. Okay, ich brauch jetzt nur perfektes Timing. Perfektes Timing. Perfektes. Oh, jawohl. Ich komme. Als ob. Okay. Ich glaub, jedes Auto kommt da durch. Oh, oh. Oh, oh. Ist da Spaß. Oh, mein Gott. So, Achtung. Alter, was? Das ist doch ein Level. Das ist das leiteste Level der Welt. Okay, Level 5. Okay. Okay, gut. Ähm. Ja, ich komme an der Level 5 mit einem neuen Fahrzeug und ich kriege, ui, einen Aston Martin, ne? Alter. Und ich? Ja, ne, Helikopter zählt nicht. Ja, okay. Äh, und ich bekomme. So, ein GTA-Auto. Ja, viel Spaß damit. Ja, Aston Martin, ne? Warte. Ja, ja. Aston Martin, Kollege. Aston Martin, kommt ja auch rüber. Alter, was ist das denn für ein Ding, was du da hast? Ich warte mal hier drüben mit meinem Aston Martin. Ich hab im Ernst, ich hab ein Aston Martin GTA-Edition, ne? Ja, hast du. Und ich bin einfach über dich rübergefahren. Hey. So, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant werden. Kommt man hier jetzt hoch oder? Oh nein, was ist denn jetzt los? Okay. Leon, das ist nicht dein Ernst, oder? Warte. Das ist doch falsch. Äh? Wow. Wow. Yibi. Als ob. Es ist nicht falsch. Ähm, ich fliege aber voll nicht richtig. Nein. Hey. Okay, bist du hochgekommen, oder was? Bin in der Rampe. Bin in der Rampe. Okay, okay, okay. Aber, ob du es nach oben schaffst, ist eine andere Frage. Ich muss auf jeden Fall nochmal. Fliege nach links. Das hat dich als Checkpoint gewertet. Oh mein Gott, ich muss wieder hier anfangen. Nee, mit dem Ecke war ich das auf gar keinen Fall, Leute. So, komm schon jetzt hier. Random Vehicle. Und ich hab ein Rocket Vault-Dick bekommen. Oh mein Gott. Also wirklich. Besser geht's nicht. Und warum ist er so schnell, Leute? Hä? Ist er jetzt so schon extrem schnell. Und Speed. Hui. Alter, war das voll... Ähm, warte, ich muss mich nach unten schießen. Sonst bin ich zu weit geflogen. Alter, und ich schaff's. Ich schaff's. Ich bin am Ziel. Ey, was geht ab? Oh Gott, ich hab's geschafft. Wie? Nein. Nioh. Nioh. Hast du geschummelt? Nee, ich hab Rocket Vault-Dick benutzt. Alter, Leute. Und ich bin jetzt auch drüben. Tja, das ist natürlich... Äh, gut. Was heißt drüben? Ich weiß den... Mehr oder weniger drüben. Oh, okay. Also ich hab's auf jeden Fall geschafft, Leute. Let's go. Du willst dich also besiegen, MBK. Ah, ja. Nein, ich sag's nur, wie es ist. Ich bin der Treppenmeister. Ah, okay, okay, okay. Dann lass mal kurz starten mit einem normalen Fahrzeug. Du hast dein Bananenmobil. Und ich hab mein richtig cooles Einhorn. Oder was auch immer das hier ist. Einhorn? Das hört sich an wie ein LKW, Bro. Ja, das hört sich an wie ein LKW. Okay, mal gucken, wer mit den Fahrzeugen höher kommt. Ich sag das nur, wie es ist. Los, oder was? Ja, ja. Also. Okay. Ich bin hier schon Level 1. Bro, ganz, ganz easy. Guck dir, öh. Ich hab dir ja schon schwierig halten. Dinger. Bruder, nein. Auch rein, Bro. Mach's gut. Nein, 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 nein. Mein ist hoch hoch. Jo, ich bin sogar schon jetzt bei Level 5. Hey, du bist so hochkommen. Warte. Ich komm. Das war's für mich, glaub ich. Kommst du nicht höher mit deinem Bananenmobil? Nein, oder? Rückwärts. Warte. Dinger, deiner piept im Rückert. Ja, aber er kommt noch höher. Nein. Er kommt noch höher, ja, Mann. Das ist ein Joke. Und noch. Oh, wohin mit dir? Ich komm nicht höher. Nee, aber ich glaube, ich komm jetzt auch nicht mehr höher. Also Stufe 5. Also. Krass. Äh, nee, okay, ich komm auch nicht höher. Nee, ich bin, das war's für mich hier. Ich bin nur bis 3 gekommen, bis 4 gekommen. Dann spawn du jetzt mal das erste Random-Fahrzeug-Möckern. Bist du ready? Ich bin ready, ja. Ich sag, ich krieg so, ich sag, ich krieg ein krasses Auto. Oh, was ist das denn? Ah, ja. Hey, Bro. Okay, mal gucken, was krieg ich für ein Fahrzeug. Ich kriege, oh. Hä? Das sieht doch nicht schlecht aus. Guck dir das mal an, so ein Stingray, oder was ist das hier für ein Ding? Ich weiß, ich, Bro, ich kann dein Auto springen, nee, oder? Guck mal, ich seh sogar, ich sitz sogar rechts. Nee, nee, mein Auto kann nicht springen, glaub ich. Okay, dann bist du ready jetzt hier? Oh, Bro, ich bin ready. Okay, so, Stufe 1, Easy Peas erledigt. Ja, der Fahrzeug. Ja, sag mir, was wir brauchen. Jo, Seite, Junge. Hä? Nein, oder? Hey, du kommst nicht mehr mit dem auf Level 2, oder was? Doch, 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 doch. Ja, okay. Ähm. Ich, ich, ich. Wieso bist du wieder runter? Ah, doch, hier. Okay, ich dachte, ja, guck mal, hier, ich komm richtig easy jetzt weiter. Guck mal, Level 3. Oh, du kommst aber auch höher. Bro, das ist meine Chance, einen Punkt zu holen. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh, ich komm auch mal noch rüber. Ich sag, ich komm easy noch einen hoch. Du sagst noch einen, auf Level 5. Ich komm easy, ja. Bitte, 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 bitte. Nein, das kann jetzt nicht sein. Hat dir jemand Eis bestellt? Warte, 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 ich schaff's noch hier, warte. Ich muss hier nur rückwärts schräg fahren. Ey, was, Jo, kommst du denn? Ich komme beim nicht mal höher. Ich komm hier auch noch hoch, oder? Du hast schon ein Gümmelfahrzeug. Ich glaub's ja nicht. Hä? Du bist jetzt, wenn ich, bist du jetzt schon? Ich bin jetzt, ich bin einfach bis 7 gekommen. Alter, ich komm mit meinem nicht höher, geht nicht. Nee, geht nicht, ich komm nicht höher. Der erste Punkt an mich. Oh, Bro, ich bin sogar auf 8. Ey, was? Das sieht total bescheuert aus mit dem Ding. Was? Du kommst doch höher. Okay, 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 okay. Das ist kaputt, das Auto. Ich komm noch ein höher. Ich komm jetzt noch ein. Bro, nein, 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 das wäre unmöglich. Oh mein Gott. Okay, aber knapp, aber knapp. Alles klar, jetzt fange ich an mit dem random Fahrzeug. Pass auf, jetzt sei mal gespannt und... Oh mein Gott. Guck dir mal den Lambo an. Okay, jetzt zeig mal deins. Mal trumpfe ich easy. Was hab ich denn? Wo bist du, was ist das denn? Einfach Lego-Autos. Du hast ein Lego-Porsche. Okay, also unsere beiden Autos sind grau. Ich glaub, aber deins ist besser dran. Meins ist total so... Ey, ich glaub, ich bin richtig schnell, ne? Glaubst du ehrlich? Wir sehen uns auf der anderen Seite, würde ich sagen, oder? Wieso? Alter. Alter. Mein Gott. Yo. Aber warte, ich komm hier noch rüber. Oder komm ich... Nein. Nein. Das war's schon, Fleeck, oder? Nein. Ich kann mit Alloppen, dass du es nochmal schaffen. Ey, ich dachte, ich hing grad fest. Ja, warte, warte. Kein Problem, ich kann noch rückwärts fahren mit dem Teil. Ja. Warum krieg ich denn hier die blöden Fahrzeuge jetzt? Aber ich hab schon gesehen, dass du schaust... Oh. Ja, kein Problem, Kollege. Aber ich seh mich hier auch. Ja, ich komm auch noch rüber. Kein Problem. Ey, mein Mann ist komplett Schrott vorne schon. Ja. Ja. Okay, das war's. Hä? Das kannst du doch nicht erzählen. Level 6. Und dein Lego-Fahrzeug kann nichts machen. Vielleicht rückwärts. Rückwärts. Aber ich kann das auch nicht hören, ne? Doch, 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 doch. Nein. Wo komm ich noch Level 7? Ich komm sogar noch Level 7 rauf. Okay, das war's für mich. Ich bin raus. Level 7 und sogar Level 8, Bro. Aber da ist mein Wagen kaputt. Der Bounce immer voll nach vorne oben. Aber ich komm nicht höher als Level 9, leider. Für mich war's das auch leider. Alles klar. Dann lass uns hier auf die Fahrzeuge gehen, die wir haben. Ich würd sagen, den Rollstuhl überspringen wir mal erst mal, ne? Nein. Oh mein Gott, guck dir mein Auto an, Bro. Ey, du hast ein Pikachu-Mobil, oder was? Einfach ein Pikachu. Bro, ich hab ein Mario Kart. Guck mal. Oh mein Gott. Okay, mal gucken. Alter, meins hat voll... Hä? Bro, warte mal. Ey. Ey. So. Deins kommt locker viel höher als meins. Na ja, komm. Ich glaub, ich komm richtig hoch. Yo, was geht denn ab? Oh mein Gott. Ich bin runtergefallen. Warum bist du so... Alter, meins war ein Freund-Flap. Warte mal, wo bin ich jetzt bei mir weiter? Wo bist du? Ich bin... Ach, du bist runter? Ach so. So, okay, okay. Ich dachte gerade. Warte. Äh. Oh. Wie hab ich das gemacht? Jupp. Das war's, glaub ich, schon mit Pikachu. Jawohl. Mal gucken, schaffst du's rüber mit Pikachu. Jupp. Ja. Vielleicht rückwärts. Vielleicht rückwärts. Ja, aber ich komme beim Mario-Ding auf jeden Fall. Ja, wohl, schaffst du's nicht höher. Das heißt, der Punkt geht easy an mich. Und ich komme sogar noch auf... Nein. Ah. Höh. Komm schon. Bro. Ey, was ist das? Alter, was ist das mit Mario-Cards? Hä, du schummelst doch. Hä, Bro, das ist einfach richtig crazy. Ich kann mich jetzt richtig hochmogeln irgendwie. Ich komme nicht weiter. Ne, ne, also ich komme jetzt auch nicht mehr weiter. Also ich bin bis Stufe 6 gekommen. Schau mal, was wir noch so für krasse Fahrzeuge haben werden. Oh mein Gott. Spawn du mal jetzt dein Random-Fahrzeug rein. Das ist wieder Zeit fürs Random-Fahrzeug. Mein letztes Random-Fahrzeug war krass. Also jetzt... Jetzt... Äh, oh nee. Wer hat so richtig so eine flache Stoßdämpfer... Dingens voll, so ein Stoßdämpfer-Dingens voll. So ein Stoßdämpfer-Dingens voll. Oh nein. Okay, meinst du was? Komm, zeig mal dein. Oh, das ist mein Auto in echt. Eine CLA-5 ist yes. Was? Haha. Ich sag, du kommst zwei hoch. Du sagst, ich komm zwei hoch. Ja, nicht höher. Ich komm viel für höher, glaub mal, ne? Sagst du? Du bist viel zu langsam. Guck mal, aber Bro, guck dir das an. Ja, ja, aber bis jetzt... Ey, wir kommen beide entspannt. Oh no! Nein! Ah ja, jetzt hast du schon die erste Probleme. Das kann doch nicht sein. Ja, komm. Ja. Ah, okay. Richtig. Ich komm. Oh Gott. Ey, mein Panorama, das ist abgeflogen. Oh nein. Warte. Ey! So, warte. Ja, auch noch geschafft. Ey, du machst immer diesen Trick, dass du immer oben gegen fliegst. Ja, du musst so seitlich ein bisschen gegenfahren. Das hilft manchmal. Aber ich glaube, ich komme jetzt auch nicht mehr höher. Nee, aber bei mir, bitte, Nummer vier. Ja, rückwärts. Rückwärts hat es geklappt. Ey, mein Wagen ist komplett schrottlich. Für mich war es das hier. Du kommst nicht mehr höher? Für mich war es das hier, oder? Ja. Okay, ich komme sogar noch höher. Ich bin schon jetzt Level... Niemals. Level sieben. Was? Äh, Level acht. Oh mein Gott. Bro. Bro, Level neun. Ich komme gleich schon mit Double Digits, vielleicht zehn. Oh, was? Ey, das ist auch aber gerade komplett so eine Banane geworden. Yo, Bro, was ist das? Das ist, dein Auto schrummelt doch. Aber, nee, höher komme ich jetzt nicht. Es ist auch komplett kaputt. Es sieht so kaputt aus. Krass, krass, krass. Ah, gut. Der Punkt geht auf jeden Fall an mich. Dann droppe ich jetzt mal hier das nächste... Lol, normaler Bugatti. Haha. Was hast du bekommen? Bugatti? Ja, normalen Bugatti einfach. Oh mein Gott. Bist du ready? Ja, ich bin ready für dein Fahrzeug. Oh. Oh, jo, was? Was? Wie unfair ist das denn? Hä? Hat dein Ding auch so Hydraulik oder was hat das... Warte, warte, hat das Hydraulik? Ich glaube nicht. Nee, ne? Nee, es hat keine Hydraulik. Ey, die Felgen, die bewegen sich einfach, wenn du stehen bleibst. Yo, das ist ja voll unfair. Okay, ich gebe jetzt voll Gast mit meinem Bugatti. Oh ja, gar nichts, Bro. Nein. Was? Wie weit kommst du bitte? Oh mein Gott. Okay, warte, ich komme vielleicht ein bisschen noch nach vorne. Ey, ich bin bei 10. Ich komme nicht mehr höher. Du bist bei 10? Ich bin jetzt schon bei 10. Alter, was? Aber ich komme mit meinem Bugatti nicht höher gerade, Alter. Gucken, wie weit kommst du? Du kommst auch nicht mehr höher jetzt? Bei 10 war es das mit mir. Ah. Obwohl, ey, ich hätte gedacht, dass das weit kommt. Ich hätte auch gedacht, dass das weiter kommt. Das sieht auch viel krasser aus, würde ich sagen. Aber trotzdem gewonnen. Also, Amy K., du darfst jetzt ein Fahrzeug von deiner Reihe aussuchen. Und ich werde dann quasi auch eins nehmen. Und ui, ich habe echt krasse Fahrzeuge am Start, ne? So ein Audi, Leute. Ich glaube. Ja? Hä? Was denn? Du hast mir mal einen Monster Truck geklaut. Hier hat den Monster Truck. Ehrlich? Ha, der ist wohl nicht mehr da. Oh, na, hä? Okay, 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 okay. Ich habe aber auch hier noch einen Monster Truck gehabt. Der ist auch leider weg. Der ist auch weg. Okay, ich weiß, welches ich nehme. Okay, welches nimmst du? Ich nehme die Limousine. Lol, okay, ja gut. Dann nimmst du die Limousine. Dann nehme ich jetzt hier einfach den Audi jetzt hier. Der sollte auch, glaube ich, klar gehen. Der RSQ3. So, und dann bin ich mal gespannt jetzt hier. Oh, nee. Full Gummi. Ich glaube, dass du... Jawohl, aus dem Weg. Ey! Ja, wir sehen uns. Okay, okay, okay. Ich sehe es schon. Oh, oh, oh. Oh, nein, 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 nein. Nein. Komm, 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 komm. Level 6. Ich schaffe easy jetzt Level 5 und Level 6. Pass auf. Ich sag, du kommst da nicht hoch. Ja! Was? Bro. Bro, ich sag dir, rückwärts geht alles. Was? Ja, 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 ja. Bro, was? Du bist du? Nein, oder? Nee, oder? Bro, du kannst nicht so ein Auto gegen eine Limousine verlieren. Digga, das ist jetzt nicht wert. Was? Ich komme jetzt mit dem Wagen nicht hoch. Ich komme sogar hier noch hoch. Hey, das kann doch nicht sein. Nein. Okay. Bro, was? Bro, zählt das jetzt oder nicht? Ich büro die andere. Das kommt nicht mehr. Ey, du hast auf jeden Fall den Punkt bekommen, ne? Ey, warum komme ich mit dem Wagen hier nicht hoch? Ich habe es dir gesagt. Der Punkt geht auf jeden Fall an dich, MBK. Dann hole ich jetzt hier das nächste random Fahrzeug. Und es ist einfach irgendwie so ein... Was ist das denn? Das ist so niedrig, ne? Das ist so niedrig, Alter. Also egal, was für ein Auto ich bekomme. Ich glaube, ich komme höher als du. Ja. Oh nein. Oh, was ist das denn für ein Ding? Bro, das ist irgendein... Oh, guck mal, das ist noch ein Ding. Das ist ein Nagiwagi-Auto. Was? Ja, ich will gar nicht wissen, was ich alles... Oh mein Gott. Was? Ich wink dir zu. Yo. Okay, das ist crazy. Das ist echt crazy. Ich bin insane schnell. Alter, das sieht ja echt mal viel krasser aus jetzt. Okay, dann... Ey, das Auto, willst du mal gucken? Ja. Wo, guck mal jetzt. Wieso? Guck mal, ich wink dir zu. Ja. Und wir sehen uns da hinten, ja? Alter. Oh mein Gott. Was? Wie schnell... Wie schnell ist das denn? Aber pass auf, ich kann auch... Das, was du kannst, kann ich schon... So lange. Was? Bro. Springt dein Auto? Nee. Nein, nein, nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, ich hab dir gar nicht geholfen auf die nächste Zeit kommen, oder? Ja, danke. Ich komm auch hoch. Oh mein Gott. Hä, wo bist du? Yo, was? Das ist, ähm... Ey, das kann doch nicht sein. Okay. Ich bin jetzt ready für die nächsten drei Level. Ja, ich komm nicht höher. Ja, ich komm noch einen hoch. Ja, ich seh, ich seh. Alter, dein Wagen, ne? Was ist das für ein Ding? Krank, 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 krank. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, wieder ein Zuwing, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Was? Das schaffst du aber locker auch noch. Ich, ich sag, ich hab das noch easy, schaff ich das noch. Das ist einfach die Macht des Hagiwagis. Guck. Ey, was? Okay, also bei Stufe 12 ist auf jeden Fall auch das Ende bei dir. Ha, er kann selbst ein Hagiwagi-Auto nicht mithalten. So, ohne Spaß, ne? Die G-Klasse, die du da hast, die sieht echt ein bisschen scheiße aus. Deswegen muss jemand kurz den Scheiß abwerfen. Ey! Bro, warum? Ja, steig ruhig ein, nimm ruhig die G-Klasse, kein Problem. Ich nehm die jetzt auch. Ja. Ich nehm die jetzt auch. Nimmst du jetzt auch deinen Geländewagen? Ja, ich nehm jetzt... Nö! Was, warum sabotierst du mich? Mein anderes Auto brennt auch! Jawohl, okay, das heißt, es wird Zeit für die Random-Faktion. Fahrzeuge wieder. Okay. Du willst das nehmen? Du kannst doch das nehmen. Ich kann dann auch mal... Nee, alles gut. Das ist jetzt auch kaputt. Ja, das ist auch kaputt gegangen, ne? Das ist auch kaputt. Dann spaw mal dein Random-Faktion. Okay, ich spaw dann meins mal rein. Und boom! Random-Faktion. Random-Faktion und okay. Oh mein Gott. Was ist das für ein Ding? Was heißt das Ding? Das ist ein Koruma? Ich weiß auch nicht. Egal. Wie sieht nicht schlecht aus? Aber jetzt brauche ich das Auto, was ich jetzt fertig machen will. Bruder, was ist das denn? Ja, aber das Ding ist, deins ist halt vorne höher. Es ist richtig hoch, ne? Ich gebe jetzt trotzdem schon mal Vollgas. Hier, hau rein, Kollege. Oh mein Gott. Bro, du bist extrem schnell unterwegs. Nein, ich komme... Oh doch, ich komme hier noch höher. Doch. Aber Bruder, guck der... Nein! Easy. Bro, easy peasy. Hau rein jetzt hier, Kollege. Ich will noch eine Runde. Hier fliegt ein Vogel voll langsam neben mir. Okay, wo bist du? Hier? Nein! Ja, ich wusste es, Digga. Ich komme, wenn du hier was auffallen. Ich sage, der Rückwärtsgang regelt. Der Rückwärtsgang regelt bei dem Teil? Regelt meistens bei solchen Autos, regelt der Rückwärtsgang. Und in der nächsten Ebene, regelt der Rückwärtsgang auch? Ja, meiner Regel, ja... Nicht. Nicht ganz. Nein! Nicht. Ich bin von der Rampe runtergefallen. Nein. Aber ich komme auch nicht mehr weiter. Mein Wagen ist doch komplett kaputt. Ich kann mit dem nicht mehr fahren, leider. Egal, unentschieden für die Runde. Okay. Was machst du denn schon wieder? Digga, warum hast du eigentlich auf deinen Rollstuhl gekackt? Das war mein Rollstuhl, ne? Warum hast du meinen Rollstuhl zerstört? Ja. Weil du raufgekackt hast. Das sah einfach nicht gut aus, gerade. Dann zeig jetzt mal deinen Random-Vator. Ich spau meinst jetzt gleichzeitig mit rein. Und... Und... Stark! Ich habe schon wieder eine Corvette. Ich habe die Hot Rod oder wie der heiß? Stimmt, ja. Okay, mal gucken, wie er jetzt höher kommt. Also, das Ding ist, ich habe die ganz normale Corvette halt. Aber jetzt nicht in der Polizei-Version. Guck dir das an. Ja, ich sehe es dir. Nein. Oh mein Gott. Bro, was? Ja! Das Ding ist, ich glaube... Was glaubst du? Ich habe eine gute Chance, weil ich kann das Hot Rod hochziehen. Nein. Du kannst das Ding hochziehen. Ich kann das Ding hochziehen. Wie, du kannst das Ding hochziehen. So, guck jetzt, guck jetzt. Oh mein Gott. Warte, ich sehe, wie gut es funktioniert. Also, meine Corvette, Alter, die, wenn ich dagegen knall, springt die extrem hoch. Ja, und ich habe einen Cheat-Code. Wie, du hast einen Cheat-Code? Ich sage dir jetzt so, wie es ist. Guck dir das an. Was hast du gemacht? Ich sage es dir nicht. Hä, was hast du gemacht? Und? Ja, bester Cheat-Code der Welt. Ja, bei dir auch. Bei dir auch. Das kann nicht sein. Nein. Bitte, wir können nicht beide hier sein. Komm schon. Oh, ja. Nein. Oh mein Gott. Okay, ich komme auf jeden Fall auf die nächste Ebene. Ey, das kann nicht sein, dass ich hier nicht höher komme. Guck dir das an. Guck dir das an. Dank deiner Motorhaube. Was? Hier, nimm den Spider-Burger. Ey, geh weg mit denen. Geh weg mit denen. Ja, okay, okay, warte. Ich komme erst mal easy ein höher. Ja, ich. Bro. Das zählt doch. Wolltest du mich gerade... Boah, der Spider-Burger ist sauer, ne? Ja, der soll da sauer sein. Nee, du kommst nicht höher. Ich komme jetzt, pass auf, hier easy nochmal auf neun. Gar nichts. Gar nichts. Und ich komme jetzt nach. Ich komme jetzt nach. Du kommst nach, ehrlich? Nee. Mein Auto qualmt schon, Alter. Ich probiere es jetzt noch einmal mit dem Hot Rod nach. Ja, zeig mal so drauf, was ich teile. Ansonsten? Aber ich komme nicht höher mit dem Teil. Das geht nicht. Nee, ich komme auch nicht höher. Du bist ein nur vor mir. Ja, trotzdem reicht ja für dich. Jetzt komme ich auf jeden Fall mit einem heftigen random Fahrzeug. Let's go, let's go. Pass auf, Kollegen. Was ist das denn? Guck dir, meins. Oh nein, wie niedrig es ist. Alter, das ist echt voll niedrig, Bro. Was ist das denn? Kann ich? Alles hydraulisch? Au rei, Bruder. Mach's gut jetzt hier, ne? Wir sehen uns. Auf der anderen Seite. Ey, aber dann warst du jetzt mein Fahrrad weiter nach vorne gehauen. Ja, ja, ja. Aber was ich sage dir, das Ding ist gleich richtig heftig. Ich komme damit jetzt überall rüber. Du wirst gleich sehen. Kommst du echt? Also warst du nicht so ein Fahrrad-Profi? Hau rein! Bro. Das kann keine Wheelies machen, leider. Aber es geht tot. Siehst du das? Ich komme meinem nicht mehr hoch. Meins kann es so hoch bauen. Oh Gott, aua, aua. Was auch, ich sage dir mein Fahrrad. Ich muss jetzt einmal ganz kurz. Doch! Nein, als ob. Okay, warte, ich komme jetzt Geschwindigkeit. Achtung, fast den Vogel berührt. Ja, nein. Guck mal, ich sage dir so, wie es ist, Leon. Das ist dein Untergang jetzt mit dem Fahrzeug hier, ne? Ey, das kann nicht sein jetzt hier mit dem Teil. Was ist das denn ein doofes Fahrrad? Was ist denn im Weg jetzt hier? Ja, finde ich schade, dass deine Fahrrad-Skills nicht mehr so sind wie früher. Ja, aber ich kann mich ja nicht verspringen. Das ist so ein Rennrad einfach. Also ich brauche gar nicht höher. Ich brauche gar nicht höher. Ich warte, gucke hier und genieße die Show. Schnell! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey, na okay, ich gebe es auf. Ich komme mit dem Ding nicht höher. Let's go. Mann! Weißt du, was ich sagen würde? Was denn, ja? Wir machen jetzt noch eine Vehicle-Random-Runde. Und der Verlierer fällt der nächsten Runde in den Rollstuhl. Nein, Bro, what's off? Okay, na gut. Komm. Dann, ich würde sagen, jetzt bauen wir dein Random-Vehicle rein. Ich bin mal gespannt, was du hast. Ich hatte eh, ich habe die ganze Zeit so krass. Was ist das? Ah! Oh mein Gott, das ist ein Mercedes. Das ist echt ein Mercedes, so ein SLS oder so, ne? Aber der ist total spitz und das heißt, bro, ich muss sagen, es sieht nicht gut aus für dich. Bitte. Kriegst du noch einen Schlag? Ich habe jetzt nämlich richtig... Oh, wir haben einen Range Rover. Nein! Nein, ich sehe mich im Rollstuhl. Oh, nee. Okay, pass auf, hau mal rein, Kollege jetzt hier, ne? Ich hau rein. Meiner ist nicht mal schnell, ne? Oh nein, ich habe den Vogel. Oh! Bro, also... Oh, was? Ja, aber guck mal, meiner kann jetzt hier... Was? Ja. Was? Weil er kann? Stark. Okay, warte, ich glaube, ich kann aber mit dem Rückwärts hochfahren, ne? Was? Komm, bitte. Bro. Ich habe gerade noch mal hofft, dass ich nicht... Ich werde jetzt alles geben, um da hochzukommen. Nein. Du musst nur eine höher kommen als ich, ne? Als ob es jetzt unentschieden ist. Das wäre zu witzig. Bro, ich komme nicht höher. Was ist das? Einer kommt hier hoch. Einer wird hier hoch kommen. Nicht runterfallen. Ach, ey, Bro, keine Chance mehr im Wagen. Keine Chance. Ich... Ey, wir müssen noch eine Runde machen. Noch eine Vehicle-Runde. Ich mache das jetzt. Nee, es geht nicht. Jetzt hänge ich hier sogar fest. Bro, in der Lens gibt es noch eine Runde. Okay. Dann zeig mal, was du drauf hast. Wir spawnen uns in einem Random Vehicle rein. Und zwar... Let's go. Drei, zwei, eins, boom. Bruder. Was? Oh, was? Nein, ey. Voll die ehrlichen Fahrzeuge. Es geht so viel auf, dass wir haben. Boah, aber deine Reifen sind so schräg. Das ist die Meta. Ich sag das immer. Nein, nein, du bist viel tiefer gelegt jetzt. Guck dir das doch. Oh mein Gott. Es war jetzt, glaube ich, so kritisch. Ja. Oh mein Gott. Meiner ist aber auch richtig kritisch. Oh. 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 Ich komme auch noch höher. Alles entspannt. Nein. Ey, Bro, das kann nicht sein. Nein, das kann nicht wieder sein. Es ist rückwärts, rückwärts zu 100%. Nein, du musst höher. Wir sehen uns. Ich sag dir so, wie siehst du das in die schrägen Reifen? Ja, ja, ja. Stimmt, du kannst mit dem so... Alter. Let's go. Was? Komm. Warte, warte, ich habe einen Trick. Ich habe einen Trick. Oh mein Gott. Okay. Nein, Bro. Du hast Quenentilfe, oder? Als ob du den Trick jetzt auch hast. Ich habe so einen coolen Trick raus. Was? Ja. Nicht mit mir. Ich sehe dich im Rollstuhl. Ist es dieselbe Art Auto, ne? Ja, ich glaube schon. Nein. Ich sehe dich im Rollstuhl, mein Freund. Tschüss. Okay, warte, warte, warte. Ich probiere es nochmal ganz kurz. Ja. Oh, aber der Ansatz war gut bei dir. Warte mal. Während ich auf Nummer 9 schon oben drauf bin, warte ich auf dich. Was, Bro, als ob. Ja, okay. Ich glaube, ich probiere es nochmal mit vorne hier. Aber ich glaube, ich komme mit dem Teil nicht höher. Okay. Bro, keine Chance. Ich steige sogar aus, Bruder. Ich steige sogar aus und schaue ihn. Keine Chance, Alter. Ich komme nicht höher. Nein, ich muss in den Rollstuhl. Ey, ich kann auch ein schlechtes Auto bekommen. Stimmt, ja, stimmt. Ich zeige mein Fahrzeug ja schon mal für die nächste Runde, dann zeige, was du hast. Ja, bitte keinen Rollstuhl. Oh mein Gott. Was bekommst du? Was bekommst du? Was bekommst du? Nein. Wo bist du? Oh mein Gott. Bro, das ist ja voll unfair. Der ist doch nur noch vorne höher gelegt. Ey, ohne Spaß. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich verliere, ne? Wahrscheinlich verlierst du, oder? Wahrscheinlich verlierst du. Ich bin hier im Rollstuhl, Bro. Nein. Hilfe. Das ist nicht dein Ernst. Hilfe. Hau mich um. Hau mich um. Ich hau dich um. Ich helfe dir auf. Danke. Danke. Das riecht like. Oh mein Gott. Ich helfe dir. Danke. Oh Gott, danke. So, warte. Ich glaube, ich muss mit dem wahrscheinlich so fahren. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das war schon bei Diggi. Ja, guck mal. Bro. Also irgendwas. Warte mal. Hä? Hier ist so ein Knopf bei dem Rollstuhl. Was kann der dann? Der kann nichts. Kann ich nicht. Ey, der Rollstuhl ist. Hä? Oho. Digger. Warte mal. Warte, hier auf der linken Seite ist auch noch ein Knopf. Was kann denn der Knopf jetzt hier, bitte schön? Oh mein Gott. Bro. Was war das denn? Ich glaube, der hat so ein Sprungknopf oder sowas. Hä? Wie? Ich kann jetzt. Alter. Bro, du. Nein. Alter, der kann springen. Warte, ich verrückte, ich verrückte, ich komme rückwärts hoch. Kein Problem. Oh. Nein. Bro, ich glaube, das war's. Bro, der Rollstuhl ist aber 360. Ich glaube, wenn du es richtig teilst, kommst du mit echt hoch. Ich komme mit jetzt echt hoch. Hau rein, du lachst es hier. Ich habe Tränen in den Augen. Hau rein. Ich auch. Ja. Bro, alles entspannt hier. Der beste Rollstuhlfahrer. Ja, ich warte auf der nächsten Ebene. EU-West. Zack. Hä? Ey, das ist aber Schummeln. Warum kann ein Rollstuhl springen? Bro, ich weiß auch nicht, wie oft der Knopf abdrücken kann. Ey, Bro, das ist doch voll perfekt. Ey, das ist... Ich komme hier voll höher. Wir haben uns... Ey, das ist eigentlich die Bestrafung, das weißt du. Ah. Ja, Bro. Nein. Guck mal, warte, das ist ein Vogel. Aus dem Weg, der Vogel. Okay, ich komme noch easy hoch. Nein. Nein, nein, nein. Stark. Nein, nein. Ich komme nicht höher jetzt hier. Ich komme nicht höher. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr schnell aus. Oh mein Gott. Oh, was? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ey. Bro, das kannst du... Alter, hau rein jetzt. Okay, ey, ich sag's dir. Das kannst du niemandem erzählen. Ich kann jetzt mit dem Rollstuhl... Ich komme jetzt bis aufs Endlevel, ist dir bewusst, ne? Guck mal, hast du den Backflip gesehen? Bro, ganz... Der kann einen Backflip. Bro, rein. Ich sag's dir, ich komme jetzt bis ganz da oben. Ich komme nicht höher. Ich komme nicht höher. Aua. Nein, ich komme nicht mal von Rollstuhl rauf. Ich komme hier nicht mehr höher. Ja, Bro, ich sag's dir auch. Ich werde es mit dem Rollstuhl gewinnen. Guck mal, pass auf. Ey. Nee, das war's für mich. Ey, mein Auto, das fällt schon auseinander. Bro, ich kann mit den Dingern hier Backflips machen. Ich bin schon auf Level 12. So war noch kein Fahrzeug. Oh mein Gott, bitte. Doch, also höher als 12 war niemand. Abfahrt hier. Abfahrt. Alter, ich mache Backflips bis zum Gehtnichtferdner. Bei mir war's das. Ja, Bro, guck mal mal zu. Guck mal. Ja, ich mache Backflips die ganze Zeit. Willst du? Ich bin schon mal schon 15. Was ist denn das? Ich war die ganze Zeit perfekt Backflips. Kannst du unendlich hochspringen? Äh, weiß ich nicht. Ich komme auf jeden Fall richtig hoch. Ich guck mal, warte mal ganz kurz. Ich mache jetzt noch mal ein bisschen weiter. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich. Viele Monate später. Alter, ich habe es sogar schon auf Stufe 27 geschafft. Komme ich jetzt nicht sogar auf 28, ist das für die Frage. Niemals. Bro, ich kann so davon treten. Was? Bro, was? Äh, 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 komm mal nicht zu nah. Komm mal nicht zu nah. So, ey. Ey, ich schaffe es niemals. So, abfahrt jetzt, Stufe 28. Jo, was? Alter. Alter, das Ding. So, das Ding wird auf jeden Fall auf die höchste Stufe jetzt kommen. Das Test geht jetzt aus. Ich werde jetzt noch ein paar Mal hochfahren jetzt hier. Das gibt es nicht. Ja, und dann sehen wir uns gleich. Frontflip noch dazu. Irgendwann später. Ey, Stufe 8, das ist auch geschafft. Jetzt kommt das vorletzte, MBK. Das ist schon frech. Also wirklich? Was ist das für ein Rollstuhl? Rollstuhl? Ja, das ist am Anfang mega witzig, aber der hat einfach die krassesten Optionen. Ich bin ganz oben, es sind Diamanten und Gold. Das ist das, das ist der Level. Yo. Das ist... Nein. Ey, ohne Spaß. Ich habe einfach gewonnen mit dem Rollstuhl. Dankeschön, dass ich verloren habe eben. Das ist mein Gold. Du hast geschummelt. Ja, hier, guck mal, der Pokal geht an mich. Kein Problem. Gewinner tanzt das nochmal ganz gut. Hey, krass krass. Du hast mal verdient. Ey, du hast mit dem Rollstuhl gewonnen. Ich weiß, boah, ich weiß, es ist auch echt so krass. Murkan, ich habe eine krasse Aufgabe für dich. Okay, weil welche? Und zwar haben wir jetzt hier gerade sechs verschiedene Autos bei uns am Start und wir müssen heute mit einem Random Vehicle probieren, die Rampe runter zu kommen. Und wer das Ganze häufiger überlebt, bekommt einfach 100 Euro. Was? Okay, dann bin ich ready. Ich bin ready. Okay, dann spawn mal dein Random Vehicle rein. Ich bin sehr gespannt. Oh, was ist denn das? Okay, komm, ich komme jetzt auch mit meinem Random Vehicle. Und ich kriege... Oh, ein Ferrari. Guck dir das an. Aber ist schnell gut, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch noch nicht, wie die Rampe aussieht. Ich bin jetzt mal gespannt. Deswegen, komm mal losgedüst jetzt hier. Ich bin hinter dir. Und wir fahren... Wow. Hast du abgebremst? Oh, nein. Nein, 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 nein. Das könnte... Oh, ich komme bis jetzt ganz gut auf. Alles entspannt. Und ich komme nicht gut auf. Oh mein Gott, ich wurde zum Glück abgebremst. Oh. Ich sehe deine... Verdammt. Ich sehe deine Räder, die da vorne warst. Ich sehe dich. Oh, oh nein. Als ob ich runterfall. Bitte. Komm schon. Nein. Oh. Ich bin runtergefallen. Nein, 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 nein. Oh, ich bin auch was runtergefallen. Alter. Als ob das... Nein. Ich bin auch runtergefallen. Tja, jetzt bin ich auf jeden Fall ein bisschen weitergekommen als du. Da das aber erst die Testrunde war, gebe ich dir noch kein Fahrzeug. Deswegen, komm mal mit deinem Random Vehicle jetzt hier am Start. Oh. Stark. Das sieht echt nicht schlecht aus. Ey. Oha, was ist das denn? Und ich habe auch so ein GTA-Auto, glaube ich. Tschüss. Wie ist das denn so schnell? Du bist echt voll schnell mit dem Ding. Ich kriege dich gar nicht eingeholt. Oh. Ich habe den Schatten bekommen. Bro, ich bin direkt raus. Ja. Oder? Ich komme noch... Alter. Ich fliege echt gut über die Rampe gerade rüber. Oh nein. Kontrollieren. 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 Oh Gott, ich mache 360. Dürfen wir cheat und langsam fahren? Alter, ich komme gut durch gerade. Nee, nee, nee. Du musst schon Vollgas geben. Ja, okay. Oh. Oh mein Gott, ich wurde voll abgebremst. Okay, das ist ganz gut. Ich habe es jetzt schon fast geschafft. So. Und. Yippie. Ich habe mein erstes Fahrzeug. Aber ich bin noch drin. Und der erste Punkt. Äh. Wieso? Ja, es kann unentschieden werden. Wo bist du denn? Oh. Nein. Hahaha. Bro, warte, warte. Das kann ja was werden. Ja? 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 Hast du gesch... Hahaha. Bro, ich werde abge... Ich wurde abgeknallt. Hast du geschossen? Nein, habe ich nicht. So etwas würde ich nicht machen. Also bist du runtergefallen oder was? Ich bin runtergefallen. Ja, dann geht auf jeden Fall der allererste Punkt an mich. Hm, welches Fahrzeug könnte ich dir denn jetzt hier geben? Wir haben ja auf jeden Fall ein paar am Start. Oh nein, ich habe einen Ferrari, der echt schlecht ist, ne? Ich würde sagen, dann nehmen wir doch mal hier... Ey, aua. Dann nehmen wir hier so ein altes Fahrzeug. Du solltest ein altes Fahrzeug da jetzt nehmen. Das sieht auf jeden Fall echt gut aus. Das hier? Ja, genau. Das ist ein Porsche. Ach, das ist eine alte Röhre, ist das. Mehr nicht. So, ich komme jetzt hier mit meinem... Oh! Haha. Also ich glaube, Lego ist noch älter als mein Auto, ne? Mein Lego Bugatti Rocket Voltic. Ey, was? Kau rein! Was? Das ist ein Voltic, Bro! Uhuhu, uhuhu, uhuhu. Das ist unfair. Ich bin mega weit... Oh, warte. Ich kriege direkt nochmal einen Boost. Das heißt, warte. Ich bin wieder runter. Haha. Ey, das gibt es nicht. Nein, nein, nein. Bitte, bitte. Nein, nein. Bist du? Nein. Nein. Boosten. Boosten. Ja! Wie? Nein. Ey, Mann. Ich dachte, ich schaff's vielleicht mit dem Ding, aber nein. Ich bin kritisch komisch aufgekommen damit. Da ging der Punkt auf jeden Fall schon wieder an mich, aber ich hab jetzt mal keine leichte Gnade. Das heißt, spawn mal dein Random Vehicle, ne? Hä? Ich bin außerdem sowieso grad mit einer Bestrafung gefahren. Ach ja, du hast recht. Dann spawn rein dir dein Random Vehicle. Ich bin gespannt. Oh, Motorrad ist echt eigentlich sehr gut. Mein Motorrad? Vielleicht kann ich den Trick machen. Oh, du könntest echt vielleicht den Trick machen. Alter, mein Fahrzeug fährt voll komisch. Hat voll die komische Lenkung. Ich hab voll große Räder und du fährst dann mit dem Motorrad. Aber, Alter, wie du fliegst. Alter! Nein! Ich seh dich links! Vielleicht krieg ich mich doch. Du kriegst dich niemals. Das geht mit dem Motorrad gar nicht. Oh nein. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Nein. Ich bin auch runtergefallen. Ich glaub, wir sind ungefähr gleich weit gekommen. Kann das angehen? Ja, ich glaub schon, ungefähr. Okay, dann lassen wir jetzt mal hier ein Random Vehicle rein. Uh, was ist denn das für ein Ding? Bitte sag nichts. Du hast einfach... Sag so ein Richtiges. Okay, also wenn du das damit schaffst, ne? Ja, hallo. Lass mich mal in Ruhe jetzt hier mit... Ey, ich kann mit kaum lenken. Oh, pass auf! Ey! Mach es gut. Oh nein. Oh nein. Alles gut. Noch lachst du. Ich fall hier ganz entspannt. Hey, du musst Vollgas geben. Ich mache ja auch Vollgas, aber ich bin hier ganz entspannt mit meinen Lenkungen. Alter, ich job hier gerade jedes Mal perfekt rein jetzt hier bei dem Ding. Oh, oh. Oh, oh, nein. Jetzt geh ich grad nach links. Was soll das? Ja? Alter. Ich glaub, ich krieg meinen ersten Punkt, Bruder. Ich krieg auch meinen ersten Punkt. Ich bin doch vor dir da. Nein! Mein erster? Du hast schon einen. Nein, du hast recht. Oh, no! Alter, erzähl ich. Wir müssen den Milchbeton da unten bringen. Ja. Was? Bitte. Nein. Nein. Oh, nein. Ich glaub, wir waren schon wieder jetzt gerade beide gleich. Ich glaub, ich war ein bisschen weiter. Sag ich dir ehrlich. Ah, ist okay. Na klar. Guck mal, ich geb dir... Du hast nur gute Wagen, ne? Ich hab eigentlich ganz schnell wieder Autos. Ich sag's dir. Du nimmst den Oldtimer Lamborghini hier. Den Oldtimer Lamborghini Diablo. Ich hoffe, der ist nicht schnell. Bitte. Ich glaub, der ist richtig cool. Der ist, glaub ich, richtig cool. Guck dir den mal an, Alter. Ich bin richtig cool. Guck. Countach. Oh. Wieso hast du mit deinem random... Was kriegst du, hä? Abfahrt mit deinem random... Oh. 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 Ein Bentley. Oh. Was ist das? Ist das ein... Rolls Royce? Hä? Ist das ein GTA-Auto? Das ist ein GTA-Auto, ein Cullinan. Ah. Ha. Stimmt. Ja, Cullinan. Rolls Royce. Oh. Okay, ich bleib hinter dir. Ich weiß nicht, wieso. Wuhu. Wow. Alter, bist du schnell. Yo, mein Lamborghini ist richtig cool, Alter. Danke fürs Aussuchen. Oh. Ey, weh, du bist auf die Bremse, ne? Nein, nein. Ich geb Vollgas die ganze Zeit. Ich geb die ganze Zeit Vollgas. Okay, ich komm ins Tränen. Ich komm ins Tränen. Ich droppe gerade jedes Mal gut rein. Oh nein, jetzt ist es nicht gut. Oh, das war schon... Ich bin schon wieder runter. Ich hab noch keinen Punkt, ne? Jebi. Es ist die Härte, Alter. Das war der einfachste auf der ganzen Welt. Ich sag dir... Und ich hab dir den gegeben. Und du hast ihn mir gegeben. Ich hab schon jetzt zwei Stück. Das heißt, zwei Punkte für mich. Ha, ha, ha. Danke auf jeden Fall fürs Aussuchen, Möker. Mal gucken, was du... Oh, was ist denn... Hallo, haben Sie ein Taxi bestellt? Ich... Ne, was ist das? Ja, ich hab leider nur ein Motorrad bestellt. Ha, ha, ha. Wie? Ja, das heißt, der nächste Punkt geht safe an mich, Kollege. Du hast auch noch so ein Rennbike. Ja, ja, hau rein. Mach's gut. Wir sind jetzt auf der anderen Seite. Oha. Oh, oh. Gar kein... Oh nein. Oh nein. Oh. Jetzt aber. Jetzt aber. Ja. Ich kann fliegen. Noch nicht ganz. Nein. Nein. Ja. Rette mich. Rette mich. Nein. Wie? Ich fall vorbei. Au. Ja. Warst du schon unten? Ich war fast unten. Ja, ich mach mal entspannen hier. Wie langsam fährst du denn? Ja, der fährt so. Sacrebleu heißt der. Was heißt das? Ha. Das ist, glaube ich, so ein französisches Auto. Oh Gott. Oh. Du warst ja für die Sixties, bis du gehst nicht mehr. Aber gute. Wie viel Glück kannst du denn haben? Bitte. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Bin ich drauf? Oh mein Gott. Was? Wie viel Glück kann man wohl schon haben? Easy. Das war so easy. Okay. Dann geht auf jeden Fall der Punkt an dich. Nicht schlecht. Du darfst mir jetzt natürlich ein Fahrzeug aussuchen oder ich soll ein random Vehikel nehmen. Ist dir überlassen. Du nimmst ein random Vehikel, würde ich sagen. Ich bin nicht so. Wir sind ja Freunde. Immer noch. Ey. Du wusstest dann, wenn du nicht so eine Schrottkarre bekommst. Wir beide haben so GTA-Karren bekommen, ne? Ja, aber guck dir mal das hier an, was ich für ein Ding hab. Wie? Let's go. Du schaffst es. So eine Rostlaube habe ich hier. Alter. Oh, ich droppe gut rein. Danke. Hui. Oh nein, ich droppe wieder sowas von runter. Ich bin schon unten. Oh. Ich bin schon unten. Oh. Ich bin schon unten. Oh, ich will mal noch den Punkt aber safe nachholen. Alter, ich sehe es. Oh. Was? Nein. Nein. Was? Ja. Tja, aber jetzt bin ich auf jeden Fall ein bisschen weitergekommen als du. Das bedeutet, dass ich dir jetzt hier dieses Polizeiauto gebe. Damit musst du jetzt fahren. Warte, aber dann musst du vorsichtig fahren, ne? Ja, ja. Ich fahre schon vorsichtig. Keine Sorge. Ich mache jetzt hier ein random Vehicle. Und? Oh. Hey. Was ist denn das? Einmal bitte rechts ranfahren. Einmal bitte rechts ranfahren. Ein Bettmobil. Hau rein. Der Herr, sie fahrt so schnell. Hau rein. Ey. Okay, ich schwebe. Hoffentlich. Okay. Oh nein. Ey, ohne schweben. Oh mein Gott. Okay, 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 ohne schweben. Uuuuh. Du fliegst, oder? Uuuuh. Wow. Wow. Und damit der dritte Punkt schon an mich. Nein. Mir fehlen noch zwei Punkte, Mökan. Dann kriege ich 100 Euro, ne? Ich will jetzt sagen, ich bin schon runtergefallen. Kein Problem. Gleich war noch ein Comeback, sag ich. Ja, ja. Das würde ich sehen. Mir fehlen nur zwei Fahrzeuge. Okay, dann Spawner. Uuuuh. Das ist natürlich belastend eigentlich, ne? Alter, und ich habe so ein Subaru oder so. Mitsubishi, ne? Mitsubishi. Irgendwie so ein Fast and Furious Auto. Ey. Mann, ich habe schon ein schlechtes. Hihihihi. Bitte, lass mich hin. Alter, warum ist dein Fahrzeug so zerbrechlich? Ja, ja. Tschüss. Oh Gott, nein. Ech? Oh, verdammt. Ich bin fast runtergefallen, deswegen. Ich auch. Bitte. 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 Mann, Leon. Du darfst doch mal oben fahren. Komm doch mal nach oben. Nett, danke schön. Mit dem Auto komme ich bestimmt weiter. Okay, dann fahr mal los jetzt hier mit dem Schrott. Ja, nachdem du so komplett kaputt gemacht hast. Mit dem Schrott-Ding. Ja, das war es ja du. Du bist ja gebremst. Äh. Das ist, du machst das. Bro. Du hast mich gerade, hast du mich gerade zweimal? Okay. Alter, ich weiß nicht, was mit meinem Auto los ist, ne? Aber das hat auf jeden Fall richtig Power gehabt. Okay, jetzt hier aus dem Weg. Ich stapel jetzt hier entspannt den vierten Punkt. Oh, ich komme echt richtig schwierig auf. Ich komme so schwierig. Nein. Und das war's? Das war's? Ja. Das war's mit mir. Ey, du hast aber auch echt richtig Pech gehabt mit deinem Fahrzeug, muss ich sagen. Ich bin weitergekommen, ne? Würde ich jetzt mal nicht so behaupten. Deswegen nimmst du jetzt hier für diese schlechte Behauptung erstmal dieses Schrottauto jetzt hier. Ey, wieso habe ich nur Oldtimer? Das ist echt... Und ich komme jetzt hier mit einem richtig coolen Monster Truck gefahren. Du willst doch direkt, wenn du... Vollspeed, ne? Vollspeed, ne? Vollspeed, ne? Mhm, aber Vollspeed. Oh mein Gott. Okay. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Ey. Ey. Ja, yo, wie du dich trotzdem gefangen hast. Mit dich, mit dich. Ey. Mann, Leon. Bro, das warst du mit Absicht. Das gibt's doch nicht, bitte. Ich will nicht mal wieder direkt raus. Das gibt's doch nicht. Ja, jetzt komm du erstmal runter. Ja, das ist nicht so einfach, bitte. Ich geh schon vollgas. Das sieht so lustig aus. Das ist nicht so einfach. Hilfe. Ey, du fährst einfach mit einem Hunde-Monster Truck runter. Nein. 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 Nein, Mann. Oh, der Hunde-Monster Truck war echt blöd. Alter, das Ding dreht sich voll schnell. Das ist auf jeden Fall echt ein sehr stabiles Random Vehicle, was du gerade bekommen hast. Ja, das... Möchtest du Tacos kaufen? Das sieht ja sehr, sehr cool aus. Mal gucken, was ich... Oh, was ist denn? Oh, meine Hinterscheibe hast du jetzt gerade kaputt gemacht. So vorsichtig, ich muss noch Bikini Bottom. Bisschen Tacos verkaufen. Alter, warum bist du so schnell mit dem Ding? Wann bremst du da eigentlich? Wie? Du bremst da jedes Mal, das habe ich gesehen. Nein, der Wagen ist so langsam. Ja, ja, ja. Bro, ey, ich fahr gerade wirklich mit einem Würfel runter, ne? Glaub mir, du musst einfach nur Gas geben. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, ich fahr runter mit dem Ding. Nein! Also bei mir... Ich sag das sogar nichts. Oh, du fällst auch runter. Ich sag das sogar nichts. Ungefähr gleich weit runtergefallen. Das heißt, ich darf dir leider kein Fahrzeug geben. Du hast nämlich auch nur noch drei Stück, Kollege, ne? Nur noch drei Fahrzeuge. Okay. Ja, ja, kein Schuss. Random Vehicle. Alter. Rottweiler jetzt. Ein Rottweiler Monster Truck. Eben warst du auch ein kleiner Welpe jetzt. Nein, du hast den Motorrad schnell. Schnell dich wegraben. Warte mal. Hä? 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 Was machst du da mit mir? Was hast du da für ein Ding? Was ist das? Das ist ein unsichtbar... Alter, das sieht richtig krass aus. Das kann nicht fliegen. Das ist nicht unsichtbar. Äh, okay. Ich gebe mal lieber Vollgas mit meinem Monster Truck jetzt hier. Hau rein, mach's gut. Nein, mach's gut. Ich kann direkt den Wheelie ziehen. Hui. Alter. Du drückst mich ja sogar ein. Oh. Aha. Oh nein, Leute. Äh. Oh. Oh. Ich fall runter. Nein. Und du? Ich sag wieder nix. Ich sag nix. Aber ich bin weitergekommen. Wirklich. Verdammt, ey. Okay, ich glaub, dir habt es gesehen. Na, welches Fahrzeug soll ich nehmen? Du nimmst den gelben. Also, wenn du schon so fies zu mir bist, sind alle meine schlechten Fahrzeuge mir gegeben. Obwohl, ich weiß nicht, ob das schlecht ist, ne? Äh. 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 Der sieht ein bisschen aus wie Transformers, dieser Bumblebee. Der sieht echt richtig cool aus. Und du kriegst hier so einen Partybus oder so. Der Maya High Club. Alter. Mein halt krasses Handling. Wirklich? Kann ich dich auch handlingen? Ey, das zählt nicht. Als ob ich direkt wieder bestraft werde. Ich werd... Oh mein Gott. Das ist nicht auch mit runtergeschossen. Okay, nochmal mal vorne. Das zählt nicht. So, jetzt gib hier voll... Alter, mein, dann richtig krass so Drift... Sag mal, du fährst doch auch echt jedes Mal richtig lange runter. Nein, 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 nein. Dann kann das doch nur schwer sein. Hui. Guck, jetzt geb ich richtig Vollgas. Oh nein, Alter. Mein, das ist richtig schwierig. Der richtig dores Handling. Oh. Ich fall jetzt schon runter. Mann, das... Ich fall jetzt schon runter. Wo bist du? Ich bin runtergefallen, aber viel weiter vorne wie du. Ah, Glück gehabt. Okay, komm, dann müssen wir jetzt ein Random Vehicle machen. Und... Oh, guck dir den an. Was? Ich dreh durch. Was denn das? Aber weißt du, meiner... Lass... Warte, wieso ist man so... Ich danke dir. Mann, bitte. Gern geschehen. Bitte. Gern geschehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. 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 Ja, aber ich hab's gut gehabt. Mein BMW war so cool. Ich wollte ein bisschen mehr ausprobieren... Was ist das? verdammte Axt. Nein! Weil ich bin weiter gekommen als du, ne? Du bist viel weiter gekommen. Alter, der BMW war cool. Das ist echt richtig cool. Dann, darfst du dir jetzt hier wieder ein Fahrzeug nehmen. Und ich würde sagen, du nimmst jetzt hier dieses komische Zukunftsding. Das wird jetzt ein Dreieck felgen. Und nicht schnappen, ja, deinen Nachbarn. Ey, Mann. Auch nicht grad besser. Oh Gott. Hau rein. Lass mich in Ruhe. Juhu. Okay. Oh, ich bin gut reingejobbt. Alles bis jetzt noch richtig. Nein. Gefangen wie ein Fischfänger. Nein. Oh Gott. Ich brauche auch grad einen Fischfänger. Wie bist du runtergefallen? Ich bin draußen. Ich auch. Ich auch. Nein. Das gibt es nicht. Na, dann wird es auf jeden Fall Zeit fürs Random Vehicle. Und, uh, ich hab so ein richtig krasses Grip-Fahrzeug. Jo, er kriegt einfach LKW. Du hast ein Grip-Fahrzeug? Du hast ein Schneemobil. Ja, damit habe ich richtig viel Grip. Egal wo. Das, was du brauchst, ist Grips. Das, was du brauchst, sind ein paar Punkte. Ja, das stimmt auch leider. Oh, Mann. Und ich schnappe jetzt hier nämlich die neun Punkte. Bitte nicht, bitte nicht. Oh mein Gott, ich komme richtig gut durch. Ich komme richtig gut durch. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Nein. Ich habe so drei Kurven überlebt. Nein. 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 Au, au, au. Verdammt, ey. Okay. Komm, ich gebe dir die Möglichkeit auf eine allerentscheidende Runde. Du darfst entscheiden, ob du die annehmen möchtest oder nicht. Natürlich nehme ich die an. Dann komm, spawn mal dein Random Vehicle rein. Oh Mann. Ey, was? Aber warte, haben wir nicht gesagt, wir machen drei Stück und dann dürfen wir uns davon einen aussuchen? Na gut, dann komm. Das ist besser. Oh mein Gott. Quatt. Und. Yo. Yo. Was habe ich bekommen? Oh mein Gott, das ist wieder ein Lambo. Das gibt es nicht. Es ist so. Okay, fahr los, fahr los. Ich nehme den Quatt. Ich nehme das Quatt. Na gut, dann viel Erfolg damit, ne? Ja, danke schön. Ja, ja. Okay, dann let's go. Aus dem Weg. Ohne anstupsen, ne? Ja. Oh mein Gott. Warte, wenn ich jetzt gewinne? Dann hast du gewonnen. Ich weiß, es war sehr nett von mir, sowas anzubieten. Aber da ich mir so sicher bin, dass ich gewinnen werde. Uh. Okay. Was ist, wenn wir beide gewinnen? Ja, dann haben wir beide gewonnen. Oh nein. Alter. Okay. Oh nein. Oh mein Gott, das war so knapp gerade. Okay. Oh. Alles gut. Ich habe mich gerade noch gefangen. Wo bist denn du? Alter. Okay. Ich bin es. Alter. Alter. Wir haben uns Quad PK. Wir haben uns Quad PK. Was? Ja. Ja. Was? Ich gewinne uns. Ich auch. Haben wir... Hä? Oh, Bro. Oh mein Gott. Hä? Hä? Der caught up? Das ist ja ab. Häh? Wir haben beide gewonnen. Darkness, wir haben uns beide geschafft! Juhuu! Wir haben heute eine ultimative Megarampe am Start! Und der Gewinner von uns bekommt 100 Euro! Wer es am häufigsten schafft, mit den meisten Fahrzeugen unten anzukommen. Da werde ich auf jeden Fall gewöhnen. Niemals. Dann lass uns mal starten mit unseren Random Vehicles. Ich würde sagen, ich habe jetzt hoffentlich ein bisschen Glück. Motorrad. Es geht auch darum, um Riesenrampen zu überqueren. Ja, ja, deswegen komm mit jetzt hier. Alter, wo bist du? Ist man nicht so schlau? Wo bist du? Mann. Oh mein Gott. Au, ich bin gegen so ein Ding geflogen. Und ich glaube, hier vorne, ja, hier unten geht es auf jeden Fall noch weiter, Leute. Alter Schwede. Das ist einfach dein Random Vehicle als zweites. Okay, mal gucken, was ich jetzt für eins bekomme. Nur mal, es geht ja. Okay, dann fahren wir runter jetzt hier auf dieser richtig krassen Rampe. Und mal gucken, ob wir ein bisschen Glück haben und wie weit wir kommen, weil es geht auf jeden Fall extrem weit auf dieser Rampe, Leute. Das wollte ich mir für dich verpassen. Oh. Nein. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin gegengecrashed. Es geht weiter. Wo bist du? Ich seh dich. Also, wie verfliegst du? Bitte. Ja. Nein. Ey, der Schwerste ist, da drauf zu landen. Ich weiß. Da du jetzt aber gerade weitergekommen bist als ich, ja, auch wenn es gerade nur am Anfang ist, darfst du mir jetzt dir ein Fahrzeug aussuchen, was ich nehmen muss. Ich gebe dir mal dieses, es sieht irgendwie aus, als wenn die Hälfte davon fehlt. Aber ich glaube, das gehört so, ne? Alter, er gibt mir direkt hier so eine Schrottkarre, Leute. Was soll das? Ja, gut. Dann, äh, let's go. Ich bin mal gespannt. Boah, was du bekommst. Okay. Okay. Irgend so ein Hammer. So, jetzt komme ich. Pass auf. Alter, mein Auto ist ein Drift-Auto. Oh nein. Okay, Möckern. Ich gehe jetzt hier auf. Kleiner Tipp von mir, fahr in der Mitte. Auf Vollgas. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott, ich fliege viel zu weit. Nein. Ja. Oh nö, für mich hat es nicht gerein. Ja. Ja, ich lande perfekt. Halt's auf. Easy. Ja, und tschüss. Woohoo. Oh mein Gott. Frontflip. Oh nein. Oh mein Gott, wann habe ich Frontflip gemacht? Hey, ich fliege es weit rechts. Was ist denn das jetzt? Nein. Hey, aber dann geht es noch viel weiter, Leute. Tja, da hatte ich ja immer ein bisschen mehr Glück diesmal als du, ne? Aber, Rücken, mal gucken, was jetzt hier für Random Vehicle kommt. Oh, wie rangey. Ja, und, ey, was ist denn das? Was ist denn das? Hat jemand einen Klempner gerufen? Gefühlt soll ich jetzt hier die Rampe reparieren. Bitte auch mal weg, bitte. So, dann, ich gebe euch auf jeden Fall auch mal Gas jetzt hier. Oh mein Gott, bist du hinter mir? Alter. Oh. Bist du ein bisschen schneller als ich. Bitte. Hey. Hey, ich habe dich nicht rüber gespeitert. Hey. Oh mein Gott. Ey, ich bin viel zu weit links. Hä? Ey. Ich habe einen Vogel in der Luft getroffen. Oh mein Gott, ich habe es genau gehört. Au, au, ich brauche eine Reparatur. Oh, oh, Vorsicht, Vorsicht. Alter. Das ist dein Ernst. Autsch. Nur weil du uns gerammt hast. Tut mir leid. Ey. Komm her, wo du dich traust. Komm her. Ey. Lärm. Ey. Au, au. Okay, okay, okay. Pass auf. So, sind wir jetzt hier wieder. Ne, warte. Ich hatte jetzt ja gerade das Weitere. Das heißt, du darfst jetzt ein Fahrzeug auswählen. Beziehungsweise ich darf dir eins auswählen und du sollst den Rollstuhl nehmen. Och Mann. Ey, das wird so cool. So, und ich fahre jetzt hier mit meinem Rennem-Vehicle. Schön neben meinem Rollstuhl. Oder vielleicht auch nicht mit dem. Okay, vielleicht auch mit dem anderen. Und zwar mit dem Fahrzeug hier. Oh, okay, na gut. Dann, Möckern, fahr mal vor mit dem Rollstuhl. Halt es schon, bitte ganz kurz. Ich fahre. Gib Gummi. Mehr. Schneller. Mann. Schneller. Ey, yo. Bro. Au, au, au. Nein. Oh, oh. Oh, oh. Oh mein Gott. Hä? Oh nein. Sag mir bitte, ich schaff das jetzt. Ich schaff's nicht, Leute. Ey, Mann. Weil ich auch nicht Fallgas gegeben habe. Aber du bist vor allem mit dem Rollstuhl weggeflogen. Na, ist auch unfair. Okay, es wird wieder Zeit fürs Random Vehicle, Möckern. Kein Problem. Ey, ich krieg schon wieder Motorrad. Oh. McLary. Okay, dann gib mal Stulle jetzt hier. Ich glaub, du bist schneller als ich. Ja, ich glaub auch. Vorsichtig. Oh, oh, oh. Alter. So, ich daumen mit meinem Motorrad. Alter, mein Motorrad. Schnell. Meinst du, schnell? Oh nein. Oh mein Gott. Nicht im Ernst. Oh. Wow. Ey. Niemals. Ich bin zu schlecht. Nein. Nein. Oh. Okay, Leute. Ich bin auch daneben. Bist du auch daneben? Also, ich bin mit meinem Motorrad. Ich bin sogar down. Ne, mit meinem Motorrad habe ich es leider nicht geschafft. Und ich glaube, wir waren grad gleich weit, ne? Das heißt, wir gehen nochmal rein ins Random Vehicle. Oh. G-L-E. Brabus, oder? Ne, nicht Brabus. Oh. Alter. Ist das nicht? Was? Ist das nicht? Der Deluxe. Oh, wird getunt. Was? Damit kannst du auch locker fliegen, oder nicht? Nein. Ne, das ist der ohne. Ah. Ha. So. Alter. Wie du Gas gibst. Okay, aus dem Weg. Hat er denn das voll schnell? Richtig gut. Oh, jetzt fliegen wir. Bitte, bitte, bitte. Achtung. Nein. Alter, man fliegt so weit. Und man fliegt so weit nach links. Ey, der ist so krass, der Wagen. Ey, Mann. Ey, ich glaube, ich bin grad ein bisschen weiter gekommen als du, ne? Aber irgendwie schatten wir es nicht drauf. Komm, ich gebe dir jetzt mal hier das Lightning McQueen Auto. Das kleine. Das ist schnell, ne? Ich weiß, was es schnell ist. Aber mein Random Vehicle ist schneller. Ähm. Ein BMW. Ja, so ein alten M5. Okay, aus dem Weg. Ich bin auch eine Rot-Rakete. So, diesmal schaffe ich das. Und diesmal müssen wir, aua. Ein bisschen mehr nach rechts lenken müssen wir jetzt, ne? Nicht vergessen. Ja, habe ich. Das Ding ist ja voll schlecht. Was habe ich denn? Ich komme nicht mehr über den Berg. Ich habe es perfekt gemacht. Oh mein Gott, ich sehe dich. Ich habe es perfekt gemacht. Alter. Alter. Was? Okay, jetzt kannst du im Fall. Jetzt kann ich abbremsen. Ja. Weil ich hier rüber... Alter, du hast einen Vogel erwischt. Hier kann ich ja jetzt den entspannt machen. Oha, oha, oha. Okay, okay, okay. Es geht weiter. Es geht weiter. Ich sehe dich. Oh mein Gott. Alter, du kommst voll weit. Oh mein Gott. Let's go. Habe ich direkt so ein krasses Aufgegeben? Let's go. Alter, da fliegt er. Alter, wie weit du fliegst. Nicht ansatzweise weit genug. Hä? Ein bisschen. Ein bisschen. Hast du nicht voll das Bild gedrückt, oder was? Doch, doch, doch. Aber ich war echt langsam. Oh, was? Ich werde es aber auf jeden Fall mit meinem Random-Vehiclein voll übertoppen, Leute. Oh, was? Was ist das denn? Ich habe ein Iron-Man-Auto. Oh. Oh, was ist das? Ich habe einen Tesla-Transporter. Irgend so einen Tesla-Truck hast du. Ich lasse ich mal vorlaufen. Du gehst schneller. Ey. Ja? Ja? Ha! Du Elektroschrott. Fahr nach unten. Du bist Elektroschrott. Ich fahre mal dann nach vorne, keine Sorge. So, aha. Ah, ja. Ja, dann fahre ich. Elektroschrott. Ja, und tschüss. Hä? Hä? Ja. Ich fahre auch mal von vorne. Ich fahre auch mal von vorne. Kein Problem. Warum bleibe ich da unten hängen? Was soll das? So, Leute. Voll Speed. Voll Speed. Wow. Oh mein Gott. Ich fliege über das Ding rüber. Hey. Ich auch. Ich fliege. Alter, wie weit fliegst du mit deinem Ding. Bro. Das war's mit mir. Hier, warte. Vielleicht kann ich noch hier auf die Rampe rauffahren. Oh mein Gott. Als ob. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber ich will trotzdem mal wissen, wenn man jetzt hier drauf ist, wie weit ich jetzt hier kommen würde. Oh Gott. Oh Gott. Das war ein Vogel. Wuhuhu. So, Leute. Mal gucken, wie man jetzt hier weit kommt mit dem Ironman-Fahrzeug. Und. Wow. Alter, ich fliege so weit. 360. 360. Oh nein. Nein. Im Wasser gelandet. Aua. Also jetzt bin ich auf jeden Fall deutlich weiter gekommen. Auch selbst ohne das zweite Fahrt draufsetzen. Deswegen gebe ich dir den hier. Der mit den großen Reifenbürkern. Den. Alter. Ich glaube, der ist gut. Glaubst du? Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube schon. Und ich habe random Weggeschmier-Motorrad. Ja, läuft gut. Aber egal. Ich werde das mit dem Motorrad. Ich sage es dir, werde ich richtig weit kommen. Weil ich kann damit ja fliegen. Okay. So. Oh. Außen Weg jetzt hier. Und. Wheelie. Oh ja. Oh ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aua. Okay. Alles gut, Leute. Ich bin hier im Fliege-Modus. Oha. Perfekt. Perfekt. Oha. Perfekt. Was? Wo bist du? Nein, niemals. Okay, warte. Ich muss hier einmal noch. Oha. War das knapp. Und zack. Wow. Wie war die hier fliege, Freunde? Was geht hier ab? Okay, jetzt geht es hier noch weiter. So. Ich habe die Ballons kaputt gemacht. Wie die Ballons? Ich bin auf diesen Dings gelandet jetzt hier. Ah, ich weiß, was du meinst. Oha. Was? Ich muss durch dieses Loch durch. Hey. Das ist ja unmöglich. Oha, Leute. Ich probiere jetzt noch einmal ganz deutlich durch dieses Loch durchzukommen. Das ist aber, glaube ich, echt gefühlt unmöglich, Freunde. Ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Das kann man ja nur mit einem Motorrad schaffen. Oha. Oh mein Gott. Ey, aber nein. Und dann nochmal durch die Lücke. Dann muss man noch durch eine zweite Lücke durch. Als ob. Ich gucke gerade. Alter. Ja, da muss man echt durch. Durch so eine Holzwand. So, jetzt bin ich auf jeden Fall deutlich weitergekommen. Aber ich habe dir eben ein Fahrzeug gegeben. Das heißt, jetzt haben wir random wie. Bro. Das ist nicht. Was soll ich denn damit machen? Was soll ich denn damit machen? Was hast du da? Oh, Backflip. Oh mein Gott, warte. Okay. Oh mein Gott. Kann ich auch fliegen im Motorrad? Oh mein Gott. Ich fliege mit dem Fahrrad. Als ob. Ich fliege damit. Okay, pass auf. Ich fliege jetzt damit ins Ziel. Ich weiß nicht, wie man fliegt. Aus. Aus dem Weg. Ich bin ein Profi, Leute. Ich fliege jetzt einfach mit meinem Motorrad. Mit meinem Fahrrad eher. So, warte. Da vorne müssen wir einfach rüber. So. Vorsichtig. Vorsichtig. Nicht ganz einfach. Nicht zu hoch. Alter. Da vorne sieht es nicht ganz einfach aus, Freunde. Da ist sogar das Ziel. Oh. Und Leute, wir haben es einfach ins Ziel geschafft. Was geht ab? Mit dem Ding hier hätte ich niemals gedacht, Leute. Guck mal, wie das aussieht, wenn wir gerade in. Du, 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 du. Ich würde sagen, Huni, Einsatz pro Kopf. Okay. Oh, okay. 100er damit Spaß macht. Okay. Alles klar. Wie du nennst, Digga. Mein Haus zahlt sich ja nicht von alleine ab. Okay, Digga. 3, 3, 1, let's go. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Er zieht schon ein bisschen vor. Ey, er schießt. Er schießt. Deswegen schießt ihr direkt deine Reifen kaputt. Oh, 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 oh. Okay. Meiner hier. Komm, rein ins Wasser, mein Bester. Ey, Kasper ist einfach gestorben. Oh, du hängst uns alleine ab, Junge. Jawoll. Ach, Digga. Ey, jetzt. Ah. Ey, Rungs, ich häng fest. Ja, super. Nein, stopp. Stopp, stopp, stopp. Danke für dich, Jungs. Weg dir, wenn zwei sich streiten, freut sich der. Was war das denn? Ey, ey, wer schießt mich denn hier mit einer Lange? Ja, Rokso. Nein, ich muss, ich habe den Checkpoint nicht bekommen, Jungs. Nein, ich bin im Wasser. Oh mein Gott, ich zieh durch. Oh mein Gott. Digga, ich habe komplett, mein Auto ist komplett platte Reifen. Was ist das? Ja, ich habe nur kurz meine Minigun ausgepackt, Max. Digga, ey. Rokso, ab ins Wasser, mein Bester. So, ja, vergesst es, der Lange. Jungs. Ja, wer ist denn hier schon wieder am Start? Jungs. Jungs. Ey, was? Ey, ich bin zum Wasser. Ah, Leute. Ja, wichtig. Wir sind noch im Gang. Wir sind noch im Gang. Oh mein Gott. Warte mal. Ey, ich bin auch weit. Schießt ihr nicht auf mich? Wir müssen jetzt wieder nach vorne kommen, Rokso. Schnell, ey, ich schieße auf Max, Kaspar. Auf Max, auf Max, auf Max. Ich schieße, ich schieße jetzt nicht durch. Schnell auf Max, Kaspar. Die Schweine, Digga. Die Schweine, Digga. Egal, ich schieße durch. Ey, Max, ich komme. Ja, ja, ja. Komm, Deno, wir müssen erst noch nach vorne kommen. Kommt alle zu Rokso, 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 Rokso. Was hast du meins? Digga, Prox kriegt jetzt so plattere Ohrensatz, Rokso. Jungs, ich bin hier, das Ding ist, ihr seid hier auf meinem Strand. Dein Strand, sagst du, Digga. Ich bin hier der Bademeister. Ich habe vergessen, dass du umgebildet hast. Ey, ey, nein. Sag, wir ziehen durch. Ja, Digga, Bademeister. Ey, nein. Max, ich komme. Sag mal, wo geht es denn da jetzt eigentlich hin? Wo seid ihr denn, Mann? Oh mein Gott. Oh nein, was? Ihr müsst mit Vollspeed die Dings hochfahren. Die Treppe. Sag mal. Nicht mit Vollspeed, Digga. Das ist deine Miene. Nicht mit Vollspeed. Schubst mich, Dendo. Ey, Mann, er hat zum Fahren. Ey, das ist doch nicht der Ehrer. Ey, Max, hau ab, Digga. Max, hau ab. Ich hau nicht runter. Rokso, Rokso. Dendo, ich bin hinter dir. Oh Mann. Ey, Digga, wer ist so ein Unehrenmann, Digga? We talk. Ey, Digga. Okay, Max. Ey, Jungs, also reinhauen. Mach doch nicht diese. Oh Gott. Vorsicht, Leute. Vorsicht, Vorsicht. Ja, genau. Oh nein. Oh nein. Ey, hört auf. Ey, hört auf. Wir haben Platten auf der... Ey, mach dein Wien jetzt auf der anderen Seite auch. Nein. Oh mein Gott. Digga, kann ich einmal bitte treffen mit dem C4? Das kann nicht sein. Weißt du das, C4, Digga? Hau rein. Hau rein, Nelo. Warum gehen gefühlt alle nur auf mich, ey? Ach, Leute. Ey. Kaspar. So, komm. Ja, Mann. Du verabschiedest dich jetzt auch nochmal und weiter geht's. Ja, weiß von Ehren, mein Gott Letzten. Oh nein. Ja. Oh. Ha. Ha. Was schießt denn? Er schubbelt, Leute. Er leuchtet. Ich schubbel nicht. Ey. Ihr Schweine. Ihr Schweine. Komm, komm, komm. Ich hab ihn. Ihr seid ja noch ganz hinten, Alter. Kein Problem. Ja, Digga, du hast doch durchgezogen. Ich schnapp mir jetzt hier auch den Checkpoint, Digga. Kein Thema. Mann. Ja, komm. Versuch mal herzukommen, Bro. So. Ach ja, okay. Okay, wenn du so sagst. Hey. Tschüss, Brox. Der wollte eigentlich Kaspar. Digga, ich bin in Vergessenheit geraten, Digga. Digga, Kaspar, also eigentlich... Junge, ey, ich komm nicht mehr noch zum ersten Checkpoint. Kaspar, das kann nicht sein, dass du jedes Rennen in Vergessenheit gerätst. Ja, Digga, das ist so schwer. Hält, einfach weg. Junge, ey. Ah, ist da gerade jemand in meine Annäherungsmüde eingefahren? Ey, Max, Alter, ganz im Ernst. Das wird ganz teuer für dich heute. Ist da gerade jemand in meine Annäherungsmüde eingefahren, bevor er den Checkpoint bekommen hat? Gott, ey. Ekelhaft. So, Jungs, ihr wisst schon, ne, dass Rot meine Farbe ist. Dann müsst ihr auch gucken, dass wir auf den roten Ringeln wieder... So, ich krieg Platten, dann kriegst du auch einen Platten. So, weiter geht's. Ja, ey, du bist so... Dass du's versucht hast, Digga. Wen hab ich gerade in die Luft gejagt? Digga, dass du's gerade versucht hast, Max, Digga, ne? Ey, okay, sorry, 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 let's go. Ey, jetzt bin ich ja schon wieder auf dem vierten Platz, Junge. Jawoll. Ey, Kaspar, hätte ich nie von dir erwartet. Was ist los? Ey, mach mal, wer ist denn der Blaue, den Blauen? Das ist Kaspar. Das ist Deno. Aber warte, das ist Kaspar. Kaspar ist ja wieder da. Ja. Oh, ich hab auch gut. Ich hab nicht in Vergesenheit geraten. Okay, also. Achso, du bist es. Wir müssen uns dann Broxo einmal rächen. Let's go, Checkpoint. Broxo, ich glaub, du fährst... Oh, oh, oh. Broxo! Du! Digga, Max zieht schon wieder durch. Ja, Deno, hör bloß auf, Alter. Ich bin jetzt vor dir. Ich muss ein bisschen Abstand halten von euch. Das ist nicht gut, wenn ich's mache. Alles klar, Digga, da ist immer nur Angst. So, vor, richtig. Und... Du bist so eine Sau, Digga, ich hab's genau gesehen. Ich hab's genau gesehen, Digga. Wer fährt in die Junge rein. Aua. Hey! Broxo! Ich komm, ich place dich, ich komm, ich place dich. Danke! Deno, wohl weggesprengt von meiner Mine. Huch! Oh, jetzt geht's hier aber los, Digga. Was ist denn da passiert? Keine Gnade, sagst du? Was ist denn da passiert? Keine Gnade, Digga. Okay, wir chillen, kurz, wir chillen. Was ist denn da passiert? Eyyy! Oh, 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 oh! Digga, ich muss mit deinem Ding weiterfahren. Ich muss mit deinem Ding weiterfahren. Ich muss mit deinem Ding weiterfahren, weil ich meine Strecke brauchst du. Danke für deinen Karten. Ey, also, alter. Oh, da ist ja meine Zweifel. Ich hab's ja komplett in Minen-Täppich gelegt. Man darf nicht, man darf nicht, man darf nicht. Da liegt noch mehr, da liegt noch mehr. Ey, Digga, wer schießt mir? Brocks, Digga. Brocks. Was, dass ihr schon wieder mit Platten schießen, was ist das? Oh mein Gott, Leute, dieses Rennen ist wirklich amizial. Oh Gott. Dieses Rennen beendet wirklich freundschaftlich. Puh! Alles für 100 Euro. Wir haben Platten, aber ich versuch trotzdem so dicht zu gehen. Leute, wir müssen jetzt ran, wir müssen jetzt rankommen. Youtuber hat die für 100 Euro ihre Freundschaft verkaufen. So ne ist das. So müsst ihr das klicken von dem Video. Ey, nein! So, Deno kurz geholt. Wer war das? Wer war das? Lauter Kasper, Digga. Was ist? Ich hab gar nichts gemacht. Ey, 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 ey. NEIN! Ja, hier. Schnell, 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 schnell. Schnell, schnell. Und Fullspeed, Fullspeed, und Fullspeed. Und Checkpoint. Alter, Brocks, Checkpoint. War ich nicht, Digga. War ich nicht. War ich nicht. Ey, nö. Ich hab nö. Pack deine RPG weg, ich hab's gesehen. Du weißt ganz genau, Digga, was jetzt passiert. Pack deine RPG weg. Vorbei. Ey, pack! Wenn du aus dem Weg jetzt. Wir müssen halt echt. Was soll ich machen, Digga? Dritter Platz. Ich versteh's, ich versteh's ja. Ich versteh's ja. Wenn wir uns halt immer wegschießen, man kommt halt nicht weiter, ne? Ey, warum lädt das bei mir aber so lange? Ja, same, same, Brocks. Du hast richtig Glück, dass ich den Laden vertreten habe. Ey! Jawoll! Ich hab jetzt die mögliche, die sociais zu schießen, ich mach's aber nicht. Na doch, das machst du, Digga. Ne, mach ich nicht, Digga, mach ich nicht. Mach ich nicht. Ich schieg's doch jetzt, Digga. Warum machst du da nicht, Digga? Warum machst du da nicht? Ich schau nicht einmal runter. Digga, aber warum bist du immer so schnell da? Holt mich nie einer weg? Oh, Max, Alter. Jetzt muss ich meine Wut an dir raus lassen. Tut mir echt leid. Ich höre echt gleich auf zu spielen, Digga. Was ist nass grad? Ich mach ne Mine an dich dran, wenn du Faxen machst hinter mir Geld. Wenn ich runterfall, ich jag dich noch mit in die Luft. Ich zieh dich mit in die Luft. Nee, nee, ich mach keine Faxen, Digga. Ich mach keine Faxen. Aber wenn du jetzt... Ich sag's dir ehrlich. Ich bleib dir direkt am Hintern kleben. Du wolltest dich runterhauen! Nein! Fahr mal lieber noch ein Stück zurück. Ey, Brox. Warte. Max, was machst du da? Es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus, Gelb. Gelb, nimm's mir nicht übler. Aber wenn ich runterfall... Nein! Ich konnte aufsteigen! Da steht er noch! Da steht er noch! Ich hab sogar überlebt. Ey! Oh, was? Ey, Kasper zieht schon weiter! Was? Was? Kasper zieht schon weiter durch. Ich weiß nicht, was du meinst, Digga! Jetzt kommt her, Jungs! Digga, das ist nicht dein Ernst! Was? Ich hab ihn vor dem Checkpoint aufgebrochen. Was? 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 Oh mein Gott! Ehrenlos! Was? Oh mein Gott, Digga! Was denn für ehrenlos? Ich hab's aber gesagt. Ich hab's gesagt. Ihr habt mich vorhin so lange getrolt. Es wird ehrenlos. Ich hab's gesagt, Digga. Mit Anzeigen. Ey, Max hat echt keine Gnade, Alter. Ey, ich seh den Typen mit anderen Augen jetzt. Mein Weltbild hat das zerstört, Alter. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Kasper, es bleibt bloß auf die Bremse! Ja! Ich drück jetzt. Ich brems jetzt hier, Digga! Oh mein Gott, Digga! So, Max! Digga, hoffe, dass ich nicht in deine Nähe komme. Digga, scheiße, verkackt! Ja, perfekt, Digga! Digga, ich glaub, wir werden noch ein bisschen mehr Zeit zusammen verbricken. So knapp, Digga! So knapp vor dem Checkpoint, Alter! Du Assi, Alter! Du Assi! Weißt du, was jetzt belastend ist? Was ist belastend? Digga, du wirst jetzt die gleiche Situation erleben wie ich. Ich will, dass du es einmal fühlst. Digga, ich hab das doch voll schon gefühlt. Ich wollte, dass du das mal fühlst. Du sollst es noch schlimmer fühlen. Genauso wie ich. Ah, okay. Ja, Digga, ich hab's halt nicht mal da rüber zu fahren, Digga. Okay, aber wo ist Kasper? Ach Mensch, Kasper, was machst du denn da oben? Was geht? Wie geht's dir, mein Bester? Alles gut? Ja, genau. Warte, warte. Ja, perfekt, Digga. Genau so. Ach Mensch, blockst du! Willst du jetzt echt die Tour, Digga? Ich wollte kurz umdrehen. Du warst nur im Weg. Du warst nur im Weg. Ah, okay. Ich hab schon wieder... Du warst schon wieder im Weg. Endlich gescheuert, Alter! Ich hab so keinen Augenblick. Geh weiter! Geh weiter! Geh weiter hier ein bisschen! Hey, ich häng fest! Ey! Er macht den einfach! Digga, Z2! Profsor kommt! Z2! Bremsen! 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 Denno! Oh mein Gott! Oh mein Gott, es regnet auch! Nein! No Mann! Hier we go! Hier we go! Hier we go! Hier we go! Das ist aber auch ein wäschchen ekliges Rennen! Jetzt gib mir noch mal Gas hier! Okay, ich hol dich halt einfach ein, Digga! So! Okay, wichtig! 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 Ich zieh durch! Die sind so beschäftigt mit sich! Da kann ich hier ein bisschen durchziehen! Oh, Max! Oh, Max! Oh mein Gott! Checkpoint! Checkpoint! Wichtig! Oh, Max! So, Maxo! Ey, ey, ach, Digga, ey, Brox! Und Broxo, Digga! Nein, Leute! Dankeschön, Dedo! Korrekt! Feier echt, muss ich sagen! Lassen wir das! So, und... Ey! Hier bist du richtiges Bananen-Auto vorne! Ach, Scheiße! So läuft das hier nicht! Ach! Pass auf, hier darf man jetzt nicht so schnell! Ah, Kasper, Digga! Warte, Kasper hier vor mir! War's gut, Brudi! Brox, jetzt mach doch mal locker, Alter! Mach mal Gas jetzt hier! Ey! Ey, Broxo! Ey, ihr müsst das langsam machen, ihr müsst das langsam machen, Jungs! Er sagt langsam, das heißt, ihr müsst das schnell machen, Max! Nein, nein! Wirklich, re-talk, re-talk, re-talk! Nee, ich glaub ihm, ich glaub ihm, ich glaub ihm! Ich glaub ihm, ich glaub ihm es langsam! Ehre! Du bist echt langsam! Hast recht, er hat recht, er hat recht! Er hat recht, Digga! Guck mal, hier, langsam! Oh Gott! Ich mach schnell! Oh, mit Gefühl! Ich mach schnell! Mit Gefühl, mit Gefühl! Okay! Wirk dir mal die Wipp und Fritzen da drüben an, ne? Broxo, du bist abgehärtet, würde ich sagen! Natürlich bist du abgehärtet, Digga! Natürlich! Der Denu zieht voll durch! Oh mein Gott, die Strecke ist so eklig hier! Okay, Digga! Ohhhh! 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 Du Asi! Du hast mir gar nichts mehr getan! Stell dir das einfach mal vor, wir hätten das im Skillrace gespielt, ne? Oh mein Gott, lass mich zu! Ich hätte dich gelöscht! Oh, nein! Du Schwein, Alter! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich kann's nicht glauben, Digga! Oh, nein! Kaspar, Digga! Okay, ja, Digga! Komm, Bro! Na komm, Bro! Hey! Okay! Oh mein Gott! Ich war grad weggespawnt wegen meinem Auto! Digga, pass auf! Wir müssen die wegsnipen! Ja, das ist klar! Snap du die weg! Ich fahr... Also, jetzt reicht's mir, ne? Broxo! Fahr! Ey! Oh mein Gott, was? Ey! Denu! Oh! Jawoll, Leute! Und die sind... Ich weiß nicht, wo die sind jetzt gerade! Bist du schon ins Ziel? Wie? Nein! Bist du schon ins Ziel? Oh, Leute! Was ist denn das hier? Du wartest ja wohl! Ist das hier das Ziel? Oh mein Gott, Leute! Ich will nicht ihn vergessen! Mann! Ich will nicht ihn vergessen! Ich würd sagen, Leute! Wir lassen uns das mal schmecken! Oder? Also, ich warte auf Ehrenhaft! Digga, also! Das lässt sich doch jetzt nicht schmecken, Digga, wenn wir noch 3 Checkpoints brauchen, Alter! Ey, du bist so ein... Digga! Ey, du bist so ein... Alter! Junge! Und... Max! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey! Ey, Prox! Ey! Prox, mach nicht diese! Ey! Oh mein Gott! So, Digga! Oh Gott! Ey, das ist doch nicht klar! Du bist so ein... Du bist so ein... Das ist Ziel! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Wasser, Wasser, Wasser! Wasser, Wasser, Wasser! Das war es mir wert! Oh mein Gott! Ja, ihr habt ja! Ja, da sind Bedingbälle! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Ich bin direkt vom Ziel! Das kann nicht sein! Ich bin direkt vom Ziel! Oh mein Gott, Alter! Ich bin direkt vom Ziel! Ja! Ja! Nein! Nieu! Was geht ab, Alter? Oh mein Gott! Oh Gott, oh Gott, oh. Ich wohne so sabotiert. Ich wohne so sabotiert. Also schlimmer kann man nicht sabotiert werden. Jetzt ohne Spaß. Es kommt hier wirklich sehr auf Skill an. Wir spielen wieder um 500 Euro. 250 Euro pro Person. Für den Gewinner. Heute gewinne ich. Jetzt explodiert das Auto einfach aus nichts. Ich hole euch ein. Ich hole euch ein, obwohl ich runtergeflogen bin. Ah. Oh nein. Oh nein. Ich fühle mich hier wie so ein Motocrossfahrer. Man muss langsam. Lol, Abrox schafft das sogar so. So Jungs, okay. Egal, ich mach trotzdem die Rentner-Taktik. Ich mach die Rentner-Taktik. Er macht die Rentner-Taktik, weil er Angst hat, Digga. Ah. Angst hat. Oh. Was war's hier? Er ist einfach explodiert. Abrox, Digga, das ist ja ekelhaft. Alter. Auf der Ziel. Digga, ich war schon unten angekommen. Oh Gott, das war so knapp. Schade. Nee, nee, nee. Ich war schon unten angekommen. Oh Max, Alter, das war wirklich... Darf ich natürlich sabotiert, das. Nein, also Mensch nicht gesehen. So kurz montieren. Nein, 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 das war zu schnell. Mensch nicht gesehen. Alter, ich habe sogar einen Boost für meinen Jet. So, jetzt hat man hier wieder easy Vorsprung. Ey. Ey. Wow. Was? Oh mein Gott. Was? Was? Ich bin doch mal in den Augen, Junge. Was? Digga, ganz ehrlich. Prox heute mein Geekner. Kaspar ist einfach reingeflogen mit seinem Auto. Ja, das war so krank. Das ist ein Junge. Ich bin's hin. Ich bin's hin. Ich war schon unten. Digga, Prox ist so ehrenlos. Oh mein Gott, Digga. Das war das Ehrenloseste, was du mir jemals angetragen hast. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, wie du mich damals so heftig 31er hochgenommen hast. Bei der einen... Digga, das war das... Okay, okay, ich gebe es zu. Das war 31er damals, aber das, was du gemacht hast... Das war einfach nur Kunst. Das war Jet-Kunst. Digga, das war auch einfach nur ganz... Digga, und jetzt ziehe ich hier durch. Jetzt ziehe ich hier durch. Okay, okay, easy, das ist easy. So, jetzt habe ich es geschafft. Oh mein Gott, ich dachte, ich explodiere gerade schon wieder. Dann wäre ich durchgedreht. Digga, wie leicht man auch einfach explodiert, ne? Dann wäre ich hier durchgedreht. Alter, ich bin so perfekt reingedroppt. Und schon wieder. Ey, das macht immer übertrieben viel Spaß. Hui. Pro, das Ding ist, wir müssen jetzt die gesamte Runde gut machen, um Procs aufzuholen. Das ist sehr, sehr schwer. Nein, 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 nein. Oh, ich habe fast explodiert. Komm, komm, komm. Alter, das sind hier wieder so Wälder am Start, ey. Zweites Auto. Das kommt halt sehr viel auf Skill drauf an hier. Procs, nein, aus. Oh, ich habe den Flügel verloren. Nein. Ah, nein. Das ist aber nicht so schnell irgendwie. Also, irgendwie ist das gedrosselt. Ruik, 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 ruik. Das ist voll gedrosselt. Aber du bist schon beim dritten, Digga. Du bist schon nicht am durchziehen wieder. Ja. Ich bin jetzt auch am dritten. Oh, soll ich Max aufhalten? Du musst Max aufhalten, ja? Du musst Max aufhalten. Digga, versuch's. Versuch's. Oha, er lässt es so drauf ankommen. Ja, ich lasse es drauf ankommen. Das war ja so schlecht. Einfach zu gut. Einfach zu gut. Das war ja echt. Oh, ey, Procs trifft mich halt sogar. Oh, der. Bist du runtergekickt worden? Ja. Digga, verdient, Mann. Sehr gut. Sehr gut. Oh, Motorrad hat man jetzt. Du bist schon wieder eine Runde vorne, ey. Digga, ich hab einfach ein Motorrad. Das ist ja voll entspannt. Guck mal, weil ich kann ja einfach den hier machen, Digga. Oh, okay, ist gut. So, komm. Los. So, Max. Hau rein. So, ich bin jetzt auch hoch. Ich bin jetzt auch hoch. Ich bin hier beim Boden ab. Yeah. Ich bin halt sehr getriggert, dass ich nicht viel besser bin als Kasper. Das ist Zeit schon nicht. So, Stunts zahlen sich aus. Ich bin direkt schon wieder beim nächsten Fahrzeug. Irgendwann kommt ein Fahrzeug, wo Procs hängen geht. Und dann werden wir aufholen. Digga, das ist unsere Chance. Und dann werden wir aufholen, Leute. So, hoch. Komm, komm, komm. Wieder hoch, hoch, hoch. Wo ist Procs? Wo ist Procs? Oh nein, oh nein. Das kann man gar nicht in die Luft steuern. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Alles gut, Freunde. Alles gut. Ich hab einfach verkackt. So, jetzt kann ich hier wieder entspannt runterfahren. Max, amotieren mal bitte. Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Wo ist er? Wo ist er? Er darf nicht. Ich hab auch keiner angedacht. Ui. Oh mein Gott. Ach, scheiße. Oh mein Gott. Hast du dich geklappt? Oh, wie cool. Alter, ich mach hier voll die Stunts. 360. Scheiße, Digga. Ey, der macht das schon wieder. Kasper, halt ihn auf. Ja, ich bin schon vorbei, Bro. Ich bin gleich auf deiner Höhe. Wir müssen es durchziehen. Okay, jetzt schon wieder geschafft ist hier. Haha. Oh. Oh Gott. So. Den Wagen auch easy mit dem, Leute. Jetzt auf Moped, Digga. Moped, Digga. Ganz entspannt. Könnt ihr runtergleiten oder denkt ihr könnt ihr nochmal runterfahren? Durchziehen, 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 durchziehen. Ich zieh durch. So schnell wie möglich. So schnell wie möglich. Komm einfach runter, 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 runter. Da passiert nichts. Da kann man einfach gottlos runterrollen. Gottlos. Oh mein Gott. Ja? Oh Gott, Leute. Nein. Was macht das? Was macht das denn hier? Vielleicht ein bisschen. Volklos. Vielleicht ein kleines bisschen. Ich habe ein Raketenauto. Digga, man kann halt wirklich nicht crashen auf Motorrad zu. Ich habe den Rocket Voltic. So entspannt, Digga. So entspannt. Hier, hier. Und weiter geht's. Jungs, ich kann einfach... Bist du schon ganz unten, Max? Ich bin jetzt nächstes Auto. Achtung! Das Ding ist halt, Brock hat halt zwei Autos Vorsprung. Der, ich habe einfach den Rocket Voltic. Magst du es dir? Ich kann es mal, Digga. Tschuuu! Kann Brock einmal crashen? Das kann doch nicht sein, Junge. Digga, er kann einfach nur fliegen. Digga, er fliegt einfach. Das ist doch, der Junge hat doch einfach nur Glück, Alter. Ja, safe, safe. Und Boost. Ja, und... Nein, 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 nein. Oh ja! Die nächsten Fahrzeuge sind einfach einfacher, ne? Ich habe schon wieder Motorrad. Oh Gott! Ich habe wieder ein Crosser jetzt. Nein! Wo fliegt der denn hin, Mann? So, wichtig, Digga, wichtig. Digga, ich gebe mir den Rocket Voltic. Ich weiß, wie man damit umgeht. So, zack. Jetzt ist es richtig wild, Jungs. Jetzt ist es richtig wild. Ich muss jetzt einfach auf Risiko gehen. Auch einfach versuchen, das zu sabotieren. Weil ansonsten schaffe ich das nicht mehr. Oh nein. Oh nein. Okay. Ja. Mach nicht diesen mit mir. Ja, ich kann rübergleiten. Oh mein Gott. Ja. Oh, komm, 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 komm. Ja. So, Boost. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Zeit gewonnen. Aber richtig viel Zeit gewonnen. Digga, du bist bestimmt schon drei Fahrzeuge vor mir. Das war ordentlich Zeit gewonnen. Mit dem Range habe ich natürlich sehr gute Erfahrungen. Damit weiß ich, wie man damit umgeht. Der, vielleicht hilft dir auch hier die Panzerung, ja? Ja, Digga, das ist diese... Hey, Mann, ich habe mich gerade stabilisiert, ey. Ich bin gerade dreimal gefällt und du gehst auf mich. Die fahre ich halt einfach jeden Tag zum Einkaufen. Das ist gar kein Ding für mich. Ja, Blox. Digga, warum trifft er denn immer? Das ist doch einfach nur unfair, was hier gerade passiert. Ey, der kann auf fahren. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das war ja so wild. Oh. Alter. Bro, du hast mich gerade um einen Millimeter verfehlt. Ey, jetzt ist doch mal gut. Jetzt ist doch mal gut. Der Arme wird einfach... Er fliegt einfach unter mein Jet. So getrollt. Oh. Oha. Ich habe jetzt... Ich habe jetzt so ein Elektroauto, Digga. Mit so heftigen Düsenhänden. So, komm. Das wird aber schwer, sage ich dir. Das wird richtig schwer, das Ding. Broxon. Was hast du jetzt für ein Auto? Broxon, wo bist du? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Nein, nein. Oh mein Gott. Ich habe richtig Glück gehabt. So, kurz wieder in die Dups rein. Ich gehe auch noch kurz, Digga. Kaspar. Danke, Bro. Danke. Dem habe ich einfach schon Mitleid, Bro. Digga. Einfach noch am Rocket Voltig, Digga. Unglaublich. Oh nein, oh nein. Das war zu weit links. Das war zu weit links. Oh nein, natürlich auch bei dem ekligen Kleinsmart, Digga. Oh mein Gott, das ist zu weit links. Komplett los mit dem Panto. Nein, nein, nein. Ich werde den Panto wie eine Bowlingkugel da runterschießen und einfach hoffen, dass ich ins Ziel treffe. Ich habe mich immer so oft über... Komm mal, warte. Wir machen das jetzt wie bei Wii Sports damals. Wii Sports. Wii Sports. Oh Gott. Da wusste ich, dass man immer die Strikes wirft. Oh, ich war jetzt runtergefahren. Guck, guck, guck. Ich rolle das Ding einfach runter. So, hier. Okay. Ja, bis jetzt hier wieder der Broxo kommt und dann... Bis den Klick klack beim Panto. Bis den den Panto aufschließen. So, Max verschont mir, aber... Boom. Ich rolle einfach runter. Digga, Broxo, seit wann ist Broxo so ein krasser Chat? Digga, Broxo, hab ich wieder auch gillen. Ich sag's dir, Digga. Kommt von Battlefield 3. Du warst im Milikopter, Max. Ich war im Chat. Ja, Digga, ist aber retort so. Du und Nils. Nils war auch so ein übelster Chat-Crack, Digga. Das Ding ist einfach, wenn du im Chat-Crack unterwegs warst, dann warst du einfach der King. Es gab einfach niemanden, der über dir war. Du warst einfach der größte Fisch im Teich, weißt du? Das ist halt echt so, Digga. Es gab einfach niemanden, wenn du Chat gut beherst, du hast alles kontrolliert. Du hast den anderen Chat gebase-rapt und hast dann einfach alles kontrolliert. Ja. Oh, so ein Ding war das damals. So, Jungs. Hier ist ja irgendwie schon das Ziel. Yimmy. Ey, Jungs, Digga. Ich werde jetzt einfach nur noch dafür sorgen, dass Kaspar ein DNF wird. In meine Tasche. Es geht wieder los. BAM. Was soll das denn jetzt? So, aus dem Weg hier. Ah ja, Kollege. Hey. Bist du mit, oder? Warum macht er den? Das ist doch super interessant. Das ist viel interessanter. Das hast du nicht gemacht, oder? Ich muss neu spawnen. Ja, ich auch. Ja, aber ganz hinten. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Verdammt, ey. Ich werde dich erst mal ausschließen und dich. Ich hätte mir Munition kaufen sollen, ich Idiot. Ja, perfekt. Auf jeden Fall. Oh, ja, nee. Alles cool. Warum sind wir eigentlich hier mitten in so einem, äh, Oh, 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 oh. Okay. Oh Gott. Warum sind wir hier mitten in so einem Canyon gefühlt? Ey, ich kann dir auch nicht sagen, wo wir gerade sind. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall mal dorthin fahren, wo wir uns beide am besten betteln. Also ich werde dich abziehen. Oh, oh, oh. Das ist auf jeden Fall sicher. Oh Gott, vorsichtig. Ich hab Geländewagen, ich hab PS. Guck, ich komm wieder hoch. Ja, verdammt. Die Minen hab ich gesehen, ja? Fahr erst mal rechts, das war's. Entspannt, also. Ist dein Ernst? Nichts, das war aus Versehen. Verdammt, ich hab mich mal reguliert. Ja, okay, was ist das denn hier? Ich bin außenrum befahren. Ach, du fährst außenrum. Hallo. Und, was geht so bei dir? Ach, nix los. Ich glaub einen Platten jetzt, oder? Wie sieht's aus? Ich seh da keinen. Doch, ich hab einen Platten. Danke für den Anschwung, immer sehr wichtig, muss ich sagen. Ah, meinst du? Okay, fahr jetzt erst mal hoch, damit ich dich jetzt gleich... Zama! Zama! Na, wo wolltest du denn sein? Nein. Als ob. Netter Versuch! Ah, ja. Ah, ja. So'n Ding ist das jetzt, ne? Und? Sag mal! Ey! Okay, steig ein! Nein, steig nicht ein! Ich fahr direkt los! Nein! Du kannst dein Auto selber holen, du Blödmann! Nein! Ah, ah! Ich bin runtergefallen. Egal, Leute! Er ist trotzdem im Checkpoint gekommen. Ich glaub's ja nicht. Natürlich, Digga. Und wir gucken mal, wo er bleibt. Hier bin ich! Ah, ja. Was ist los? Perfekt. Sehr gut. Hier, Abkürzung gib ich sogar noch. Hä? Ah! Ja, da fällt er runter! Ich will nix hören, okay? Das fällt er runter. Und ich leg jetzt die asozialste Mine hin. Das kannst du dir nicht vorstellen. Nee, machst du nicht, oder? Das kannst du dir nicht vorstellen. Du hast sie an irgendeiner Rille hier rangepackt. Ich weiß es. Das kannst du dir nicht vorstellen. An irgendeiner Rille. Hey! Ich hab sie gehört! Ich hab sie gehört! Sie war links! Ich hab richtig verlegt! Nein, die war in der Mitte, ey! Ah, ja. Aha. Das hättest du nicht callen dürfen, mein Bester. Du hast einen Fehler gemacht. Ja, das Problem ist, ich hab mir auch eben keine Munition geholt. Ich hab halt nur noch, äh, keine Mine mehr. Äh, äh, also, ähm... Oh! Das ist ja, das ist ja sehr ärgerlich, oder? Ey! Oh! Rüber! Na, oh mein Gott! Hättest du nicht was sagen können? Nein, hätt ich nicht! Oh, so. Diesmal hab ich's geschafft aber. Ah, ja. Ich hab schon ne Vorahnung, was mich da gleich... Ah nee, der erwartet mich jetzt erst mal gar nichts. Nee, genau. Chillig! Ah, ja. Da ist er auch schon. Er will mir die... Sag mal, was soll das? Hihi... 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 Wow! Backflip! Ich hab da so ne geile Mine gelegt... Nein! Brox, du hast da was an deinem Auto. Ach, Bro, fahr mal! Oh Mann, ey, ich bin noch ausgestiegen. Das war's für dich. Ich bin nur noch ausgestiegen. Ja, ich hab's gesehen. Ich wollte auf Nummer sicher gehen. Du verstehst das doch, oder? Du verstehst das doch. Ich komme nicht so ganz. Digga. Mann. Na, komm mal hoch. Ich riskiere alles. Oh. Oh, verdammt. Okay, das hast du gut gemacht. Aber was ist das denn hier? Hau rein. Oh mein Gott, er verbrennt. Nein. Dann kann ich doch locker noch ausdribbeln hier. Ich werde dir mal ein bisschen Trinengas hinlegen, ne? Nein. Das ist der Parcours der Schmerzen, mein Wicht. Nein, ach Mann, ich hab's fast geschafft. Ach Mann. Willst du den Wallride echt nehmen? Ja, ich schaff den nicht mehr jetzt. Oder? Nee, da ist dieses blöde Gerüst im Weg. Ich sag dir, du hast das Gerüst nicht schaffen. Okay, das war echt knapp. Nix los hier, ne? Die klassische Methode. Junge, was fährst du so weit ist krank? Als ob. Bist du da jetzt echt weggerippt? Ja, du hast mich ja noch gecrasht. Nein, das war ich nicht, Digga. Nein, genau. Nein, ich war's wirklich nicht. Nein, das war mir nicht. Das war nur das Auto mit dem Platten, den ich irgendwo herbekommen hab, ne? Ja, ich würde lieber Gas geben, wenn ich jetzt grad du wär. Oh Gott, dann geb ich lieber Gas. Oh nein, da hinten ist er schon. Oh, du musst... Oh Junge, wie schnell muss man hier fahren? Ah! Nein! Oh Gott! Ich dachte, ich kann ihn auch so benutzen. Nee, du willst mich benutzen? Das geht jetzt hier aber... Das geht jetzt hier aber nicht. Oh oh, und tschüssi. Ja, du doch locker auch. Nee. Verdammt. Hier ist alles entspannt. Ich bin doch nicht so ein Noob wie du, Kollege. Na, das läuft so. Das geht so. Den Gas. Hä? Ja, mach mal. Sanier mal. Ja, du bist ein paar Löcher in den Reigen, Mann. Ich hab gedacht, du brauchst ein bisschen frische Luft. Ja, ich hab einen Schuss auf deinen Reifen gemacht und gucken wir gleich mal, wie es da so läuft, ne? Fahr mal. Aha. Oh Gott. Ja. Ja, Denno, fahr mal. Fahr doch. Okay, der war nicht schlecht. Ja, ich fahr. Ich bin doch schon unterwegs. Oh Gott. Oh. Nein. Okay. So, Denno. Soll ich mal zurückfahren? Oh, bitte fahr nicht zurück. Du weißt, ich mag den... Oh Gott, warum ist er schon? Nein. Und tschüss. Nein. Ah, ich weiß mich doch zu wehren, Digga. Ich hatte den schlimmsten Gegner schon immer in GTA, ne? Weißt du auch. Verdammt. Das wird trainiert. Oh oh. Oh Gott. Nein. Dankeschön für den Anschwung. Ich hab jetzt den Platz. Ja. 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 Bitte nicht. Bitte nicht. Ja. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Er hat mich so abgeräumt. Nochmal abgeräumt an der Seite. Ich glaub's ja nicht. Oh Gott. Wow. Oh. Hallo, Broxo. Nein. Hä? Ja. Ah. Endlich. Nein. Mach's gut. Was? Hä? Ich hab einfach das Ding auf sich geschossen. Es ist nichts passiert. Ja. Das kenn ich irgendwoher. Oh Gott. Was hast du denn gemacht? Hä? Was ist das denn für ein kranker Trick? Hä? Musst du hier oben an der Wall fahren? Kann hier oben was nicht sein. Al. Hä? Äy. Verdammt man. Wie funktioniert das denn? Ist das hier Magie? Da ist richtig Magie da. Ja? Ah mein lieber Digga. Die Magie schreibt schon nach dir. Na warte, ich helf dir. Ich helf dir. Hab ich dir jetzt echt geholfen? Hahaha. Oh Gott. Ja, Ehrendenno. Oh mein Gott. Ehrendenno. Ich hab ihm so geholfen, ey. Fand ich ja so gut von dir. Danke. Also wirklich. Vielen Dank. Junge, wie schwer ist das bitte? Jetzt kann ich dir auch helfen. Warum bin ich so dumm? Ich kann dir jetzt auch helfen, Denno. Nein, bitte helf mir da jetzt nicht. Guck mal hier, das ist mein Helfergeschenk. Guck mal. Das sah so lustig aus. Dein Helfergeschenk also, okay? Ey, sag mal ehrlich. Noch eins. Ah! Roxo, du hast mein Auto. Wer ist wer, hä? Ich bin der echte Denno. Ja! Der echte Denno hat keine Wiederaufdacht. Tschüssi, das war's für dich. Das Gute ist, ich hab den Checkpoint auch bekommen. Ach, ist das so? Na gut, dann fahr. Na, fahr doch. Du kannst doch fahren. Ich fahr doch selber. Ha! Ja! Oh Gott, ich hab die Mine. Ja! Ich hab die Mine jetzt da. Oh, nö. Sehr gut. Dann muss das sein. Und ich hab den Checkpoint und kann das nie mit erwarten. Weißt du, ich hab das Gefühl, heute spiel ich den Respawn Simulator. Wegen dir. Ich glaub auch. Kannst du auch mal den Flugsimulator spielen? Kannst du das mal lassen? Ich will noch mal sehen, wie du den Reifen da hochfährst. Das will ich noch mal sehen. Nein, nein, nein. Okay, Digga, du willst jetzt auf die Tour, ja? Denkst du, wie weit du Granaten werfen kannst? Sehr weit. Nein! Oh Gott. Bro, mach nicht diesen. Nein, dann mach diesen. Ich hätte nicht snipen sollen. Ich wusste es. Ja! Fahr, Junge! Fahr! Oh, nein, nein, nein. Ich meinte das nicht so. Ich meinte das nicht so. Oh, Bruder. Was mach ich jetzt? Oh Gott! Ja! Am Abgrund! Nein! Nein! Das war richtig knapp. Ich musste echt überlegen, was ich jetzt tue. Das hast du. Besser konnte man das nicht lösen. Ja, das war wirklich sehr, sehr... Oh, Broxo. Ja! Und Denno. Es geht alles. Sehr gut geregelt hast du das, würde ich sagen. Oh Mann, ey. Du bist heute gut drauf. Oh, Denno. Ist das dein Ernst? Oh, Denno. Ich bin's. Der Typ, der zurückfährt und dir auf den Sack geht. Ja! Du musst wieder zurückfahren. Und? Wann kommt hier was von dir? Wann kommt hier wieder was? Ah! Netter Versuch, Digga. Netter Versuch. Ah, nein. Ich bin rausgesprungen. Hey, mich kriegst du nicht gekillt. Besser ist es, Digga. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ah! Ich rutsche auch runter. Oh, Digga. Boah, Digga, du hast doch einfach alle Reifen weggeschossen. Was soll denn das? Ich bin auch runtergefallen. Da, 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 da. Da, 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 da. Nix los. Da, 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 da. Nix los. Du bist gut am Ziehen. Nix los. Ah, wir gucken mal. Ich werde jetzt auf jeden Fall erst mal brutal Tempo anziehen. Oh, Gott. Oh, Gott. Ah, ja. Ja. Oh, Junge, der Typ ist so weit weg von mir. Dann zieh mal brutal Tempo an, ne? Wo ist geil? Nee, ich bin... Ich dachte, du wolltest Tempo anziehen und nicht deine Waffe. Ich bin nicht gut drauf. Ah, ja. Okay, wir lassen das jetzt. Einfach so stehen, bitte. Hoppa. Nein. Ist so krank. Ich schieße nochmal auf dich, Alter. Einfach nur für den Disrespect. Oh. Oh, moin, Broxo. Was ist das denn hier für eine Schere? Oh, Gott. Ah. Was ist das denn hier für eine Schere? 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 Es kann weitergehen. Ich bin das Dünnmobil. Wo bist denn du jetzt gerade? Bist du das? Ey. Ich bin schon da. Moin. Ich bin auch schon da. Ach, ist das so? Ich helfe dir kurz beim Fahren. Danke. Ich habe trotzdem Speed. Ah. Hast du das? Ich sorge dafür, dass du genügend hast. Oh. Oh, Gott. Oh, oh. Hä? Oh, oh. Was ist das denn hier? Hä? Hä? Was passiert hier? Ich bin in der Zeitschleife. Ich auch. Aha. Ich weiß, ob der da so rübergegrindet. So ein Ding also. Ah, ja. Digga, du bist da so hart rübergegrindet. Ah. Nicht schlecht. Was war das jetzt für eine Aktion? Ich weiß auch nicht. Ah, ich habe das doch schon raus hier, ne? Wie es läuft. Was denn? Na, was denn? Ah. Na, fahr mal. Mach ich doch. Na, fahr. Nein, das ist ja falsch. Oh, Gott. Schade für dich, dass du da jetzt weggerippt bist. Ah, dann kann ich ja mal ein bisschen durch... Oh. Oh, Gott. Kontrollieren. Oh. Kontrollieren, Digga. Uh. Das war knapp. Ja, ja. Oh, nein. Oh, ja. Oh, ja. Ich war zu schnell. Ich werde jetzt richtig schön auspacken, mein Bester. Ich war zu schnell. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Prankisierung von... Die Prankisierung. Trinken Sie mal Zielwasser. Ich trinke Zielwasser. Ich muss ein bisschen hin. Oh. Oh. Oh, nein. Oh, nein. So, ich steig mal in mein Auto ein. Das tat so richtig schön gut. Muss ich schon sagen. Prankisierung, ne? Ah, so sieht es aus. Was ist das denn am Boden? Das Ziel. Du hast vor dem Ziel deine Prankisierung ausgeführt. Was ist das denn hier für ein Tunnelrennen, Junge? Wofür ist das denn? Digga, das ist ja der unendliche Tunnel oder so was. Ey, ich will heute, sage ich ehrlich ehrlich, eine Special Challenge. 250 Euro für den Gewinner. Ja, okay. Okay, machen wir echt. 52 Euro für... Machen wir so. Oh, mein Gott. Wer war das denn? Alter, wer hat mir ein Plattgeschoss von... Ey, wir auch. Ey, okay, aber wir sind klatten weiter. Okay, Brox. Nein, der Müll hat auf dich geschossen. Ich habe nicht auf dich geschossen. Nein, guck mal, ich habe mit den Platten. Jetzt lügt der einfach rum, ne? Ey, ich sage ehrlich, Brox, das hat Konsens. Aber hey, ich habe gar keine Platten bekommen, was das Ding? Oh, oh. Gibt doch den Fokus dieser Runde jetzt. Oh, warum geht es jetzt lang? Ja, wir müssen jetzt hier irgendwie so ein Offroad-Rennen oder so was machen. Und ich glaube, gleich wird es doch richtig heftig, ne? Komm, ich bin jetzt die Fakuro, oder was? Oh, mein Gott. Oh, weh. Was ist denn das jetzt hier gerade vor uns? Oh, danke, jetzt ist mein Reifen kaputt gegangen. Danke, Brox. Oh, ja, das war bei Mürkan, Mann. Mürkan, das war ich gar nicht. Ach, klar, Digga, klar. Ey, lass mal jetzt, äh, BK, lass mal jetzt auf Brox gehen. Ja, komplett, ne? Oh, mein Gott, was ist das denn hier? Oh, Alter, wie sieht das denn aus? Ich höre was piepen, ne? Was? Nein, sag ich. Ey, ich war ja erster. Ich habe gar nicht gedacht, dass ich erster war. Da hat er mein Auto brennt, Dankeschön. Mein Auto brennt? Mein Auto brennt, hier. Hä, mein Auto ist aus. Ne, das brennt immer noch. Bro, mein Auto brennt. Ey, das explodiert leicht. Ey, hier brennt alles jetzt. Hau ab, hau ab, das ist explodiert. Nein. Mein Auto brennt auch. Ey, Jungs, ich dich um mir hin zu Fuß. Jetzt brennt dein Auto, was ist das denn für ein Auto gerade? Ey, wir müssen uns wirklich gegen Brox verbinden. Ich um mir den zu Fuß. Oder auch nicht. Nein, oh Gott. Okay, das Ding ist, Jungs. Ich höre auf jetzt, okay? Das war eben Müllkern. Ey, Bro, das Rennen sage ich dir jetzt schon. Ja. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Nein. Oh mein Gott. Okay, das ist halt... Ey, du Asi. Oh mein Gott. Wie ich mich gesaved habe, Digga. Ey. Wie ich mich gesaved habe. Okay, Jungs, ihr könnt ja gerne kommen, aber euch wird gleich eine Bowlingkugel entgegenkommen. Bist du schon drüben, oder was? Der ist schon drüben, Alter. Ich glaube, ich bin jetzt gerade rübergefahren. Ja, Müllkern wollte mich ja hier abschießen mit seinem Ding jetzt. Nein, 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 nein. Komm mal, aufentspannt. Ey, Stand, ich dachte... Warum trollst du mich denn jetzt auch? Ich muss hier weiterfahren. Ja, okay. Du bist doch eh wieder runterrutschen. Guck mal hier, wie ich das mache, Bro. Oha. Nein, die Bowlingkugel ist... Hab ich falsch gemacht. Was machst du hier mit der Bowlingkugel? Lass dich auf Emich heran. Ja, auf... Oh, 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 oh. Oh, aha. Ich bin drauf. Die Bowlingkugel ist weg, Jungs. Ja, jetzt kommt eine Bowlingkugel gleich runter, Bro. Da kommt sie. Nein, zu früh. Ey, guck mal, wie er da wartet. Ist so, Alter. So schnell... Oh mein Gott. Nein. Ich bin weg. Was? Wie ist er unten? Oh Gott, okay. Jetzt heißt es, ich bin schnell hinterher. Okay, Möker. Oh, den Rückwärtsgang. Ey. Oh, den Rückwärtsgang. Aus mit Brox. Schnell weiter. Ey, warte. Ich kann so nicht fahren. Ihr könnt euch nicht gegnerlich vertrauen. Ich kann so nicht fahren. Fahr doch jetzt. Ich komme echt nicht weg. Okay, ich bin weg. Ey, jetzt hat er sich vorgelegt. Was soll das, Brox? So, warte. Aber checkt ihr das? Das Auto heißt einfach Flash. Hier, das Auto heißt Flash. Bro, das ist der Flash, der ist Run. Hier, Parkour. Ach so. Guck mal, Möker fährt falsch. Wollte ich gerade sagen. Wo fährt der hin? Der fährt aber falsch hin, der Bumi, Alter. Okay, warte. Jetzt können wir ja... Oh Gott, das ist ein Labyrinth hier. Jungs, das ist ein Labyrinth. Kein Checkpoint, ne? Kein Checkpoint. Hier ist kein Checkpoint. Ey, seit 10 Minuten kein Checkpoint. Ey, Bro, was ist denn das hier? Wenn man jetzt drauf geht, ne... Nein, das kann ich angehen, Digga. Brox, das Haus. Ey, geh doch mal aufs Seite. Bro, ich war so weit vorne. Wo müssen wir jetzt lang, Leute? Hier, hier, da links. Ey, das kann doch nicht angehen. Ich bin einfach irgendwie runtergefahren, auszusehen. Ich hole mir den Checkpoint, da fahre ich direkt zurück. Warte, warte, warte. Ich muss gucken, was wir machen haben, Jungs, bitte. Wir müssen rüberjumpen. Oh, nee, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, ja, wir müssen richtig Gas geben. So. Oh, ich... Oh mein Gott, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das war richtig knapp. Du hast ihn auch, ne? Ich hab ihn auch. Ey, ich bin in der letzten... Aber ich... Ich bin hier in der ersten Probe rausgeflogen. Ich hab ne Mission. Was ist das denn hier? Ich hab ne Mission, mein Freund. Guck mal, da ist genau meine Farbe hier vom Auto gegrüßt, ne? Ey. Aber lass den Checkpoint. Oh, stimmt, das ist echt die Farbe von dem Auto, ne? Ey. Ey, jetzt komm ich hier nicht hoch. Junge. Schubst mich jemand bitte an? Ich häng hier fest gerade. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. So, okay, wir sind oben. Ey. Ey, jetzt macht er... Ist er im Weg, Alter? Ey, jetzt komm ich hier nicht hoch. Ey, ich komm nicht hoch. Ey, oh, oh, oh. Wow. Bro, mein Auto ist zu tief, ich komm nicht hoch. Ja, du musst, äh... Habs, habs, habs. Rückwärts fahren oder so, glaub ich. Rückwärts hochfahren, ja, ja. Mein Auto ist zu tief. Ey, was ist das denn hier für ein Dings, Junge? Digga, wir wissen ja echt richtig, das ist so ein enger Parcours. Da muss man richtig vorsichtig sein. Ja, ich glaub, das wird noch richtig schwierig. Will ich sagen oder so, ne, Jungs? Aber da piept irgendwas, hab ich gehört. Egal, stand nicht vor mir. Nein, ey, das war nicht. Da piept irgendwas. Wo sind die Dinger hier? Ich guck hier. Hör auf damit, Juli. Da piept irgendwas. Hey. Da piept irgendwas, Digga. Kann man die nicht abschließen? So, Junge. Was? Du küsst dich mit deiner eigenen Waffe, ey. Ey. Du musst verlangen jetzt. Ey. Oh Gott, das... Rückwärts, du machst den rückwärts. Da sehe ich dich. Du bist so ein... Isa, was sollt ihr jetzt hier? Ey. Ey, nein. So, weg oder nötigst du auch? Nein, sag mal, also jetzt reicht's hier langsam, Möcker. So, ich bin weg, Jungs. Ich geh durch, Junge. Ich fahr durch. Okay, okay. Oh mein Gott, ich bin voll schnickig aus. Hast du ihn bekommen? Ey. Let's go. Ich bin erster, ich bin erster, ich bin erster. Ey, ey, ey. Du kannst doch meine hinteren Reiben kaputt schnicken. Die sind schon kaputt. Die sind schon kaputt? Ja. Die sind beide schon. Ey, doch mal. Rache, Junge. Das kann doch nicht angehen, Alter. So, warte. Oh mein Gott, da wird hier richtig schwer, Jungs, ne? Oh mein Gott, hä? Hä? Ich glaube, wir müssen uns verbinden. Was machst du denn in der MBK? Ja, guck dir an, wie schwer. Nein, nein, nein. Wieder da oben lang? Auf so Streichhölzeren gefühlt. Was? Nein! Nein! Was? Das ist doch voll schwer. Ja, Jungs, du durfst jetzt hier auf jeden Fall nicht gegenseitig vor, ne? Ja, auf jeden Fall nicht. Was ist das denn? Man muss oben weiter nach... Sag mal! Nein! Ey, das kann doch nicht angehen, Alter. Aber so schwer ist es nicht. Man muss voll weit links fahren, das ist halt das Ding. Du musst halt voll weit links... Steiligste Auto ist einfach tiefer gelegt als alle unseren. Soll ich jetzt? Du fährst überall gegen und ich nicht? Doch, weil du fährst auch gegen, Digga. Oh, doch, ich fahr auch gegen. Ja, ja. So, jetzt komm ich hier hoch. Darf nicht zu langsam sein, sonst fährt man halt echt dagegen. So, irgendwas ist alles entspannt. Oh mein Gott, los! Ey, das geht doch nicht! Einfach ein bisschen mehr Gas geben. Eee, oh! Warte! Oh! Wir sind beide dran! Oh! Ja, du musst halt... Du musst halt... Oh Gott. Oh Gott. Du musst halt weiter nach links fahren, ne? Also... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, dass du halt nicht nach rechts runter fällst, ne? Also musst du halt irgendwie ein bisschen... Ja, wow, du bist ja ein Experte. Warte, warte, ich glaub... Ich glaub... Rampen? Nee. Ey, das gibt's doch nicht jetzt! Oh mein Gott! Habt ihr's geschafft, oder was? Ja! Oh mein Gott, ich hab den nächsten Checkpoint. Alter! Okay! Weg, weg, den Aufschneid nehmen! Oh, ich muss bei Ihnen, Leute! Es geht um 250 Euro! So, und ich bin hier lang! Oh, jetzt komm ich aber hier jetzt! Jetzt, first try! First try! First try! Ey, winkt hier! Der hättet uns doch abbremsen können! Nein! Bremsen sind loser! So, rüberläuft! Alter! Alter, mach's mal! Ey, hört auf hier! Ey! Nein! Ich wollte dich drüben! Bist du zurück, oder was? Nein, nein! 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 Er kam mit ihm zurück! Nein! Nein! Nein, ich flick auch drüber! Ach, ey, komm! Wo ist der... Ey, mach kein Auge, Bro! Ich... Oh mein Gott, okay! Ich mach nichts! Wo hast du die Geschwindigkeit... Mach kein Auge, Bro! Wo hast du die Geschwindigkeit grad hergenommen, Alter? Sag mal... Jugo, weg mit euch! Anschwung! Ihr braucht Anschwung! Oh Gott! Mann! Man braucht ja keinen Schwung, was da was tun! Ganz vorsichtig, Digga! Ganz vorsichtig, Jungs! Ey, das sind wirklich auf Dings hier! Ey, mal diese Millimeterarbeit, ne? Streichhölzern! Ist das echt? Alter, wer war das? Nein! Ey, das kann nicht angehen! Alter, einfach noch in der Luft abgeschossen, der und schade! Ey, MBK hat gerade mein Leib kaputtgeschossen! Was hat er gemacht? Auf mich ab... Mein Leib kaputtgeschossen! Ach, deswegen bin ich runtergefallen! Ja, danke, Bro! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Ich war so weit gewesen, ohne Spaß! Ja, warte, guck mal hier! Oh! Das kriegst du, das kriegst du! Hey, das bin doch ich! Sag mal! Ich bin straight runtergefallen! Oh, hier! Kriegt er das wieder! Ey! Ja! Man ist so unter Druck, wenn jemand hinter jemand ist! Ich hab den Checkpoint, Jungs! Alles entspannt! Alles entspannt! Wie hast du den denn schon? Ey, MBK, du durfst dich jetzt nicht runterkicken hier! Willst du das Box gewinnen? Mach ich auch nicht! Nein! Ich brauch Hilfe! Stark! Stark! Ich brauch Hilfe, bitte! Dafür was brauchst du Hilfe? Oh, schlack! Der wieder runterfällt! Ey, das gibt's nicht! Ich hab dir aus dem Auto rausgefallen! Ey, Junge, was ist das hier für eine Schnur, Deathrun? Ohne Spaß! Da hätte man ja richtig auf eine Schnur rumfahren können! Halt echt! Einfach nein, 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 nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich verspreche dir, du wirst oben niemals ankommen! Niemals! Ha! 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 Was soll das denn? Ja! Rot spickt einfach von oben runter, Junge! Guck mal, ich mach dich mal was! Ja, alles gut! Und ich auch nicht! Ey, guck mal was der macht, Junge! Ey, Bro! Kannst du mal bitte aufhören, wenn ich hier einfach nur ins Ziel komm... Okay, Jungs! Ich warte hier oben! Und kannst von oben bitte nicht runterfallen die ganze Zeit! Ich warte hier oben auf euch, Jungs! Da tut mir jetzt jemand leid, leider! Tut mir jemand leid! Ey, was mach ich hier? Ey, was machst du denn? Ey, Bro! Er fliegt die ganze Zeit nicht hin! Oh nein! Oh nein! War da etwa! Ey, Bro! Okay! Bro! Kick MPK runter! Ich bin oben auf dem... Er ist oben, Digga! Mit dem... Checkpoint! Er ist oben, Alter! Du bist so eklig, Junge! Warte mal, wir haben ja auch noch... Ey! Sag mal! Ey! Juhuuu! Er kommt dieses Mal schaffst du's damit! Bro, wer hat die nochmal... Ey! Okay mal, kannst du über... Treiben mit Minen, ne? Hä? Ich hab nur eine gemacht! Ich hab gar keinen hingelegt! Okay! Alle haben's geschafft oben! Weiter geht's, Jungs! Alles entspannt! Ja! Das ist schön! Super! Nein! Ey, wir müssen hier die ganzen Bootschilliatberg hochzentern! Das ist halt echt so! Hopp! Boah! Einfach ein Looping! Geil! Ne! Wohin? Was machst du denn? Ich... So, ich bin Looping gefahren! Ja, du hast es nur gemacht, weil ich das gemacht hab! Ja, weil ich dachte, dass es dort weiter geht! So, alles entspannt jetzt hier! Ich fahr jetzt auch Looping! Kann man die ganze Zeit Looping fahren? Ja! Ich bin exhausted! Oh! Also! Dann üben wir nochmal! Ja! Ja! Alles entspannt! Ja, das ist einfach hier! Nein! Kein Problem! Ey, das geil ist, dass das Auto Allrad hat! Das ist echt gut! Ich muss sagen, das Auto ist stark! Ich komm doch nicht rein! Nein! Nein! Oh mein Gott! Okay, der hat es geschafft! Alles entspannt! Und da! Warum hattest du gerade eine Waffe in der Hand, Leon? Ich habe keine Waffe in der Hand! Ich habe keine Waffe in der Hand! Fährst du vor Allrad oder was? Ich hänge irgendwo fest! Ja, ich habe Vorrad probiert! Ja, du musst aber oben lang fahren, Junge! Hä? Ich habe es! Ich nehme die Abkürzung! Nein! Ey da gibt es nur eine Abkürzung! Wie in der Mitte, die oder was? Ne, ne, hier links! Ach, verdammt! Ah! Ah! Du hast das! Ey, hau ab da, Mann! Guck mal! Wegen den Minen! Ich lasse dich durch! Wegen den Minen! Ich habe es geschafft, Junge! Digga, ich schaffe es halt jetzt gerade nicht! Wir müssen in der Mitte runter, dann! Was machst du denn da auch? Ja, was machst du denn da auch? Ja, links runter! Guck mal, wie lang! Guck mal, wie er Gas gibt! Hä? 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 Ey! Also... Ey, Bro, was macht der da? Mann, ich komm, Jungs, ich komm! Bro, wir gehen jetzt hier schon rein in die Mitte, Junge! Oh! Oh, nein, 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 nein! Oh! Oh! Brox, wo bist du? Ich komme, Jungs! Ey, sag mal! Ich hole euch jetzt ein, Jungs, keine Sorge! Hä? Was ist denn das? Sag mal, ein Fahrstuhl! Vielleicht hier sind Fahrstühle, ja! Jetzt geht es wieder nach unten, super! Was?! Nein! Hält mich schnell! Ja, Bro, ich bin halt schnell! Hast du es schon geschafft, ey! Schon geschafft, Digga! Oh mein Gott! Jetzt fall ich die ganze Zeit runter! Oh, MBK, Mann! Das war... Oh nein, ich bin down! Ich bin down! Bitte! Wuhu! Bitte! Okay, 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 okay! Ja, den Fahrstuhl bitte! Nein! Oh mein Gott! Jungs, danach kommt noch ein Fahrstuhl, ne? Was?! Ja, Mann! Aber den habe ich auch geschafft! Aber ich... Mach es hier! Haha! Richtig clean, Alter! Hey! Hey! Ich rufe! Ich bin noch unten, Digga! Ich schieße gar nicht! Ich habe das auch gesehen, dass du auf mich geschaffen hast! Oh mein Gott, schieß die das da! Einfach... Das... Okay, Jungs! Wenn ihr denkt, ich schieße, dann schieße ich jetzt mal! Du musst nicht überhaupt... Der Checkpoint... Ich war das doch gar nicht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was?! Was, Digga?! Nein! 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 Ey, ich dachte gerade, du schaffst es! So ein ekliger! Ah, jetzt hier! Boah! Okay, Bruder! Man kann doch übertreiben! Okay! Guck mal, was ich da mache! Guck mal, was ich da mache! Guck mal, was ich da mache! Ich dachte schon, dass du dich trollst! Let's go! Nein, nein, nein! Alles nicht wahr! Möken hat es geschafft, sehr gut! Ja, ich komme jetzt auch! Ey, Bruch! Das Ding ist... Alter! Alter, was macht ihr hier schon wieder? Ich habe einen Fallschirm, Digga! Ich kau jetzt ab, Jungs! Hau rein! Ich komme hier nicht um die Kurve, Bro! Ja, Reifen drehen! Um raufzukommen, musst du Reifen drehen! Aber ich habe jedes Mal mit Reifen drehen gemacht! Ey, ich bin runtergefreien! Was machst du da? Bro, ich bin echt gespielt, Junge! Was machst du da? Ah! 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 Nein! Oh nein! Ganz stark! Danke für euren Support! Ja! Let's go! Weg mit uns, Jungs! Ey, was?! Jetzt reicht's mir, Alter! Oha! Okay! Jetzt reicht's mir richtig, Junge, aus dem Weg! Ich muss weiter! Super! Geil! Wo müssen wir überhaupt lang jetzt? Weiß auch nicht! Ich guck gerade! Hier nach! Hier rechts lang! Hier lang, Jungs! Hier lang! Ich weiß schon, wo lang! Hä? Nee! Das ist falsch! Safe! Du bist falsch, Bro! Ey! Danke! Warum hat dein rotes Auto, Digga? Wo müssen wir überhaupt lang? Ich hab dir das geklaut! Ach, da müssen wir lang! Oh! Ich warte jetzt nicht mehr auf euch! Leute, ihr seid jetzt keine Kumpels mehr! Ich will jetzt hier weg! Der will jetzt die 52 Euro schnappen, Digga! Ich glaub's da nicht! Wir sehen uns im Ziel! Okay! Das war's jetzt! Okay, okay! Ich werd den runterhauen, ne? Die rote Rakete ist hinter dir! Oh mein Gott! Perfekt, Leute! Ey! Entroll dich und fall selbst runter! So muss das sein, Digga! Soll ich den Reifen? Boom! Sag ich den nicht! Sag ich den nicht, Bro! Das ist easy! Na! Oh mein Gott! So dumm, Leute! Ja! Das hätt ich erst mal schaffen müssen! Nein! Aber warum ist denn hier alles so eng und schmal? So, Victor! Weg mit dir, Mann! Guck mal, guck mal, guck mal! So, jetzt wird sich hier der Bowlingball geschnappt! Nein! Der fällt jetzt runter! Ich hab gar nichts gemacht! Ey! Ey! Ich seh dich da oben, mein Freund! Und! Hihihi! Rüber! Ey! Das ist frech! 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 Oh, ich danke dir für ein Save! Nein! Nein! Ja! Haut rein! Haut rein! Oh mein Gott! Was ist das denn jetzt hier? Was ist das denn? Ey, du blinkst! Wir sehen nichts! Ey, du blinkst! Nein! Wie wunderschön! Digga! Ja! Ich... Ich brauch Boost! Kickst du! So ein Blinken ist voll verwirrend! Ja! Danke, Miquel! Danke für die geile Boost! Hast du den Checkpoint bekommen? Ne, natürlich nicht! Äh... Kick mich an der Seite runter! So, jetzt hier ganz vorsichtig, Jungs! Das wäre auch machen wir hier wieder Hand in Hand, oder? Alles entspannt, Digga! Ja, stark! Ich hoffe nicht mal die erste Dingsdienst! Wuuuuh! Ich bin drüben, Jungs! Ey! Danach kann man ja einfach den... Na, perfekt! Perfekt! Genauso! Wenn ich schon sicher sehe, was Brocks da mit den Bällen macht! Dann wäre ich wild, Junge! Die Bowlingkugeln, Digga! Bro, ich habe so oft Lack mehr im ersten Mal geschafft, dann bin ich nicht weitergekommen! Ich auch! Ey! Die Bowlingkugeln sind so laut! Gar nicht, Digga! Lass meine Bowlingkugeln in Ruhe! Ey, Bro! Dieses Blinken, Junge! Splink, blink, 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 blink! Sind wir jetzt Weihnachten, oder was? Ich brauch Hilfe! Oh! Oh! Oh mein... Ja, okay, Bruder! Okay! Moment mal, Digga! Da vorne ist das Ziel! Was?! Dionyspiele mit den Bällen rum, Jungs! Haut rein! Dh 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 бл neighbours! Ja, alles entspannt Digga! So, 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 so! Ey, ich fall wieder runter, Bro! Was ist das so für ein Hindernis hier? Alles entspannt, Jungs! Alles easy! Mal gucken, ob ihr gleich eine DNF bekommen von euch beiden! He he he! Und rein ins Ziel! Er, das gibt's nicht, Leute! euuh! Ich glaube, Stany bekommt DNF! Jawohl! Es geht wieder los! Oh ey! Hau ab! Was willst du denn? Das war abgehängt, würde ich sagen. Deno, abgehängt! Ich zieh vorbei! Alter, ganz im Ernst! Bitte kein Platten! Jawoll! Was ist denn hier jetzt? Was musst du denn hier machen? So, pass auf! Okay, wir gucken was. Hey! Hau ab! Hau ab, Deno! Ja! Hey! Nicht dein Ernst! Und boom! Oh mein Gott, Digger! Hast du eine Granate geworfen? Ne, eine Haftbombe. Hau rein, Deno! Was ist gut? Yo, was war das denn gerade? Was ist das für ein heftiges Rennen hier? Alter Schwede! Es geht unten! Oha! Ey! Ich kann fliegen! Nein! Ja! Fliegen! Lenkrakete! Okay! Ey! Ich dachte gerade schon! So, aus dem Weg, Kollege! Ey, was machst du denn da? Alter! Aus dem Weg! Oha! Und weg damit, Digger! Da ist Gas! Ey, Gas mal, Digger! Oh, ne! Hast du da oben ausgestiegen? Hä? Hast du eigentlich Platten? Hä? Hast du eigentlich Platten gehabt, oder? Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, nein! Da hat der mein Auto einfach... Oh mein Gott, nein! Gut gelandet! Okay, warte, wir sind hier gelandet? Dann machen wir mal ganz kurz... Es geht los! Oh Gott! Oh mein Gott! Das ist ja voll gut versteckt! Mal gucken, landest du genau da drin? Oha! Okay, weiter geht's! Ah! Wo müssen wir denn lang? Die Mine! Oh mein Gott, ich hab's piepen hören! Ah! Ich hab's piepen hören! Ey, du bist doch echt, ey! Ja! Ja! Ey, nein! Ja, was denn, Digger? Ey, Jungs, stand auf! Ey! Wichtig! Oh, dankeschön! Korrekt, korrekt, korrekt! Das Ding jetzt so... Ach, Mann! Ey! Mensch, Kaspar, mein bester Mann! Ey, hau ab mit dein Mien! Hau ab mit dein Mien! Hau ab mit dein Mien! Entspannt in der Röhre fahren hier, ohne Probleme! Oh, warte jetzt! So... Okay, und jetzt... Flatten rein, Leute, und fetzen! Oh, Leon! Oh, oh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ey, sowas vom Ziel! Oh, Jungs, ich sag's jetzt schon, es tut mir leid! Es tut mir leid! Nein! Oh, yeah! Warte mal, warte mal! Das Zeichen ist gefährlich! Okay! Das Zeichen ist gefährlich, sag's dir! Was sind Zeichen? Also das Zeichen hier, ne? Was ist hier los? Das ist gefährlich! Was das hier was? Ist das gefährlich? Kaspar, deine Karre ist ja voll warm! Guck mal, wie... Was hast du da gemacht? Also... Ey! Hä, was ist denn los? Jungs, mir egal jetzt! Ich zieh durch! Ich zieh durch, Digga! Ich zieh durch, Digga! Ich zieh durch, Jungs! Ich bin dann auch raus! Ich bin dann auch raus! Ihr schnappt Mercedes hier direkt den Nissen! Ich hab's nicht geschafft! Er zieh durch, Digga! Ihr macht auf Ernst, Mann! Yeeey! Yibiii! Ach, Kaspar, da liegt irgendwo! Irgendwo liegt da was! Ey, Bro! Mach dir das nicht weg, Digga! Okay, Jungs! Ich bin doch eh schon letzter... Ich will nichts sagen oder so, ne? Aber... Es könnte... Was denn? Vielleicht für den einen oder anderen von euch doof enden! Ihr habt eine Wahl! Okay! Ja, es tut mir jetzt schon leid, Digga! Es tut mir jetzt schon leid! Oh, da kommt einer! Hey! Oh nein! Oh nein! Kaspar! Also... Hey! Ey, jetzt hab ich zwei Memen verschwendet! Weg hier! Guck mal, ein Smiley da oben! Schade, Leon! Ein Smiley da oben! Ein Smiley? Da oben ist nur ein Smiley! Habt ihr das gesehen? Ey, blind Fische, Mann! Was soll das? Ohhhh! Ohhhh! Ich hab nach hinten geguckt! Oh nein! Was, Digga! Soll ich den Feuerreifen geben? Echt schade, Bro! Echt schade! Feuerring! Oh nein! Oh nein! Das hast du nicht geschafft, Digga! Ich nehm einfach die andere, äh, die sichere Variante! Ich auch, Digga! Ha! Perfekt! Eino! Perfekt! So! Würde ich auch sagen, Digga! Ey! Ich hab den Checkpoint nicht bekommen! Kaspar, dankeschön! Und, äh, Digga! Auch deine... Ey! Oh, Leute! Ey! Oh! Der Feuerring! Oh! Der Feuerring! Was hast du da schon wieder? Oh! Das war ja wohl! Geisteskrank! Knapp! Ah! Jawoll! Ah, war alles gut! Alles gut! Digga! Das sind schon tausend Platten auf deinem Auto! Digga! Das ist das Platten-Race! Ja, Mann! Leute! Mit Geschwindigkeit! Oh! Ich hole ihn noch ein! Oh! Ich hole ihn noch ein! Oh! Na alle platt! Oh! Alle sind alle platt! Wenn man keine Platten mehr hat, dann kriegt man auch keinen neuen mehr! Jetzt! Nein! Oh! Ja! Ja! Ich hab's geschafft! Ja! Jetzt schon! Bist du ja? Boost! 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 Wow! Boost! 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 Wie die jungen! Oh ja! Oh, was ist das denn? Es sind drauf! Oh gut! Guck mal rein, nein! Das ist es für zwei! Wisst ihr das? Ja! Ja! Macht weg da! Das ist das! Bauch! Ich kämpf, Junge, kämpf! Ich kämpf da schon! Oh Kasper, tut mir echt leid, Digga! Ich mach mich so gut, ich mach mich so gut! Ich wollte ihn so gut wegsleiten, Digga! Asozial ist das, Mann! Wer zuletzt kommt, wer kommt zuletzt! Ey! Was ist denn jetzt? Junge, das passiert mit dir, Nello! Ey! Leute, what the hell? Wo geht's denn jetzt hin? Wo ist der denn? Das Ziel! Kasper hat mich zum Ziel geschubst! Was? Kann nicht sein, Digga! Oh mein Gott! Wo ist das Ziel? Niemals! Ihr müsst da oben einmal rumfahren und dann mal so ein bisschen Gas geben, Leute! Also ganz im Ernst, der Sieger steht leider schon fest! Hä? Ihr müsst nach oben fahren, Digga, dann fahrt ihr nach hinten, dann müsst ihr einmal da rum und Kasper hat mich einfach runtergeschubst, Digga! Hä? Bin ich hier richtig? Du bist jetzt schon ins Ziel gekommen? Bin ich hier richtig? Ich weiß auch nicht, ob ich richtig bin! Bin ich hier richtig? Ich glaub ja! Bin ich hier richtig? Und? Der Boost kommt? Ey! Hä? 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 Wer ist denn jetzt erster Platz? Digga! Ich komm nicht durch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ihr müsst ein Loch wenden! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da ist es! Da ist es! Jawoll! Nein! Nein! Oh mein Gott! Wir haben das Loch aufgemacht und es nicht gefunden! Oh mein Gott! Da sollst du auf jeden Fall von dem Video gewinnen sein! Wenn es dir gefallen hat, ist auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da! Und ich einzeln beim Video aus! Einfach draufklicken! Und checkt mein Merch aus! Haut rein Leute! Bis nächstes Mal! Ciao, ciao!